Hallöchen ihr Lieben, ich hoffe euch geht es gut an diesen wilden Donnerstag, der so draußen so Unwetter ohne Ende vorbringt. Nils ist glücklich, er sitzt hier mit leuchtenden Augen. Bis Kathi gerade die Festgespferde des Donnerstags ist, habt ihr auch als Festgespferde, als die GTA gestartet hat und jetzt erst mal noch ein bisschen updaten muss. Ja, wie ihr sehen könnt. Fast jeden Donnerstag. Normalerweise update ich das immer, aber ich war heute leider beschäftigt. Ja. Das ist, wenn der persönliche Chatbot einfach nicht funktioniert, ne, der raus und hohe Sklave. Ja, heute zeige ich wieder alle, glaube ich. Und das hat nichts mit dir drin zu tun, in der Wohnung und mit mir und so, ne. Schwierig gerade. Naja. Bringt uns ein bisschen Zeit zum Quatschen. Mein Hals geht's ein bisschen besser. Meine Schmerzen jedoch nicht so. Ich hoffe einfach, wenn jetzt diese Unwetterfront durchgezogen ist, egal wie heftig es wird, dass es mir dann danach besser geht. Motivieren tut mich auch, dass wir morgen unser Auto dann kriegen und die Ressource konnte nicht runtergeladen werden. Nein, mi, 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 mi. Und wieder von neu. Wir sollten ein bisschen mit dem Chat reden, ne? Genau. Wie geht's euch denn? Habt ihr schon Gewitter heute gehabt oder ist bei euch immer noch drückend heiß? Also gerade so der Osten von NRW, der Nordruss mit NRW, da kommt immer noch was nach. Kann ich euch schon sagen. Ja, das ist Niedersachsen gerade und der Süden von NRW, das zieht jetzt auch wieder den Norden von NRW hoch. Und im Westen, nebenüsten von Rheinland-Pfalz geht's gerade noch richtig los, das zieht das gleich alles in mein Gebiet rein. Ja und wie gesagt, wenn wir hier mit dem Dornruss gehen, gehen wir direkt rein. Ich hab heute ein paar Dinge vor, unter anderem auch hier. Heute haben wir ja gesagt, wir gehen heute ein bisschen einkaufen mit Evelyn. Wir werden ein bisschen kochen und backen. Einfach was mal wieder für sie selber sozusagen was machen. Wir hoffen sehr, dass Sarah heute wirklich ihre Schicht von 19 bis 22 Uhr macht und oben ist. Ich bin ehrlich, ich bezweifle es gerade noch ein bisschen. Aber wir hoffen, dass wir mal das Beste. Ansonsten ist die Schöpfung glaube ich. Nur weil der Download nicht lag noch viel größer. Ähm, hat da auch abgebrochen und danach war nur noch so viel übrig. Ja, ansonsten paar Telefonate, die ich vielleicht noch nebenbei mache. Und, ähm, genau. Kriegen wir alles schon hin. Und wie gesagt, gleich ist der Download ja durch. Dann können wir starten. Und, ähm, die kriegt hier einen Kasper nacheinander mit den ganzen Beta-Warnungen. Oh, sie haben die Windgeschwindigkeiten hoch gesetzt worden. Oder waren wir wohl etwa. Mhm. Hundertzehn kmh. Hundertzehn kmh. Rote Kinder vom Waggon. So, dann gehen wir direkt rein. So, dann gehen wir direkt rein. So, dann gehen wir direkt rein. Ja. So, dann gehen wir direkt rein. Ja. So bene. Vielen Dank. So, dann machen wir einen Rucksack. 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 Das ist alles, Zucker, Muster, Salz. Also auf alle Fälle würde ich dieses Moors Pizza machen. Fehlt mir aber der Pulver. Zwei Töffel brauner Zucker, ich glaube das haben wir nicht. Ich inspiziere den Schrank und gucke was ich noch kaufe zum Kochen und Backen. Wird dir alles gut? Was machst du Schönes? Den Schrank inspizieren? Oh, eventuell. So in der Art. Nur, dass ich weiß, was ich noch kaufen muss fürs Kochen und Backen. Dadurch, dass der Kühlschrank jetzt doch ein bisschen leer ist. So ein bisschen was machen und dadurch, dass ich heute nicht zur Lodge fahre, kann ich das mal machen. Ich würde so langsam runter zu Seabreeks wollen. Ja. Kommst du mit? Ich komme später nach. Ich komme später nach, okay. Du hast für Drachenboot fest, gell? Ja, das fängt ja so um 20 Uhr an, aber dann kann ich mich noch ein bisschen um Stuff kümmern, Elisa ein bisschen das System erklären und so weiter und so fort. Ich habe mit Elisa gestern ein bisschen gequatscht. Die hat nämlich Anrufe von JQ Graphics gekriegt und wusste damit nichts anzufangen. Und er hatte noch angerufen, die vom Drachenboot fest wegen dem Ablauf. Okay. Da wusste sie aber auch nichts. Wir haben auch nur das gefunden, was du aufgeschrieben hattest. Ja, mehr habe ich auch nicht. Oh, doch so viel. Okay. Die meinten, ja, stellen sie uns dann irgendwie zwei Boote zur Verfügung zu dem Termin. Ja, kein Problem. Dann ist unsere Sponsoring praktisch das Benzingeld. Okay. Ja, das war das Einzige, was ich auch gefunden hatte und mehr konnten wir nicht. Ja, wir wüssten ja Bescheid, wie der Auflauf ist. Äh, nö. War ein bisschen weird. Ansonsten kommt Paradise Outdoor auf dich zu, wegen den Signalpistolen. Sehr gerne. Ja, da müssen wir uns auch noch festlegen, wie wir das machen. Ob wir das nur selber nachfüllen, oder? Ob wir das nur rausgeben. Mhm. Okay. Ja. Na gut. Ist viel zu tun. Ich habe mit Rebecca gestern telefoniert. Oh. Und zwar? Eigentlich wegen was anderem, aber ich habe sie einfach dann mal gefragt. wie es ihr geht und so. Und, ähm. Und er so, ja, und, äh, ob sie mal was von John gehört haben. Und er so, ja, ich seh ihn morgen, also heute. So wie du siehst denn. Normalerweise ist er Donnerstag nicht vom Stuhl hochzukriegen. So, ja, äh, die müssen ja noch ein paar Sachen mit dem Kasa-Termin und so weiter abklicken. So, was will denn die mit dem Kasa-Termin? Ja, für unsere Hochzeit. Ich so, was für eine Hochzeit? Ja, die sind verlobt. Hehe. Überraschung. Hm. Ah, okay. Schön. So, mal nebenbei in einem Nebensatz an einem Telefonat erfahren. Okay. Oder wusstest du das schon? Nö. Okay. Überraschung. Ich habe so das Gefühl, die wollten uns das erst sagen. Beziehungsweise sie war überrascht, dass wir das noch nicht wussten. Ja. Schon, ne? Ja. Ende vom Lied war heute. Ja, sie sind verlobt. Müssen jetzt mit Kasa die Termin-Sachen abklären. Und, äh, dafür würde er wohl heute aufstehen. Ansonsten hat sie ihn auch sehr wenig gesehen. Also, vielleicht haben wir die Möglichkeit, heute im Notfall ihn zu erreichen. Wenn irgendwas ist. Oh mein. Wer wird denn jetzt schon was? Ich wüsste nicht was. Ich wüsste nicht was. Naja, gut. Dann sehen wir uns gleich. Ja. Oder brauchst du noch Hilfe irgendwo bei? Du sagst es schon wieder so. Äh. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das ist. Äh. Wenig wie ich. Alles gut. Sarah schreibt wieder irgendwas. Ich muss da mal durch. Muss mir da gleich mal ein Bild von machen. Alles gut. Alles gut. Aber erst mal drücken auf die Tüche. Naja. Ich komm dann gleich nach. Okay. Wenn ich hier fertig bin. Und weiß, was ich kochen und backen will. Wie war das mit dem Einkaufen aus dem Boot? Steht auf jeden Fall noch im Raum. Das ist machbar. Verstehe. Schauen wir mal gleich. Na gut. Dann lass ich dich mal ziehen. Dann bis gleich. Bis gleich. Das sollte ich auch. So jetzt aber. Vielen Dank Lifegaming 23 für dein Follow und hab Stefan. Und weil du gerade mit per WhatsApp gefragt hast, wie es mit dem Umgang aussieht. Im Rhein-Main-Gebiet zündet es gerade heftig. Passt auch euch auf. Da ziehen jetzt immer mehr heftige Gewinterzellen rein. Tornadogefahr aktuell bei Wiesbaden. Da ist eine heftige Zelle unterwegs, die stark rotiert. Und es bilden sich immer wieder neue Zellen. Guckt am besten bei mir auf der Fanpage auch mal rein. Da war nicht akut. Heute ist eine Ausnahmesituation. Deswegen kommt es auch mal hier ins Team. Hallo. Laur Bit. Burst du ihnen. Haut unter der Fanpage es? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also so viel wie Evane kocht, gleicht es doch das, was sie nicht an Miete bezahlt, aus, oder? Ja. So haben die beiden das ja auch abgemacht. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 ich sollte vielleicht als geld und dann funktioniert also und dann geht es weiter. Vielen Dank. 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 Erbsen. Erbsen brauchen wir drei. Und wir brauchen eine Avocado. Und wir brauchen eine. Und wir brauchen eine. Ja, wir brauchen eine. Und wir brauchen eine. Und wir brauchen eine. Okay. 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 Und wir brauchen eine. Okay. 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 Und wir brauchen wir mal weiter. Und wir brauchen eine. 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 Sechsmal Wasser. Wow, man schüttet jetzt gerade echt himmelhoch. Ja. Oh, gewittern tut's auch. Gewitter! Jener Gewitter! 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 Hier, Schokolade, welche Woma eigentlich ist? Womas wollen die Schokolade, zwei Stück. Was denn? Ja, das war richtig gemeint. Das sag ich dir aber. Ja, du? Jetzt schrei ihn doch nicht so an, meine Ruhranfassung. Schau mir, du schreit der Verrückte. Selka! Da gehst du kurz Pakete annehmen, dann kannst du mir um den Euro. Selka, danke schön. Das ist lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist lieb von dir. Ja, diese Gewitterlinie-Taker ist momentan so auf einer Linie Kaiserslautern, Frankfurt, Passel. Wobei noch ein bisschen westlich von Kassel. Dann weiter eigentlich die Mitte von Niedersachsen geht's momentan richtig ab. Und alles, was östlich davon ist, kommt noch. Ganz im Süden fängt's jetzt langsam auch an. Sechs mal Butter. Oh nein. Ich hab Mensch gekauft, nicht Butter. Okay. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Das hat mich Nieds mit im... Mit einem... Oh Gott. Sechs mal Butter. Jetzt brauch ich noch Käse. Mal mal Parmesan. Ne, warte mal, das ist kein Parmesan. Das ist Parmesan. Dreimal Chester. Zweimal Butterkäse. Und dann musst du jetzt mal dein Blubi-Toe essen, damit ich hier Platz entfänge. Und dreimal junger Gauda. Perfekt. Wenn ich jetzt alles rieche hier, dann müsste ich alles beisammen haben. Finkklusive zu viel Milch. Und ich klicken an. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Na, wie geht's dir? Na, wie war's so gut in Westland? Ach. Notfall überstanden. Ja, alles fein soweit. Ich war ja die meiste Zeit eigentlich zu Hause. Ein bisschen auskurieren. Ja. Moment. 50 hört sie, kommen sie? Ambulanzen, Notaufnahme, draußen. Entschuldigung, kann ich dich gleich nochmal zurückrufen? Schöke, kein Problem. Okay, alles klar. Bis später, ciao. 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 Amen. Oh, das Auto ist weg. Nun kann ich ja mal vor der Haustür parken. Oh, das ist weg. Oh, das ist weg. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank, Trektor. Das ist super lieb von dir. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank. 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 Und dann fangen wir aber mit denen an. Ich hoffe, ich habe das richtig. Ah, ich weiß, was mir fehlt. Das funktioniert. Okay. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen, aber ich wusste nicht genau was. Fangen wir mal damit an. Und dann fangen wir mal damit an. Und dann fangen wir mal damit an. Und dann fangen wir mal damit an. Egal, was dig descended ein an. Und dann fangen wir mal dasmeid an. Ach attain wir mal mit dir was aber in der겠�verein Zeit passt. Ich habe den Sound ein bisschen runter gedreht, dass euch der Mixer nicht so um die Uhren fliegt, und die Presse, die Softpresse und so weiter. Das dröhnt sonst immer so ein bisschen in den Ohren. Ihr versteht das nicht. Was kann man denn schon mal hier reintun? Das können wir da reintun. Das Bier können wir reinstellen. Salz, Frauenzucker, Erdnüsse, Schokolade. Das brauchen wir noch. So, und dann können wir hier gleich schon mal rüberräumen. Das kann drüber, die blödgekaufte Milch, mein Wasser kann wieder rüber. Und die Saftpresse können wir in die Spüle, die machen wir gleich sauber. Getränkbar. 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 ... Vielen Dank. Und ja, die Taschmaufe waren nur mit zwei Milch insgesamt, oder? Eige Milch sogar nur. Ja, haben wir eine Milch. So, dann einmal die Saftpresse säubern. Ne, Taker ist glaube ich nicht mal. Ja, es gibt mehrere, die so hoch spenden. Es gibt auch einen ganz bekannten, MrBeast, der geht einfach in irgendwelche kleinen Streams rein und spendet dann mal 10.000 Dollar und so Geschichten. Das ist schon legend. Es gibt leider zum Glück auch viele Reiche, die Twitch gucken. So. So. Ja, wir streamen ja auch nicht, um reich zu werden, muss man ja auch mal sagen. Ja. Bestimmt. Zumindest echt nicht, ich mach das ja nur, damit ihr am Events Leben teilhaben könnt. Und ja, die Sahne vergessen. Ja, das ist ja das Ziel von diesen Reichspendern. Die wollen ja, dass dann quasi der Empfänger sehr überrascht ist, sagen wir es mal so. Da habe ich nicht vertrauen. Ich habe den Parmesan vermissen. Ja gut, da habe ich nicht aufgepasst. Pantone. Parmesan ist ja zu unscheinbar, ne? Ihr kennt das sicher, so ein unscheinbarer Parmesan. Oh, was bist du denn? Was bist du denn auch für immer hier? Was bist du denn? 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 Du bist du denn? Eine Vanilleschote, zweimal Mehl, zwei Eier, zwei Butter, sechs Butterkekse, und einmal sechs. Und einmal sechs. Ja. Da, 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 by' da kommt ein Stefan, wo du gerade schreibst, du musst mal bei uns im Discord gucken, in der Community-Reise-Abteilung, da hat die Karte eine Umfrage gestartet, du musst mal dafür sorgen, dass der einzig wahre Sport in dieser Umfrage nach vorne rutscht, danke. Kinder, ihr müsst gegensteuern, bitte. Das einzig wahre ist Segeln, also auf Segeln. Manchmal muss man mit Mandaten kämpfen hier. Was mir gerade noch einfällt, lieber Chat, wir holen ja morgen unser neues Auto ab. Sollen wir da vielleicht mal ein kleines Video von machen von diesem Auto und das dann im Discord teilen? Würdet ihr das gerne sehen? Ich kenne jemanden, der hier schreien und ja schreien wird. Nennt sich Senshi, ist aber gerade nicht da. Der ist gerade nicht da. Aber der würde ja schreien. Zitrone. Akkore. So. wo? Nichts? Nee, dass ist das Po? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, ich glaube, da muss ich erst das andere Kopfbuch von mir holen, also von mir hin. Kann ich gleich mal die Butter wegräumen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann lagert unten ihre... Sozusagen als Ersatz... Alles... Vielen Dank. So... Ich meine... Ich weiß nicht, was ist das Richtige dafür. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß... Ich weiß... Und... Ich kann die Pfanne hier wieder rein. Ich kann mir den Topf nehmen. Ich kann mir den Topf nehmen. Ich weiß... 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 Vielen Dank. 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 So. Okay. Oh, it looks like it's Lea, okay. 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 Vielen Dank. So, etwas fertig. Dann können wir das hier jetzt wieder wegräumen. Jetzt müssten die Sachen aus dem Backofen nur fertig sein. Jetzt können wir raus holen. Wenn wir das Handtuch mitnehmen, brenne ich mir die Finger. Kupfen aus, dazu. Das sieht gut aus. Das sieht so gut. Dann machen wir das Backform rein. Kaltwasser drüber, dann klebt das schon kurz ab. So. Und dann kommt das auf die Welt. Hervorragend. Jetzt noch die Form abwaschen. Und dann sind wir hier beim Kochen heute durch. Und dann gucken wir mal, was wir nicht so anstehen können. Wir hoffen mal nicht, dass es hier linear und spontan erneut wird. Nein, das glaub ich nicht. Ich hab nichts zu wollen. Klappen nachholen. So. Oh. Äh. Mh. 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 Iwenn Le Ma. Hallo. Wie ist das jetzt? Andreas Kotziopoulos. Schönen guten Tag. Hallo. Und zwar. Ja. Ich hab tatsächlich mittlerweile eine Antwort bezüglich der Herbal Witchery. Ja. Ähm. Cypress hat eine Sondergenehmigung, Genehmigung bekommen. Ja. Das heißt, ab sofort können diese Produkte auch über Cypress bezogen werden. Ah, super. Dann könnt ihr die im Fall wieder. Dass ihr die dann darüber holen könnt über Cypress, dass ihr da wieder an Produkte kommt und entsprechend auch euer Wellness normal fortsetzen könnt. Ah, die Gesichtsmasken werden... Ne, andersrum. Die Gäste werden es den Gesicht... Ne... Die Gäste werden es uns danken, dass wir es wieder im Programm haben. Ja, okay. So rumfasst. Entschuldigung. Ja, richtig. Super. Vielen, vielen lieben Dank. Dann schick ich da eine Bestellung einmal hin. Mh. Okay. Ansonsten noch. Ähm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komisch, dass ich das kurz über Leiterste mache, wenn ich die schon dran habe. Alles gut. Immer raus damit. Bezüglich die Schnitzeljagd. Ja, Schnitzeljagd. Da war was. Ich hatte die Mail geschickt. Ja, hab ich gelesen. Ich hab mal gedacht, oh, gruselig. Aber wie gesagt, schieß los. Ja. Ich schaff's leider sonntags nie um die Zeiten. Das ist leider das Problem. Sonntags nie um die Zeiten, ja. Wie gesagt, die Frage, ähm, jetzt allgemein, wann würde es denn bei dir zum Beispiel besser passen? Bei mir ist es immer abends. Also ich bin meistens so 18, 30 um, äh, erreichbar. Unter, also, tagsüber ist halt sehr schwierig bei mir. Okay. Gut. Ähm, ging mir nur darum, weil, ne, wie ich hier geschrieben hab, möchte ja auch euch mit einbinden, eure Ideen. Ähm. Ja. Ihr spielt ja auch keinen unerheblichen Part in der Schnitzeljagd. Wäre ja gemein, wenn ich euch dann ausschließe. Alles Gute. Äh. Alles Gute. Na, Hauptaugenmerk ist ja die Lodge. Also von daher her. Richtig. Ich würde es mit den anderen mal noch absprechen, wie da vielleicht dann Zeit ist. Ja. Vielleicht kann man dann auch am Sonntag so vielleicht 19 Uhr machen. Mhm. Okay. Äh, dass ich dann mal das den anderen vorschlage, wie sie, wie es da für die wäre, ähm, dass man sich da dann vielleicht treffen kann. Das zu besprechen. Dann kommen wir ja nochmal... Dieses Wochenende kann ich es aber nicht. Ja. Das muss ich zuvor sagen. Dieses Wochenende schon mal nicht. Okay. Ja. Ich bin Samstag kurz da am Abend, weil wir Gäste haben, aber Sonntag leider nicht. Dann muss ich kurz mal auf Festen an. Mh. Mh. Okay, gut. Dann werden wir wahrscheinlich schon Sonntag ganz normal treffen, um die 13.30 Uhr. Ja, genau. Mh. Dann machen wir das nächste. Am 2. Sieg wäre das ja dann, ähm, wo du dann dabei bist. Oder halt noch mehr von der Lodge. Kannst ja gerne noch Leute mitbringen. Ich guck mal. Ja. Mh. 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 halt dauern. Oder falls wir Kostüme brauchen, je nachdem was für Kostüme, müsste ich ja dann auch vielleicht beim Masquerade anfragen und deswegen ja, würde ich sagen, am 2.7. legen wir uns dann fest vielleicht. Oder wir sagen, jetzt schon mal, dann einfach, dass wir uns jetzt in sicheren Tüten haben, dann vielleicht den 4.5. achten, dass wir das jetzt erstmal festlegen. Dann haben wir da keine Probleme. Du hast da keinen Stress mit, die Person erreichen oder sowas jetzt. Dann gebe ich das den anderen so weiter. Und dann 4.8. bis 5.8. So. Schreibe ich mir das auch schon mal auf. Das einzige größere Problem, was ich noch sehe, ich hoffe, es funktioniert alles. Ich hoffe, wir haben nicht wie letztes Jahr irgendwelche Waldenbrände. Ich verstehe das absolut. Da habe ich auch ein bisschen Grauen vor. Allgemein bin jetzt auf die Hitze wieder extrem steigt. Das ist auch einer der Gründe, warum wir das Wochenende vor, wo wir unser Wellness-Wochenende haben, wovon ich aktuell auch nicht hingehen möchte. Wir hatten eigentlich vor, am Lagerfeuer Musik zu machen, oben bei uns. Aber ich werde davon absehen, das ist mit so heikel allein Funkenflug. Da ist alles trocken, da muss nur einmal überschwenken. Vielleicht unten am Strand, aber ansonsten, das ist sicherer. Das war ja zum Beispiel auch das Feuer, was ich dann meinte in der Mail mit hier am Lagerfeuer. Da würde ich halt das unten am Strand, weil da ist Sand, da ist Wasser. Ich hoffe mal nicht, dass es da jetzt so groß Wind sein wird, dass die Funken da bis in den Wald drüber getragen werden. Genau, das ist meine Ersorge halt auch. Ich glaube, sonst würde ich auch für das Wellness-Wochenende auch keine Genehmigung wahrscheinlich vom FD kriegen. Ja, ganz. Lass sich da auch noch was umändern. Also, ansonsten setzt man sich so einfach auf eine Bank zusammen. Geht ja auch. Das geht auch natürlich. Oder wir lassen uns was anderes einfallen lassen. Wir kriegen da schon eine gute Lösung hin. Da bin ich richtig. Okay. Super. Dann da schon mal vielen, vielen lieben Dank. Dann kann ich gleich für den Wellnessbereich bestellen. Und dann habe ich wieder glückliche Gäste. Augen leuchten. Also, ich bin aktuell wirklich überrascht. Wir haben eine Belegung von über 50 Prozent teilweise an verschiedenen Tagen. Das ist schön. Das ist richtig schön zu sehen. Das ist langsam. Finde ich auch gut, dass es auch so angenommen wird. Vor allem, dass dann... Ja, aber ich muss halt sagen, also, ich finde es sehr schön. Ich finde auch die Lodge sehr schön. Ich war jetzt tatsächlich seit dem Umbau noch nicht noch mal drin. Nicht noch mal drin? Oh, okay. Aber Freya hat beim LST-Event Wellness-Tag-Gutschein geschenkt, also gewonnen. Nein, sie hat den Hauptgewinn gefunden. Okay. Oder nur den Wellness. Nicht den Hauptgewinn. Nur Wellness. Also ohne Übernachtung. Ah, okay. Kann man sich ja dazukennen. Ich weiß gerade gar nicht, ist das so eine Person oder zwei Personen? Äh, der Wellness-Gutschein. Lass mich kurz nachzudenken, dann kann ich dir das sofort sagen. LST. Sponsoring. Das ist schon auf die zweite Seite gerutscht. Sponsoring. Ehrlich. Ähm. Ja, wo ist es denn? Ne, das ist Zanesia. Hier. Sponsoring LST. Das waren Tageskarten-Rückenmassage mit Wellness-Tageskarte für zwei Personen. Das ist für zwei Personen, der Gutschein. Ah, okay. Gut. Ja, dann kommen wir bestimmt dann auch mal da vorbei. Sehr, sehr gerne. Der ist nämlich für zwei Personen jeweils 24 Stunden im Wellnessbereich und eine Rückenmassage dazu. Hm, okay. Das klingt doch. Das kann man sich mal gönnen. Ähm, kurz. Ich bin gespannt. Dann, wenn du das buchst, bitte, und einlesen möchtest, dann drei Tage vorher brauchen wir ungefähr, dass ich sicherstehen kann, dass die Leute auch da sind. Ja. Ja, also es hat auf jeden Fall noch, ähm, auf jeden Fall noch Zeit. Okay. Ähm. Sie haben, ja, es hat halt ein bisschen zu tun, auch dann noch nebenbei. Alles gut. Also, ich mach ja jetzt grad nicht nur die Schnitzeljagd. Ich schreib nebenbei noch eine Vereinssatzung und dann das CASA-Tagesgeschäft, was noch dazu kommt. Das ist einiges, das glaub ich. Ähm. Ja. Ich bin ganz froh, wenn der Verein auf jeden Fall steht. Ja. Weil dann ist Kommunikation noch leichter. Ja. Und selbst wenn die Schnitzeljagd jetzt durch ist, es stehen noch fünf weitere an. Ja, dann. Wird nicht langweilig, oder? Ich hab... Ne. Ja, deswegen. Okay, weiß ich da schon mal Bescheid. Ja, dann. Dann danke ich dir. Auch für die Informationen. Gerne, gerne. Und hab noch einen schönen Abend. Sehr gerne. Danke, ebenso. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, cool. Wunderschönen. Hallo. Sorry, ich hab nur mit dem CASA grad telefoniert, deswegen tun wir das nicht. Alles gut, alles gut. So, du hattest angerufen. Ich hab ihn angerufen. Moment, äh, kurz für dich schon mal zur Info. Ähm. Wegen der Herbal Richery. Ich habe gerade vom CASA die Info bekommen, dass, äh, Cyprus eine Sondergenehmigung bekommen hat, ähm, dass wir die Produkte für den Wellnessbereich, die uns ja jetzt schon größtenteils ausgehen, ähm, über Cyprus bestellen können. Die können uns die importieren. Das heißt, die Gesichtsmasken und die Öle, dass wir wieder alles auf Lade haben. Okay. Das ist super. Das heißt, wir können theoretisch hingehen, die Bestellung, die wir damals hatten, eins zu eins dann an Cyprus schicken. Okay, das ist cool. Okay, gut. Ich hab angerufen. Äh, Moment, lass mich mal kurz den Pritzlappen hier weglegen, sonst, äh... Ja, ich hab dir zwei, drei E-Mail, äh, äh, Dinger. Äh, äh... Eine, eine Kollegin ist auf mich zu, zugekommen und hat gemeint, sie hätte gern ein junges, einen Abschied. Lodge wäre geil, hat sie gemeint. Ja. Da hab ich gesagt, ja, das kriegen wir schon hin, das wird irgendwann zwischen, ich sag mal, in Anführungsstrichen heute und im 27.7. stattfinden. Mhm. Ähm. Ähm, die wird aber dann entsprechend entweder mich oder auf dich zukommen. Okay, bitte achten bitte auf Juli, weil wir haben im Juni eigentlich schon die letzten beiden Wochenenden dicht. Ja, deswegen. Also, da gucken wir mal. Äh, und Anfang August haben wir jetzt auch, weil ich habe gerade eben von Ray erfahren, diese Horrorschnitzliag, wo wir auch voll drin eingebunden sind, soll... Also er hat es jetzt spontan beschlossen, dass es vom 4. auf den 5. stattfindet. Okay. Äh, am 4. und 5. August. Mhm. Das heißt, dieses Wochenende ist osch, also das ist theoretisch dann in den beiden Tagen auch nicht mehr möglich. Okay, aber es steht schon in, äh, in... Ist noch nicht eingetragen. Wie gesagt, ich habe gerade aufgelegt und habe direkt wieder gewinkt. Okay. Okay, dann, dann wäre es super, wenn du das einträgst, weil dann kann ich, wenn ich sie später sehe, ihr einfach mal ein paar, paar, äh, geblockte Daten geben, dass sie da, äh, dich schon mal rausnimmt. Oder dass ich sage, okay, hier, ich mach dir mal einen Vorschlag. Ja, ich guck gerade, ob ich Julie einfach hingehe und das einfach mal... Okay. Aber gerade ist sie gerade zickig zu mir. So ist sie manchmal. Äh, Bido bringe ich heute Abend wieder zurück. Ja. Dann hast du geschrieben, genau. Äh, weil ein Kollege von mir schnell umziehen musste und da ich zeitlich nicht so ganz den Ding hatte, er hat mir den Schlüssel schon zurückgegeben. Stehe gerade in der Tiefgarage unten, fahre ich hoch und nehme dann mein Auto wieder. Okay. Ähm, ja, weil ich ihm eigentlich versprochen habe, dass ich ihm helfe, aber das hat nicht so ganz geklappt von der Zeit her, weil ich nochmal, nochmal los musste. Okay. Wie gesagt, dann hast du zumindest hier ein vernünftiges Auto dafür. Das ist so schön. Äh, ich hab's gerade mal eingetragen... Ich sperre jetzt einfach mal die Zeiträume, dass wir, ähm, da schon mal auf der Sicht... Und ich glaube, wir haben 50 Dollar zu viel bei Dorado abgerechnet. Ja, die weiß, dass ich heute nicht in der Lodge bin, deswegen. Mhm. Okay. Ich muss sie natürlich zicken. Nee, du bist nicht da, dann kann ich meckern. Ja, ist da. Ich darf auch mal einen Tag nur kochen, backen und andere Sachen machen. Mann. Richtig. Richtig. Alles gut. Immer diese Zicken. Äh, und ich glaube, wir haben 50 Dollar zu viel bei Dorado abgerechnet. Ja, das Problem ist, als ich reingegangen bin, waren die 10% nicht eingetragen. Ich hab ihm dann die 60 Dollar gesagt, hab es eingezahlt und später tauchten die 10% auf und ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Und dadurch hab ich dann... Ja, jetzt haben wir 50 zu viel. Okay. Ähm, zur Not gehst du einfach hin und kannst ihm das gerne die zurückerstatten, dann ziehen wir das wieder ab. Okay. Aber das hab ich leider... Aus irgendeinem Grund wurde mir das nicht angezeigt, deswegen hab ich ihm die 60 genannt, die noch übrig waren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, er ist im Nachgang, wie gesagt. Okay. Ne, alles gut. Alles gut. Alles gut. Gut. Ne, dann ist das jetzt, ich sag mal, das, was ich jetzt hatte. Okay, wie gesagt, in der Not machen wir eine Rückbuchung, Rückerstattung. Und ähm, ähm, äh, genau. Äh, jetzt guck ich gerade. Ähm, auch Sarah ist oben, sehr schön. Ähm, dann sehen wir gleich eine Bestellung rausjagen am besten. Ne, jetzt, wie gesagt, dann macht die Rücküberstattung, wie gesagt, bei mir wurden 60 angezeigt und nicht die 10% aus irgendeinem Grund. Deswegen hab ich die nicht berechnet. Wie gesagt, da waren 60 übrig. Okay. Die wurden nicht angezeigt, okay. Äh, dann machen wir eine Rückbuchung von den 50 Dollar. Mhm. Und dann sind wir auch wieder auf der sauberen Seite. Genau. Dann machen wir das einfach. Ähm, ja, ansonsten, das hab ich abgeschlossen, das hab ich abgeschlossen. Genau. Dann, mehr hab ich grad nicht. Wie gesagt, Kasimir hab ich eingestellt, hast du aber schon bestätigt? Der hat morgen spät, bin ich auch wieder hier oben, dann kriegt er morgen so ein bisschen so zum Aufwärmen. Der möchte später auf Wander gehen. Das heißt, der wird von dir, so wie ich das mitgekriegt habe, im Wellnessbereich unter Massagen nochmal ausgebildet. Mhm. Ja, im Prinzip, das Schöne ist, ich kann ihn hier auch so ein bisschen ausbilden. Wie und wo ihr das macht, ist mir wirklich egal. Nee, nee, das tut krümer, das tut krümer. Ähm, aber, ähm, ich hab unter, ah genau, Kooperationsverträge sind gestern rausgegangen, hab ich an alle drei geschickt, die ich hatte. Also Paredes Outdoor, Montenheim Style und, äh, Stress Free. Ähm, ich glaub Stress Free ist auch schon zurückgekommen, die anderen Gastern noch nicht. Hab ich aber Bescheid gegeben. Ähm, ich hab mit Mr. Sean gesprochen, der war gestern da. Ähm, Buchungsbestätigung ist soweit raus. Ich muss da nur ein paar Sachen ergänzen, die ich mit ihm noch abgesprochen hab. Die sind jetzt in der neuen noch nicht drin. Ähm, muss ich einfügen und dann stelle ich eine komplette Vorlage sozusagen, die wir dann ab jetzt nehmen können, zur Verfügung. Oh geil. Die lasst, äh, dass ihr die nur noch aus, ich werd die dann von mir aus an den Account schicken, dass wir die vorne im Posteingang haben. Und dann könnt ihr immer diese eine Reservierungsbestätigung nehmen. Okay, super. Das ist vielleicht auch für alle dann auch leichter. Aber wir haben ja jetzt die rechtlich abgesicherte dadurch dann auch. Sehr. Ähm, mach ich dann sobald ich hier... Ich will jetzt gleich mal kurz runter zum Drachenboot fest, deswegen... Ja, ich komm später auch. Ah, okay. Schön, schön. Ja. Es ist, äh, es ist variatetisch. Ist ja doch. Ah, okay. Da muss ich natürlich dabei sein. Ich hab ne Ahnung warum. Genau. Mit Maxi hab ich auch schon gesprochen, äh, in dem Chaos Woche heute irgendwann zwischendurch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich mit ihr Telefon... Ich hab ein paar Mal Telefon... Heute? Ich musste sie... Ne, heute nicht. Gestern? Nein, vorgestern. Vorvorgestern? Äh, keine Ahnung, ich bin durch. Äh, diese Woche ist einfach ein bisschen viel für mich. Deswegen auch der Tafaya auch schon sehr günstig. Ähm, geht um ne Grafik für das Wellness-Wochenende, Paket-Wochenende. Und wir haben die erste Angebot bekommen von DJ Nox. Der, der hat das ja geradezu geschenkt uns, das Wochenende. Ähm, für die zwei Stunden. Also tatsächlich, äh, es ist, ähm, ja... Das ist geschenkt. Ich hab... Es ist so blöd, das klingt. Ich hab's von, äh, DJ Dior auch, weiß ich's. Das sind 300 Dollar, zwei Stunden. Okay. Okay. Also... Ähm... Also kommt das auch ähnlicher raus. Äh, ja gut, aber die, die kennen sich ziemlich gut. Also eventuell haben sie sich ein bisschen... Ja, wenn man jetzt halt im Vergleich dazu sieht, äh, Winter... Ja, ich glaub, deswegen hab ich gerade so, hm, das ist übrigens nicht... Ja gut, ich kenn Felix ja jetzt auch schon anderthalb Jahre, deswegen, äh, dementsprechend... Ja, vor allem der, der macht halt einfach... Ist, ist, ist der, ist der, ist der absolut unkomplizierter Mensch. Felix? Felix? Nox? Ja. Ja, das stimmt. Der ist einfach ein Schatzchen manchmal. Also, du, 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 du gehst her und sagst hier, bitteschön, ich hätte gerne. Ja. Äh, keine Ahnung. Gut, für Country kannst du nicht haben. Äh, da bin ich auch nicht so für, aber okay, ja. Aber ansonsten, du sagst, was du haben willst und der stellt dir einfach eine Playlist zusammen. Das ist dem scheißegal. Das ist dem absolut scheißegal. Das ist ein absoluter, absoluter Allrounder. Ja. Günstig. Mhm. Also. Mit Freundschaftspreis, ja. Ich muss noch nichts weiter eingehen. Ja. Also, so blöd es klingt, äh, ich hab nämlich auch die Anfrage bekommen von, äh, Lili, also die Frau Burnett. Mhm. Äh, ob man da auch ein DJ hinstellen kann, hab ich gesagt, natürlich. Also entweder du sagst hier, bitteschön, du hast selber einen. Mhm. Und sonst kannst du auch gerne einen, einen Wunsch-DJ, dass man den versucht zu organisieren. Ja. Alternativ können wir genauso gut, äh, dann selber einen hinstellen. Mhm. Also, dass wir dann entsprechend aussuchen, also da muss ich sagen, ja. Also, ich bin tatsächlich da, also wenn es Richtung, äh, Techno, Dark Techno gehen soll, dann würde ich eher auf Dior gehen. Mhm. Aber ansonsten, Nox ist immer eine gute Idee. Der ist immer ein guter Joker, das stimmt. Gut, ähm. Weil, ich will gar nicht wissen, was Kajal verlangt. Das weiß ich nicht, aber die hab ich beeindruckt mit, äh, mit dem Wochen-, äh, mit der Buchung, als ich für Shamrock bezahlte, ähm, dann, äh, die hab ich aber gebucht für die Tanzgruppe am Montag. Und wie die dann da war, hab ich mit ihr gequatscht. Und die so begeistert von der Lodge, deswegen. Ja, die macht da sicherlich immer wieder was, also über Shamrock dann. Ja. Von daher, ähm, die macht auch einen guten Job, aber sie hat halt so ihre Eigenheiten. Aber das ist in Ordnung. Aber hat hier nicht jeder von uns seine Eigenheiten? Richtig, richtig. Äh, von daher alles fein. Ja. Ich hab sie bloß damals beim Technology mitbekommen. Okay. Ähm, wegen dem Horrorschnitzeljagd nochmal. Ähm, dadurch, dass wir ja ein großer, erheblicher Teil davon sind, ähm, aktuell ist es ja so, ja, die Lodge wohl eher nicht wie hier, aber, ähm, du weißt, was ich mein. Ähm, möchte er uns super gerne, ähm, in alles mit einbinden. Und hat deswegen gefragt, äh, ob ich, ob du, ob, äh, wir auch immer aus dem Team gerne, oder wir alle dazukommen, zu den Treffen gerne wollen. Deswegen hab ich gesagt, ich kann mittags 13.30 nicht sonntags. Ähm, allgemein nicht. Das schaff ich nicht. Ähm, ich bin eher abends erreichbar. Ja, ja. Und, ähm, aber... Das wäre für mich durchaus möglich. Wann ist denn das? Jeden Sonntag treffen wir sich, ähm, 13.30, äh, hier steht Black Beauty Apartments, Klingelschild, Kotiopoulos. Black Beauty Apartment? Äh... Keine Ahnung. Äh, zur Not ruf ich ihn an. Ich... oder hier unten, du kannst ihn auch anrufen, da steht ne Telefonnummer bei von ihm. Okay, ich geh mal davon aus, dass das in der Nähe vom Stadtpark das ist. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die... Black Beauty Apartments, also da, wo Dynasty das Event hatte damals. Ja, obwohl ich hab mit Jan mal, ähm, ne Führung gehabt, das müsste am Stadtpark sein, eigentlich... Ja. Also wenn du von der Dynasty kommst, vor dem Stadtpark auf der Ecke links. Ja, ich glaub auch. Ich glaub das ist tatsächlich das. Ähm, da hab ich's... Ja. Da hab ich's... Da hab ich's gesehen gehabt. Äh... Ich mein, da war's auf der Ecke, genau. Da war das... da war das Dynasty Event. Ja. Naja gut, äh, Sonntag 13.30, das kommen wir auf der Reihe. Ja. Schreib ihn ruhig an, ähm, ich hab gesagt, ich schaff's nicht. Vielleicht nächstes Wochenende, da will er gucken und mit den anderen sprechen, ob wir's vielleicht auf 18.30, 19 Uhr dann abends liegen, dass ich auch dabei sein kann. Ähm, aber wie gesagt... Ich hab's dabei, das auch mit denen zu organisieren und planen, nur weil mich dann bitte danach ein, was jeder gemacht hat. Ah, nein! Nicht? Also ehrlich. Ne, das kriegen wir auf die Reihe. Wahrscheinlich, wenn er meine Lache allein hört, dann... dann bin ich schon eingestellt für die ganze Geschichte. Dann bin ich die gruselige Gastgeberin. Das darfst du gerne machen. Ähm, genau. Ähm, das Einzige, wovon wir beide auch... Da, weil wir das Thema hatten, wir werden von Lagerfeuern irgendwo hier oben bei uns absehen. Die Waldbrandgefahr ist zu hoch. Wenn, spreche ich, ähm, wir werden das wenn unten machen am Strand, aber auch nur mit Absprache mit dem, äh... FD. FD, genau. Das ist sonst zu heikel. Der Boden ist jetzt schon, wir versuchen so viel zu tränken wie möglich. Jamie ist da echt fleißig und war gestern auch wieder zig Eimer am Schleppen. Ich glaub, unsere Wasserrechnung wird ziemlich hoch werden. Ähm, dementsprechend, äh, das ist mir zu heikel. Ein Funken, der falsch liegt und, äh, äh, er sagt auch, die Waldbrandgefahr ist zu hoch und deswegen will er das mit dem Lagerfeuer auch nur am Strand machen und nicht oben bei der Lodge. so, äh, so wie wir es ja ursprünglich vorhatten, ähm, was Sarah vorgeschlagen hat, Lagerfeuer, Gitarrenmusik, äh, oben bei uns auf dem Sandplatz. Aber das ist zu nah. Das ist viel zu nah. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da ist die Gefahr zu hoch. Ich werde das FD die Tage jetzt mal anrufen und fragen, wie es aussieht unten am Strand, ob das da soweit möglich wäre. Ähm, dann frage, kann ich direkt mit, äh, mit, äh, für Ray dadurch auch mitfragen. Und, ähm, ansonsten, genau, weil sonst streichen wir das Ganze. Es ist einfach zu gefährlich. Gerade mit der Waldbrandsaison zusammen. Naja, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Das wird ja jeder verstehen. Vor allem, wenn sie es sowieso nicht wissen, dass wir es anders geplant hatten, dann haben wir es heute genau da geplant und gut ist. Ich hatte noch nicht nachgefragt, weil ich das, äh, die Entwicklung mir selber auch erst mal angucken wollte. Wie ist das? Wie trocken? Wie schnell trocknet das? Und, äh, das, was ich jetzt in den letzten zwei Wochen beobachte, das ist mir zu heikel. Wenn das... Und wir haben noch nicht mal die Spitzenzeiten erreicht. Richtig. Also, man konnte... Das ist, äh, gefährlich, ja. Man konnte tatsächlich mit einem großen Waldbrand rechnen. Danke. Dann kann ich aber, äh, dann sind wir hier aber mit der Lodge ziemlich, äh, dann kann ich evakuieren und wahrscheinlich im Anschluss nur noch die Reste zusammengehren. Ah, ach nee, das können wir auf die Reihe. Deswegen. Okay. Das kriegen wir schon auf die Reihe. Also, das ist, äh, nicht das Problem. Ähm, von daher, ja. Ja. Das wäre tatsächlich mega geil. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier... Also, weil ich sag mal, so Schlüsselkarten wären tatsächlich ohne Probleme da zu machen. Also, ähm, also, wenn man, wenn man das dann entsprechend, ja... Das wäre jetzt so mein Gedanke, also, weil ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal darauf angeschlossen, äh, gesprochen, weil wir waren ja nicht, äh, wirklich, ähm, also, bisher war es ja so, dass viel, also, in den letzten Wochen ist es sehr oft vorgekommen, dass gesagt wurde, ja, wir wollen mittags ausstecken. Es war aber mittags keiner da. Ja, ja. Und das ist das große Problem. Und wenn wir so einen Schlüsselkasten theoretisch hätten, wo die das einwerfen können, dann wäre das schon mal kein Problem. Ja. Dann ist derjenige, der als erstes dann, äh, in Dienst kommt, guckt der nach den Karten, sind die zurück und dann kann das Ganze erledigen. Richtig. Richtig. Also, das wäre natürlich das Optimale. Das wäre optimal. Ja. Wie gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich heute schaffe, da anzurufen bei McGill. Vielleicht morgen muss ich gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Aber das sind so die Gedanken, die mir in den letzten, die mir Zeit so aufgekommen sind auch. Ja. Habe ich sowieso schon mal angesprochen gehabt. Hattest du auch erwähnt. Genau. Ja. Ansonsten, ähm, Vertrag für Alwanda habe ich jetzt, ähm, nochmal mit, ähm, Mr. Shaw durchgesprochen gehabt. Ähm. Alwanda gefällt mir einfach vom Namen nicht. Bin ich ganz ehrlich. Das klingt so, das kann man irgendwo überall sehr einsetzen. Ich möchte aber schon irgendwas Spezielles für unsere Lodge haben. Und, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aktuell habe ich mir zwei Sachen ausgedacht. Einmal Hotel Specialist und einmal Hotel Assistant. Aus dem Grund, der wird ja dann so, äh, der deckt ja den Concierge ab, den Gastgeber und den Wellnessbereich, Fachkraft. Ja. 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 Das kann nur einen gehen. Bender und Werter. Äh. Ne, ich würde schon am, ähm, Hotel Specialist oder Hotel Assistant bleiben. Bleiben wir schon bei dem Ganzen einfach. Ja. Okay. Bender ist einzigartig. Der, der, der kann keiner rankommen. Das funktioniert nicht. Oh, okay. Dann, 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 dann. Der ist eh schon beleidigt. Also von daher. Alles gut. Ja, der ist dauerbeleidigt. Ah, nee. Ich, 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 ich muss dem echt mal ein paar Drogen mitbringen. Versuch's mal. Also mit meinen Bestechungen bin ich langsam am Ende. Ja, so ein bisschen. Oxycodon oder so. Keine Ahnung. Oxycodon. Ja, doch. Wird schön. Wird schön. Wird schön. Okay. Dann, dann hau ich weg. Okay. Ja. Will ich. Schau mal. Okay, ja, so wie. Gut. Dann werde ich jetzt erst mal nochmal ausklungen. Ja. Und ich hab jetzt sogleich einen, ähm, Termin. Ja. Und danach geh ich außer Dienst und guck mir, ähm, die zweite und dritte Tanzeinlage, äh, von Variety am Drachenbootfest an. Ja. Und dann ganz viel Spaß. Ich guck mal, wie ich das schaffe, wo ich lande, wenn ich jetzt, äh, starte. Ich bin nämlich auch noch nicht unterwegs. Ich war nämlich nur einkaufen und dann hab ich ein bisschen gebacken und gekocht. Ich brauchte das halt einfach mal zum Ausgleich. Oh, und Cranberrysaft hab ich gemacht. Ich brauchte mal ne Abwechslung zum Orangensaft. So doof es klingt, wir sollten eigentlich mal nachfragen bei einem ehemaligen, äh, Vichery-Mitarbeiter, ob man die Kirschkernkisten selber machen kann. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, aktuell können wir jetzt hingehen und über Cyprus bestellen. und, ähm, das Einzige, was wir vielleicht anfragen könnten, ist irgendwann, ob wir versuchen, ob wir vielleicht mit dem Department of Health sprechen oder so im Warehouse oder wie auch immer, dass wir die vielleicht auch irgendwann selber herstellen können. Aber da müssen wir mal gucken. Das war natürlich so. Aber, wie gesagt, lass uns da peu à peu nicht alles auf einmal. Wir haben ja noch nicht mal unsere eigenen, ähm, Speisen. Ja, da mal so blöd nachfragen, weil das ist, ähm, ich hör jetzt, Moment, wann haben wir ja erster dritter oder so? Hm? Erster dritter haben wir übernommen, gell? Ja. Ja, offiziell. Ja, von daher kann man noch so drei, vier Monate durchaus mal nachfragen. Wie es denn guckt? Außerdem, äh, ja, der, der Wellnessbereich, wenn der halbe Auslastung ist, dann sollte man es tatsächlich... Ja, doch. Ja, ich guck jetzt erst mal. Ich hab, äh, dadurch, dass Sarah oben ist, frage ich sie, ob sie die Bestellung gleich mal losjagt, dann haben wir die Gesichtsmasken nämlich auch dann wieder im Sortiment, ähm. Das heißt ja wieder, erst mal. Oder erst mal, überhaupt. Aber, ähm, genau, dann kämen wir da mal einen Schritt weiter. Ja. Guti, ich schwing mich aufs Fahrrad und fahr mal zu Silvis runter. Okay. Dann, äh, sehen wir uns hier vielleicht später. Okay. Ich freu mich. Dann, bis später. Okay, bis dann, liebes, ciao. you аю Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, Lumi. Lumi hat er angerufen. Ja, dann erst muss Sarah anrufen. Hallo. Hallöchen, meine Liebe. Ich habe gerade eben mit Casa telefoniert. Rückmeldung wegen Habevicheve. Unser Problematik, dass wir ja keinen Ware nachgegen und inzwischen ziemlich Ebbe sind im Schrank. Ja, ich kenne das Problem, ja. Du kennst das Problem, okay. Cyprus hat eine Sondergenehmigung bekommen, damit wir bei denen bestellen können. Okay. Das heißt, bitte einmal hingehen, falls du gleich Zeit findest und nicht überrannt wirst gerade. Die Bestellung, die wir an die Herbal Witchery, ich glaube, das war Anfang Mai irgendwann, Anfang Mitte Mai oder Ende April. Ich weiß es nicht genau, musst du mal gucken. Die einmal kopieren und bitte als Bestellung an Cyprus schicken. Genau, dass wir da besonders mit den Gesichtsmasken, dass wir da auch weiterkommen und die Kirschkernkästen und so weiter, dass wir da wieder das Lager voll haben. Ansonsten, falls du magst, Lust, Zeit hast, beim McGill anrufen wegen drei Dingen. Einmal, ob es eine Möglichkeit besteht, einen Schlüsselkasten bei uns anzubringen, wo unsere Gäste, wenn wir nicht gerade vor Ort sind, die Schlüsselkarten einschmeißen können. Ob das da eine Möglichkeit gibt. Zweitens, ob wir den zweiten Wellnessbereich bekommen könnten. Durch die hohe Auslastung, die wir im Wellnessbereich jetzt die letzten Tage haben, ist es sehr voll geworden und die quetschen sich dann teilweise. Besonders spannend wird es dann auch für das Wellnesswochenende Ende Juli, das wird dann sehr, sehr voll werden. Ob die Möglichkeit besteht, den zweiten Wellnessbereich auch zu öffnen, wenn es zu voll wird. Also nicht auf Dauer, sondern nur, wenn es zu voll wird einfach. Und die dritte Frage habe ich schon wieder vergessen. Moment, ich komme gleich drauf. Wellnessbereich, Hilfkasten und das dritte war... Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Mein Kopf ist heute nicht witzig. Nur wenn du Zeit und Lust hast, natürlich. Ansonsten, man kann es lieb nachfragen. So ganz, ganz lieb und so. Wegen den Suiten oder den öffentlichen Wellnessbereich. Du weißt schon, unsere fehlenden... Unsere Dauervorstelle? Die Dauer, genau. Ach, du hast das viel hübscher ausgedrückt. Ach, was wäre ich ohne dich. Genau. Dauervorstelle klingt doch gut, oder? Ach, das klingt viel entspannter. Das stimmt. Ja, genau. Das ist einfach mal ganz, ganz lieb nachfragen. Wie gesagt, die eine Sache, die ich fragen wollte, ist weg. Aber vielleicht mal bei den Sachen. Wie gesagt, wenn ich dann eine Anfrage bezüglich des zweiten Wellnessbereiches, kann ich das ja ansprechen. Ja, du machst das bestimmt ganz geschickt und liebevoll. Da bin ich mir sicher. Ja, die Fragen, wie das ausschaut aktuell, da wir eine hohe Auslastung haben, wäre es nicht schlecht, wenn wir vielleicht eventuell den öffentlichen Wellnessbereich oder die Suiten dazu bekommen würden. Wenn nicht, wäre es schön, wenn man den Durchgang benutzen könnte zu dem extra zweiten Wellnessbereich. Das wäre hervorragend, genau so. Dafür liebe ich dich. Ich kann das ja schön formulieren. Hervorragend. Die drei Kooperationsverträge habe ich gestern von der Kanzlei Sean McKnight bekommen, habe ich auch schon weitergeleitet. Lediglich Stress-Free hat schon geantwortet, die sind unter Verträge. Ja, das hast du gestern schon gesagt. Genau. Ansonsten, Reservierungsbestätigung haben wir auch bekommen, aber die ist noch nicht ganz fertig. Da habe ich noch einen Abschluss gemacht und mit Mr. Schaar besprochen. Ich werde jetzt hingehen, wenn ich gleich eine freie Minute habe, werde die mit den beiden kombinieren, die wir abgesprochen haben mit der Kanzlei, mit Mr. Schaar eigentlich, und die von meinem Privataccount an die Babylot schicken, damit wir im Posteingang eine Reservierungsvorlagenbestätigung haben, auf die wir, auf du oder Sarah oder Emilia oder so zugreifen könnt, wenn ihr die braucht. Das ist am einfachsten für uns einfach aus. Die mache ich dann gleich noch irgendwann fertig. Ich muss jetzt erstmal kurz zu C-Bees. Ja, ja, alles gut. Genau. Ich rufe mal Cypress, äh, nee, ich bestelle mal bei Cypress zum Zuhörer. Okay. Ich bestelle mal bei Cypress, ähm, dann rufe ich Mekiel an. Genau, wie du Zeit hast, wie gesagt, keinen Stress. Keinen Stress, ist viel zu warm dafür. Ja, wie gesagt, ich habe auch geschaut, es gibt heute wieder das, also, weder auschecken noch einchecken, habe ich gesehen. Oh, da hast du einen spannenden Tag heute. Uiuiui. Weder das eine noch das andere steht heute an. Ja. Deswegen, ähm, ich schaue mal die Bestellung an, die wir gesendet haben, an die Herbal Witchery, und dann mache ich das mal und ich schreibe dir dann noch, okay? Ja, super, supi, ich lieben, lieben, danke dir. Damit du auch gleich verschaltet warst. Danke dir. Ja, ja, sehr gerne. Wenn es was größeres ist, rufe ich dich dann einfach kurz an und informiere dich. Dann, ähm, Gedanken, ähm, ich hatte ja auch mit einem Arbeitsvertrag für den Arounder und so weiter gesprochen. Mir gefällt die Bezeichnung Arounder nicht, weil Arounder kann man überall einsetzen, das muss nicht auch von Hotel bezogen sein. Das kannst du theoretisch auch bei CBs, bei, äh, im Krankenhaus und wo auch immer machen. Deswegen waren meine ersten Gedanken, ich glaube, da hatten wir gestern auch kurz drüber gesprochen. Ähm, Hotel Specialist oder Hotel Assistant? Eins von beiden. Ich weiß nur nicht, was besser klingt. Deswegen, das war so ein erster Gedanke. Das war Assistant und? Hotel Assistant oder Hotel Specialist? Ich glaube, Assistant klingt, glaube ich, dass es uns am ehesten trifft. Ja, okay. Specialist klingt irgendwie so, als müsstest du irgendwelche Fachkenntnisse in irgendeinem Bereich haben. Naja, er hat Fachkenntnisse im Concierge-Bereich, er macht den Gastgeber und er macht den Wellness-Bereich mit Massagen. Er ist ja in allen drei Sparten unterwegs. Ja, aber Specialist klingt für mich, es wäre in einem Sparten sein Spezialist. Ah, okay, so meintest du das, ja. Das kommt für mich, also vom Feeling her. Ja, okay. Assistant klingt so, als würde überall ein bisschen assistieren. Okay, ja, das ist dann gut. Aus meiner Perspektive. Der Spezialist ist halt sowas, wo man sich auf eine Sparte in einem Bereich auf eine Sache fokussiert. Ja, da hast du recht, dann passt der Assistant eindeutig besser. Also aus meiner Perspektive. Ich kann, du kannst gerne auf was anderes. Nee, nee, deswegen frage ich ja nach, weil ich einfach nicht weiterkam, deswegen. Und deswegen frage ich lieber euch, weil mit euch zusammen, weil wir sind ein Team und kriegen das dann gemeinsam und besser hin. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Deswegen frage ich ja extra. Supi. Das stört meine Meinung dazu. Also für mich klang das eine irgendwie ein bisschen zu... Zu speziell. Zu speziell. Also eher zu falsch für das, was die Positionsbeschreibung ist. Okay, ja. Perfekt. Okay, supi. Dann, ähm... Genau, ansonsten. Ähm, du erinnerst dich an die Horrorschnitzeljagd, die angefragt wurde? Ja, da habe ich im Posteingang gesehen, da gibt es Ideen. Genau. Infos mal. Ich habe mit Ray telefoniert heute. Und wir haben ein Datum, das ist der 4.5.8. Schon mal. Und... August, Entschuldigung. Man sollte vielleicht den Monat noch dazu nennen. Ja, mittlerweile muss man im Monat bei vielen Sachen dazu nennen, ja. Ich habe jetzt, ähm, ich war kurz in Juni, die zickt mich heute ein bisschen an. Aber, ähm, ich bin jetzt hingegangen und habe das Wochenende 4.5., also die zwei Tage, gesperrt. Genauso wie, ähm, unser Wellness-Paket-Wochenende. Das habe ich einmal komplett gesperrt, dass da keine Buchungen oder so reinkommen. Und ich habe das Wochenende davor, ich glaube, 22.23 oder so war das, habe ich auch gesperrt, weil da ist ja noch die Frage, ob der Herr Winters da jetzt die Hochzeit nachfeiert, äh, in Feierlichkeiten mit der Lodge oder so oder nicht. Und, äh, da das noch nicht ganz feststeht, habe ich es erstmal reserviert, dass da jetzt erstmal auch nichts reinrutscht oder irgendwas Zusätzliches ist. Nur, dass du dich nicht wunderst, warum da auf einmal gelbe Balken auftauchen und, äh, da keine Sachen eingetragen werden. Okay, äh, genau, jetzt, äh, wegen dem Horror-Schnitzel-Jagd-Teil da. Falls du Lust und Zeit hast, ähm, aktuell findet am Sonntag um 13.30 Uhr eine Besprechung statt. Ich kann um die Uhrzeit leider nicht. Ab dem Zweiten möchten die versuchen, er will das besprechen, ähm, das Ganze auf abends 19 Uhr zu legen, die Besprechung. Ähm, weil dadurch, dass wir ja Hauptbestandteil größtenteils sind mit der Lodge, also die Lodge, nicht wir, äh, haben wir da ja auch ein Mitspracherecht und Ideensammlung und was nicht alles. Und deswegen hat er gesagt, ähm, hätten er gern mich oder dich oder unser ganzes Team oder wer immer Zeit hat, gerne dabei. Ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Und, ähm, falls du Lust hast, ich hab Sarah auch schon Bescheid gesagt, falls sie Bock hat, da hinzugehen, könnt ihr das alles gerne machen. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Ich, und das Einzige, was ich bitte, ist, ähm, wenn ihr da seid, dass ich danach informiert werde. Da kam direkt so, nö. Sonntag war das, oder? Ja, ist aber keine Pflicht. Das steht auch in der E-Mail drin. Ja, ich lese mir die E-Mail danach nochmal durch. Ja. Okay, dann... Vielleicht hab ich... Ich hab nämlich auch Bock, ein Rätsel zu machen. Okay. Ich weiß nicht, inwieweit, ähm, Rätseln oder was auch immer. Vielleicht lässt sich das ja in die Planung mit einbinden. Das ist durchaus möglich. Ja, mal schauen. Müsstest du halt gucken. Ich, ich, ich bin nicht so für Horror. Ich lese mal die E-Mail durch. Vielleicht, oder vielleicht inspiriert mich das für was anderes. Okay, sehr gerne. Oder du sprichst Ray darauf an. Ähm, äh, die, äh, Handynummer steht da unten drin. Für Rückfragen. Okay, perfekt. Ja. So, wie ansonsten haben wir abgemacht, ähm, kein Lagerfeuer oberhalb, weil er hatte auch Lust auf Lagerfeuer. Die Waldbrandgefahr ist aber zu hoch in dem Zeitraum. Können wir nicht machen. Ja. Ja, ja, könnten aber das FD fragen unten am Strand. Ja. Das hat er mir nochmal mitgeteilt. Nur so schon mal für dich. Ja, ja, das wäre alles spannend. Dass das entspannte ist, weil die Gefahr ist zu hoch mit dem Waldbrand. Ja, ja, klar, verstehe ich vollkommen. Okay. So, wie, dann, ähm. Die Mail an Zepres ist schon raus. Oh, danke dir, du bist ein Schatz. Hab ich nebenbei gemacht, also. Okay, super, dann. Ja, hoffentlich kriegen wir dann bald eine Antwort oder eine Anruhe. Eine Lieferung wäre mir, äh, herz aller lieb, nett auszudrücken. Ja, du. Das wäre so optimal. Du willst nicht wissen, ich erwarte auf meine Zepres-Lieferung von letzter Woche, wegen den, ähm, wegen den Notizzetteln von Zepres, wo ich gesagt habe, ich bräuchte die innerhalb von Tagen. Achso, hast du die, äh, lose eigentlich bekommen? Ne, bis heute nicht. Oh, okay. Ich hab angerufen, hab gesagt, wir bräuchten die für einen Verein für das und das Event. Ja. Wir würden sie halt für die nächsten zwei Tage brauchen. Ja. Ja, kein Problem, ich soll das so mit in die Mail schreiben. Hab ich in die Mail geschrieben, rate, wer bis heute keine Lieferung bekommen hat. Oh, Mann. Das ist allerdings doof. Wir hätten das Glück, dass wir, äh, also unsere 40 Lose hatten. Ja. Weil sonst hätten wir das alles einstampfen müssen. Oh, Mann. Ja, so warte die, wie gesagt, das wollte ich dich auch noch fragen, ob du schon was gehört hast mit den Losen. Absolut nicht. Okay. Ich, wir haben, glaub ich, noch welche. Ich muss, muss ich nachschauen. Alles gut. Ich hab noch keine Zeit dafür gefunden. Aktuell brauchen wir ja da nicht, ähm, wenn es soweit ist, wenn du den Liefern kriegst, bringst du die 40 wieder rauf. Also von daher, alles gut. Ja, perfekt. So hätt ich's auch gemacht. Das ist nur schwierig momentan, weil, ja. Ja, alles gut. Kriegen wir schon hin. Supi, dann guck ich jetzt mal hier, was mit dem Series, Drachenbootfest, etc. ist. Und ich ruf mal, ruf mal Micky dann. Okay, supi. Wenn was ist, meinte ich einfach, ja? Mache. Supi, ich danke dir, Sarah. Bis dann. Ciao, bis dann. Ciao. 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 Ja, Yvain. Hi. Wo seid ihr? Hallöchen. Wir sind gerade direkt bei der Fahrschule. Hallöchen. Okay, dann komm ich da hin. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Also hinter der Fahrschule. Ich nehm an auf dem Wasser, ne? Ich nehm an auf dem Wasser. Ja, also auf dem Steg, genau. Genau, dann komm ich da hin. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Hey. Kann ich das? Hey. Eins, zwei, drei, vier, ganz viele. Hallöchen. Hi. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Oh Gott, so eine Ewigkeit. Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, musste immer sein. Wir sind professionell. Absolut. So, das muss ich jetzt noch mal machen mit Vorsicht. Ich hab dich so lange nicht gesehen. So lange her. So lange her, oh mein Gott. Okay, geht wieder. Wann habt ihr euch gesehen? Gestern. Ja, hallo, ich bin neu. Hi, super er sein. Ich heiße Karen. Hey, hi. Ich bin die Verrückte, die selten da ist. Verstehe. Der Mythos aus dem Norden. Wenn wir oben auch. Jetzt bin ich schon Mythos. Der Hausgeist, genau. Der heißt aus der Babylache. Ja, genau. Nein, nein, nein. Der Kobold ist jemand anders. Glaub mir. Ich hab ihn gesehen. Oh mein Gott. Du hast ihn gesehen? Das war gruselig. Ja, so ist der Kobold. Ja, ja. Aber jeder braucht so ein Hauskobold eigentlich. Glaub mir. Wir brauchen noch ein paar Seabreeze. Ja, das ist Jan. Oh. Nein. 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 Tut mir leid, aber nein. Aber was anderes. Wolltest du, wenn die To-Do-Liste zu groß ist? Dann schmeißt er höchstens da mit, aber ansonsten nein. Ach ja. Und irgendwelche Ideen, wie das Ganze heute überhaupt hier abläuft? Ja, müssen wir improvisieren. Ja, grob. Ja. Okay, dann bist du ja mehr als ich. Also. Wir fahren ein Boot. Nein. Ja, genau. Also einer fährt. Einer liest dieses Drachenboot-Geschichten-Dings da vor. Und wir fahren dann einmal durch die Kanäle und wieder hier zurück. Okay. Und das kostet dann pro Nase 25 Dollar. Okay. Muss man mal notieren. Gleich ein Drachenboot-Tour buchen. Okay. Ah, da hab ich den Text. Super. Hat's geklappt, Carol, ja? Ja. Perfekt. Hervorragend. Dann kann ich halt so heute frei machen. Finde ich gut. Ich hab halt so keine Lust drauf. Gar nichts. Wieso ist der wahr? Ich bin aufgestanden und schon rief, äh, für die Lotsmasse jemand an. Ich hab so gesagt, nein. Du machst heute einfach mal Urlaub. Was ist das? Was ist denn Urlaub? Urlaub? Ich hab schon... Dieses Ding. Ja. Ist das das, wo mir der eine Gast letztens gesagt hat, das ist das, wo man die Augen zumacht? Nee, das ist schlafen. Das ist schlafen. Au, okay. Das ist das, was die Gäste im Prinzip bei dir machen. Ah, okay. Das ist halt das, ähm, was man auch als Freizeitbeschäftigung sieht. Das mit den Augen schließen? Nee, das mit, dass man sich mit Menschen trifft. Und vielleicht ein Lokal besucht. Menschen. Oh, Menschen. Freizeit. Okay. Aha. Ich muss dann mal wieder... Tschüss. Wir sind Menschen. Dann muss man auch noch mit denen reden. Oh, reden und... Oh Gott. Mhm. Beides gleichzeitig. Mhm. Boah, nee, Leute, ich bin raus. Das kann ich nicht. Wäre ja auch nix für mich. Nee. Das übersteckt meine, ähm, sozialen Kompetenzen. Oh weia. Oh weia. Und dann kriegt man auch was anderes zu trinken außer O-Saft. Ich hätte Cranberry-Saft frischen. Den habe ich eben gemacht. Ich dein Ernst, du hast was anderes? Ja. Hast du immer O-Saft? Ich weiß, aber ich konnte keinen O-Saft heute sehen, deswegen habe ich Cranberry-Saft gemacht. Bitteschön. Hier ist mal ne Alternative. Oh, der sieht ja gut aus. Wann gucken. Gerne. Was sonst, wenn man dich fragt? Orangensaft. Ja, heute nicht. Heute gibt's Cranberry-Saft. Du kommst gerade aus der Wohnung und ihr wählen guckt in die Ecke. Möchtest du O-Saft trinken? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh mein Telefon. Warte, Entschuldigung, mit der Hand. Entschuldigung, da muss ich drangehen. Arbeit. Gibt's nicht mehr. Gibt keinen O-Saft. Hallo. Hi. Wie sagt ihr eigentlich? Sag dir Cranberry-Saft. Ich dachte mich richtig an wegen dem McGill-Update. Ah, super. Ja. Ich hab mit denen gerade telefoniert. Mhm. Bezüge ich Briefkasten. Wie schwierig das, wie es an den Wohnungen ist. Ja. Können sie nur für Wohnungen bestellen. Mhm. Ähm, die einzige Möglichkeit wäre, einen Briefkasten hinzustellen, wo dann jeder reingreifen kann. Ja. Was halt nicht Sinn der Sache ist. Ne, ne, das ist nicht Sinn der Sache, das stimmt. Ähm, alles andere wird schwierig. Alles andere wird schwierig. Okay. Ähm, da haben sie gesagt, also im Endeffekt, was, was, was wir jetzt besprochen haben, ist das einzige, was uns halt eben überbleibt, ist halt die Karten einfach jedes Mal neu auszustellen. Mhm. Ja. Ja. Ja, was wir eigentlich vermeiden wollen. Ja. Okay. Das wäre die einzige Möglichkeit, die wir haben. Okay. Also, Briefkasten an sich geht nicht wie, also die Hausbriefkästen sind nur fähig für Häuser und Wohnungen gedacht. Ja. Ähm, und alles andere wäre halt dann reingreifbar, was halt absolut ja. Ja. Kein verrückte Schlussfluss ist für das, was wir, was noch gefährlicher eigentlich ist als, ähm, als es jetzt ist. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Gut, dann weiß ich da Bescheid. Dann kommt da erstmal noch ein... Genau. Schieben wir das ganz auf unten wieder. Vielleicht irgendwann ein anderes mal. Ja. Okay, dann kommt das ganz unten auf die To-Do-List und wir fragen in einem halben Jahr noch einfach mal nach, ob sich da schon was getan hat. Ja, vielleicht hat sich dann irgendwas getan, ja, ja. Genau, deswegen. Das kann durchaus sein, aber aktuell nicht. Okay, weiß ich da schon mal Bescheid. Okay. Ähm, bezüglich des Wellnessbereichs. Aha. Es gab jetzt im Mai und im Juni Vertragsprobleme mit Pächtern in der Stadt von anderen Geschäften. Deswegen ist das ein bisschen in den Hintergrund geraten. Oh, okay. Aber sie werden das jetzt im Juli dann... Also es steht ganz oben auf ihrer To-Do-Liste, wenn das alles jetzt erledigt ist für den Juni, werden sie sich dann darum kümmern. Ja. Aber sie wissen, und sie haben das auf der Liste, dass die Baby-Lotche noch nicht fertig ist, hundertprozentig. Okay. Also das konnte sie mir am Telefon sagen. Ja. Und das ist auch das nächste, was sie dann in Angriff nehmen werden. Ah, super. Das heißt unsere sweeten Rückennähe. Ja. Und sie hat gesagt, dass wir eben ein Event auch geplant haben und dass wir momentan eine sehr hohe Auslastung haben, was den Wellnessbereich betrifft. Ja. Und ob man das nicht für den anderen Zugang auch machen kann. Und sie hat gesagt, ja, das sollte kein Problem sein. Sie schaut sich zwar noch die Pläne nochmal an, aber sie wird dann vorbeikommen und dann ist das auch schon bald erledigt. Oh, das wäre super, weil wie gesagt, mir ist es halt sehr oft aufgefallen, dass der Bereich einfach, wenn wir da vier bis sechs Leute drin haben, dann ist das schon viel und dann quetschen die sich einfach. Wenn die dann, wenn vier im Wirrpool sitzen, dann passen fünf und sechs zum Beispiel gar nicht mehr rein. Ja. Und die theoretisch dann, beziehungsweise wenn die eigentlich unter sich sein wollen, dann ist das auch wieder ein bisschen kompliziert. Und wenn wir dann wirklich vorhaben, dieses Event zu machen, da haben wir dann theoretisch im schlimmsten Fall 20 Leute. Ja. Und dann kannst du die wirklich stapeln in dem Bereich. Ja. Aber sie hat gemeint, das sollte kein Problem, also es klang so, als wäre es kein Problem. Sie müsste sich die Pläne noch anschauen, aber dann sollte das relativ zeitnah auch passieren können, hat sie gemeint. Oh, das klingt super. Das klingt super. Ja. Sie hat gesagt, sie wird sich die Pläne anschauen und dann wird sie einfach mal an den Öffnungszeiten vorbeikommen und dann sollte das kein Thema sein. Okay, das klingt sehr gut. Da kann man da auch schon mal einen Haken hinterher machen. Wie es mir da auch, haben wir dann aktuellen Stand, ich habe sie gefragt eben, wie das eben mit, also weil wir eine hohe Auslassung haben, wollte ich fragen, wie das ausschaut und sie so, ja, sie war sehr, das ist dann fertig, bla bla, hat mir dann die Situation erklärt. Ja. Und, ja, war eigentlich sehr, sehr, sehr produktiv das Gespräch. Wow, das freut mich, das freut mich. Ja, mit der Frau Castellano hast du wahrscheinlich gesprochen, richtig? Ich glaube. Weil mit der Frau Castellano konnten wir bisher immer super zusammen bearbeiten. Ich habe so das Gefühl, bei ihr, die interessiert das auch, wie der Stand ist mit der Lodge immer. Ja. Und, wie gesagt, sie hat mir auch mal gesagt, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass sie auch irgendwann gerne mal hier dann in der Lodge nächtigen möchte, deswegen, genau. Ja. Ja, wie gesagt, haben wir zumindest geklärt, das hast du dann schon. Super. Super. Vielen, vielen lieben... Ja, Entschuldigung. Nochmal von vorne. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja. Okay. Ja, sehr gerne. Alles gut. Hm, ansonsten habe ich glaube ich nichts wirklich mehr gerade, es sei denn dir fällt irgendwas ein, was noch dringend erledigt werden muss, was ich vielleicht mal wieder übersehen habe in meinem ganzen Chaos der letzten zwei Wochen. Nee. Hm, das hätte ja sein können. Ich bin ja jetzt auch kein Roboter, deswegen dachte ich, dir sei vielleicht was aufgefallen. E-Mails hast du im Blick, da warte ich nämlich auch noch auf eine Rückmeldung von einem Angebot von Montenherr & Style für unser Wochenende, weil wir können es nicht planen und keine Preiskalkulation machen, wenn wir von unseren ganzen Dienstleistern keine Rückmeldung haben, wie viel sie für den und den Zeit oder pro Person halt kriegen. Mhm. In dem Ganzen. Ja. Ähm, was du gucken könntest, ob du Linnea erreichst, weil die habe ich jetzt auch wieder eine Weile nicht gesehen, ob bei ihr alles okay ist. Mhm. Da mache ich mir langsam ein bisschen Gedanken und, ähm, am Samstag erreicht sie leider die maximale Anzahl an Tagen, wo sie bleiben darf. Deswegen mache ich mir da so ein bisschen Gedanken, gerade um sie mit Blick auf den Kalender halt. Ja, ich schaue mal vielleicht da reichte ich sie. Ja. Ansonsten, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Preiskalkulation gemacht? Für bestimmte Dinge? Ja, ich habe eine Preiskalkulation schon mal gemacht, ja. Ähm, wir bräuchten nämlich für verschiedene Kaffeesorten noch eine Preiskalkulation, die habe ich noch nicht angefangen können, brauchen wir aber zum 1.7., und zwar die, die wir selber herstellen, die Kaffees. Mhm. Ähm, Sarah ist hingegangen, hat zu unserem Saftladenzettel noch einen Kaffeezettel gepackt, wo sie alle Kaffeesorten, glaube ich, aufgelistet haben, die wir selber herstellen können und die wir nicht vom Kaffee als halber beziehen. Ähm, falls du magst, Zeit, Lust hast, sehr gerne, äh, sonst lass es für mich liegen, aber, ähm, ist wie gesagt keine Pflicht. Kann ich ja auch machen. Nur wenn du Zeit und Lust hast, ne? Also es ist ja heute, es checkt niemand raus, kommt, also war bis jetzt noch niemand da, ich habe die Telefonate und die Mail verschickt. Ja. Kann ich ja da mal schauen. Ähm, die Einkaufspreise sind wahrscheinlich hier alle im RDP? Äh, nein, im RDP haben wir keine Einkaufspreise. Da sind nur die Verkaufspreise drin. Weil das würde zu chaotisch werden. Das, äh, das bringt nichts. Zumal sich die Einkaufspreise auch ständig ändern und wenn wir ein Produkt mal verschiedenen Herstellern haben, müssten wir beim einen dasselbe Produkt verschieden mal anlegen für den Einkaufspreis und dann haben wir keine Leihübersicht. Deswegen gibt's keine Einkaufspreise. Wir haben alle Preise, die von den Einkäufern im, äh, E-Mail-Postfach und, äh, Angebote. Perfekt. Dann schau ich das an. Ich wollte nur fragen, weil dann nur wo ich's finde. Ja. Nicht, dass ich mir jetzt die Tode suche, wenn... Ja. Nein, 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 nein. Alles gut. Die findest du im Postfach unter, äh, Angebote. Mhm. Perfekt. Dann schau ich danach und mach die Aufstellung vom Kaffee. Äh, genau. Wie, welche das sind, weiß ich grad auch nicht, ähm, müsstest du auf die Liste gucken, die Sarah angefertigt hat. Ich glaub, das sind die, der Espresso, der Latte Mattiato, Americano und so weiter. Das sind, glaub ich, die. Und die Liste ist wo? Ähm, im... Bar-Kühlschrank vorne. Da, wo auch die Orangensaft und so weiter, die Getränke stehen. Also nicht in der Küche, sondern, äh, an der Bar. Ja, ich steh grad in der Küche und suche und warte, warum das da nicht steht. Alles gut. Alles gut. Nee, die, äh... Seit letztem hab ich die Saftliste, glaub ich, war dort, oder? Äh, ja, aber wir haben ein bisschen umgeräumt. Ja. Deswegen, damit alles beieinander ist. Ja, gut. Dann, wenn was ist, mette ich ruhig, ja? Mach ich. Sehr gerne. Sehr gerne. Bis dann, meine Liebe. Dann wünsch dir noch einen schönen Nachmittag. Ciao. Gleichfalls. Ciao. Hallo. Hi. Hi. Wir haben das jetzt alles ausgebaldovert mit den Booten und Okay. Das haben veranstalten. 25 Dollar pro Nase, wie wir mitfahren. Mhm. Das wird eine kleine Geschichte erzählt. und ja am ende gibt es noch für den größten der die das größte spenden aufkommen eine kleine tour mit der marquis uns erst das feuerwerk von vom boot aus anderen fand dann noch eine halbe stunde raus wie schön das klingt doch gut das klingt schön habt ihr was mitgebracht ist jetzt nicht mehr warm ist kalt aber ist nicht schlimm das schmeckt bestimmt diese dank bitteschön kann ich bestimmt gleich auch gut gebrauchen zum naschen sehr gut geeignet ja wir bräuchten auf jeden fall noch jemanden der uns die umbaut die noch bei uns liegt ok warum kannst du dann trotzdem vielleicht mal gucken dass du zumindest das ein oder anderem auch beibringt der wird dann zumindest auslösweise übernehmen kann der nämlich zumindest ich muss noch mal so basis sachen eine große sichtwartung oder sowas machen und dass wir unsere verträge auch einhalten können morgen ist freitag ja ja schreibt mir gerne wenn wann du anfangen willst dann kommt er bestimmt dazu ja aber auf jeden fall gut dass du anrufst dass wir das einmal geklärt haben ja haben wir wir sind auch schon vor ort waren kräftig werbung bieten pro bootstouren an wo ich keine ahnung zehn minuten vier stunden oder so geht das fahren wir ein bisschen durch die gegend paar leute und erzählen dabei was zu diesem drachenboot fest sehr gerne ja alles war dann bis dahin ok konner hat im moment wenig zeit und lust ok deswegen habe ich ihm gesagt dass er mal mit überschmitten nehmen soll man auch hochgehen kann man machen ich musste nur telefonieren lodge angelegenheiten deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgezogen an einem freien tag ne ich weiß gar nicht was ein freier tag ist was ist bitte ein freier tag jemals kann eben kam die du machst urlaub ich so was in urlaub was ist das sag es mir so test 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 ist das hier an hallo dann muss ich mal diesen knopf drücken und dann hallo könnt ihr mich hören gibt man ein zeichen wenn ihr mich hören könnt oh ja das ist ein zeichen rechts kann mich hören das ist mit links ja ok gut wunderbar wir hören dich nicht klasse ok dann mal kurz mit notizen hier ja so also sehr geehrte einwohner herzesponsoren liebe gäste mein name ist yang libao ich bin der vorsitzende der sensation association es ist eine organisation die es sich zur aufgabe gemacht hat die tradition der asiatischen kultur zu wahren und weiter zu pflegen nicht zuletzt deswegen ist es mir eine freude und eine ehre hier heute zu einem der wichtigsten feste im asiatischen raum dem drachenboot fest grüßen zu dürfen doch nicht nur die wahrung von kultur gut haben wir uns auf die fahne geschrieben auch die kommunikation mit der interasiatischen und das zusammenrücken mit der amerikanischen kultur ist eine spannende herausforderung die wir jeden tag stemmen und zu meistern versuchen daher glauben sie mir bitte sie heute abend auf einer reise 2300 jahre in die vergangenheit mitzunehmen eine reise die durch das weinwood varieté begleitet wird und ihnen die hintergründe in form dreier spannender und einzigartiger darbietungen näher bringt die extra für dieses fest heute geschrieben und geprobt wurde ein besuch lohnt sich auf jeden fall hier auf dieser bühne doch nicht nur das theater hat sich für heute abend das zeug gelegt erleben sie mit mir verschiedene andere live acts der anderen von kiki sommer den sie gerade schon hören durften aber auch der red darf heute am ende des abends nicht fehlen als hauptsponsoren des heutigen abends möchte ich wenn ich original motor works hervorheben wenn sie noch einen zuverlässigen mechaniker für ihren vier rät resuchen der in jeden wunsch von den lippen abliest und dabei noch faire preise und schnelle reparaturzeiten bietet dann ist bennys genau der ort den sie suchen dank geht auch an dark ink kompetente beratung und geschickte finger treffen hier auf kreativität und empathie im tattoo studio nummer eins im süden los santos ich danke ihnen auch herzlich für ihre unterstützung wenn sie eine große auswahl an fahrzeugen suchen und mitarbeiter die genau den wagen für sie herausfiltern den sie benötigen dann besuchen sie gerne diamond cars in den rockford hills vielen dank auch für sie für das sponsoring wenn sie etwas anderes sportlicheres etwas aufregendes suchen bei diamond cars nicht fündig wurden dann kommen sie zu premium deluxe motorsports pdm ihr autohändler in pilldox hill wartet auf sie und berät sie sehr gerne vielen dank auch an sie für die unterstützung sitzen sie dann in ihrem neuen flitzer und umblätter sitzen sie dann in ihrem neuen flitzer sollten sie auch dementsprechend gut gekleidet sein dazu haben sie bei tricks empire heute das letzte mal die gelegenheit wie ich gelesen habe und findet nämlich ein räumungsverkauf statt wobei schauen lohnt sich danke an sie für ihren beitrag zu diesem fest lassen sie sich heute abend auch von seabreeze verzaubern die in ergänzend zur darbietung des variates die geschichte des doppel fünf fest bei einer entspannten bootsfahrt erläutern während sie los santos und den kanälen des butchis ausgenießen wer mehr nervenkitzel sucht wird bei unserer tombola fündig werden der für einen geringen losbetrag beigetreten werden kann die losverkäufer kommen bestimmt auf sie zu auch hier haben sich zahlreiche kooperationspartner dazu bereit erklärt gutscheine und andere gewinne zu sponsern darunter sei besonders trust righte vorgehoben die uns ein fahrzeug zur verfügung stellten aber nicht zuletzt auch das kasa der augen school barber selle siesta mountain herren style hat dies eis drei wheels hätte lernt was putschi wurst pumpe die faircare driving school und die baby lodge unterstützen uns hier heute in unserem vorhaben auf verschiedene arten und weisen vielen vielen dank ihnen allen um 23 uhr könnt ihr dann ein majestätisches feuerwerk am himmel beobachten das den abend zu einem würdigen abschluss führen wird sponsert wird dies durch cyprus logistics vielen dank dazu noch eine weitere attraktion wer bis 22 45 heute den höchsten betrag an unser spendenkonto überwiesen hat darf das feuerwerk von einem schönen segelschiff aus vom meer aus betrachten sieht dabei die skyline von los santos die kontonummer finden sie auf venture lassen sie am besten ihre telefonnummer mit der überweisung da damit wir sie auch kontaktieren können damit unterstützen sie uns ebenso so dass die feste wie diese hier auch weiterhin stattfinden können hier ist einer ich wünsche ihnen allen von herzen eine schöne zeit hier auf dem drachenboot fest dass sie abschalten und sich dem alltag entziehen können feiern sie meditieren sie lernen sie glück und gesundheit wuhr 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 er ist ja gesprochen Ich glaube dieser hier, ich bin von Weasel News, ich würde gerne ein, zwei Fragen an Sie stellen, wenn das in Ordnung ist. Erster Stand neben der Bühne. Nur einfach um dieses Fest heute, was so ihre Rolle ist und so. Sehr gerne. Wie sind Sie denn darauf aufmerksam geworden? Ist der Veranstalter auf Sie zugekommen? Ja, wir hatten schon vor ein paar Monaten ein erstes Gespräch, da hat Mr. Yang Li Bao auch direkt bei uns durchgerufen, weil er es wohl hier veranstalten wollte. Und es geht natürlich um Drachenboote und was liegt da näher als Boote auch anzufragen. Haben Sie früher schon mal mit dem Veranstalter zusammengearbeitet? Ne, ist für uns neu, aber sieht auf jeden Fall schon gut aus, was hier so aufgebaut wurde. Und ich freue mich drauf. Was machen Sie denn eigentlich sonst so außerhalb von solchen Veranstaltungen? Wir bieten Bootsvermietung, Jet-Ski-Vermietung, wir bieten auch Boote zum Verkauf an und natürlich auch entsprechende Ausrüstung. Bootswartung haben wir auch und wir kümmern uns auch. Ja, das war eine wirklich wunderschöne Rede. Um die Wartung der Stege? Ja, wir haben ein paar Liegeplätze auch im Angebot, wo sich dann halt um die Boote der Kunden gekümmert werden. Ah, okay, schön, schön. Jetzt habe ich erfahren, Sie organisieren oder Sie führen heute so eine kleine geschichtliche Reise für die Gäste vor. Was können wir da erwarten? Gern noch nicht so sehr ins Detail eingehen. Ich würde da gerne selbst später noch dran teilnehmen. Aber so ein grober Umriss, was können wir uns darunter vorstellen? Wir haben da ein paar Infos vom Veranstalter bekommen. Wie viele Türen bieten Sie dann? So viele wie zusammenkommen. Und in welchen Abständen? Wie lange dauert einer? Ich denke mal so 10 Minuten für eine Stunde. Okay, alles klar. Und dann würden Sie auch direkt wieder losfahren? Genau. Wir haben zwei Passagiere pro Boot, sind mit zwei Booten hier. Und für einen kleinen Obolus, 25 Dollar pro Nase, kann man da mitfahren. Okay, super. Dann war es das schon. Ich freue mich, dann später auf die Bootsfahrt. Und wünsche uns allen noch einen schönen Abend, ja? Ebenso. Ebenfalls. Vielen Dank. Ebenso. Juh, dann schauen wir mal, dass wir ein paar Leute dann an die Angel kriegen, oder? Ja. Mhm. Oh, du angelst Leute. Ich würde sagen, ich laufe mal einfach in die Richtung und mache für uns ein bisschen Werbung. Ja. Ja. Mach das. Hallo. Hallo. Wo gibt's die Lose? Gute Frage. Lose weiß ich jetzt nicht. Wir würden... Ja, ihr seht so offiziell aus. Ja, wir bieten hier so eine kleine Tour durch die Kanäle an. Okay, aber eben die Frage der Fragen. Wo ist das Drachenboot? Ein richtiges Drachenboot haben wir leider nicht. Ja, wo ist denn der Drachenboot? Ich dachte, ihr hattet ein Boot mit dem Drachen drauf. Leider nein. Oder vorne dran, sondern so eine Galleonsfigur als Drache. Das wäre auf jeden Fall cool gewesen, aber... Aber wir müssten uns mit normalen Booten zufrieden geben. Verdammt. Hm, das nächste Mal. Ja. Wie gesagt, wir bieten uns schon eine Türen an. Wir brauchen ein Drachenboot für das Drachenboot. Fällst du hin? Vielleicht können wir ja irgendwo noch einen Drachen herkriegen. Soll ich halt Paradise noch einen rumlegen? Möglich. Hm. Okay, dann frag ich mich weiter durch. Alles klar, dann viel Spaß noch, ja. Danke. Vielleicht sehen wir uns gleich auf dem Boot. Na gut, fand ich. Ich bin einfach kein Werbefachmann. Ich auch nicht. Warum ich nicht? Ich bin kein Werbefachmann. Ja. Unsere Werbefachfrau ist gerade weggegangen. Ja. Die macht, glaub ich, Werbung. Ja. Ja. Ja, beide. Geh ich mal von aus. Also Cara, beide sind losgetickert. Sarah und Cara, das ist eigentlich auch cool, ne? Mhm. So. Geh ich von der Zuge. Ah, jetzt kann ich mal erstmal angucken. Und Cara hat nämlich an der Tauchkarte gebastelt. Ja. Aufkarte? Ja, ja, ne. Alles gut. Ich guck's mir nur mal an, was er mir da geschickt hat. Achso, ich erstelle auch mal gerade noch eine ... Das ist ... Ja, ich will uns direkt im RDP eintragen können. Naja... Also ich mach mir ne Strichliste, wieviel ich abkassiert habe. Ja, ich glaub es ist sinnvoller, Strichliste zu machen. Mhm. Und ich hab auch geguckt, was ich auf Tasche habe, also... Das kann ich dann sonst abrechnen. Okay. So. Da kommt die Werbefahrfrau. Sehr gut. Die erste Werbefahrfrau kommt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo. Hallo. Ein Boot kann jetzt schon mal starten. Wer soll noch mit hier zu fahren, Serra, ne? Ja gut, dann, Josh. Ja dann. Geht's los? Bei der Kollegin hier vorne bezahlen. Geht vorne. Bei mir. Ja, okay. Okay. Das bin ich und sie. Sie und ich. Keine Ahnung. Ich und er. Keine Ahnung. Ich und er. Oh. Oh. Ne, ne, ne. Geht mal weiter. Ja. Ich guck mal rein. Ja. Ich hätte spüren können. Ich hätte spüren können. Ich hätte spüren können. Ich hätte spüren können. Ja. Ist ja gar kein Problem. Danke schön. Danke schön. Viel Spaß euch. Danke. Geh. Ich leh mich am besten hier so vor und dann mache ich einen auf Türsteher. Ja. Hat schon jemand nachgefragt? Ja. Ich stehe. Ja wunderbar. Dann viel Spaß würde ich sagen. Danke. Magst du auch noch mitmachen? Bitte? Magst du vielleicht auch noch mitmachen? Oder vielleicht nachher für die Tour de Marquis? Bei der Tour de Marquis komme ich mit. Also wenn das nicht so viel verkauft wird, komme ich auch mit. Wie viel muss ich da spenden an dich? Warte, ich habe noch ein Stück von dieser Pizza. Gilt das? Würde ich noch ein Foto unten vom Steg machen? Ja. Sicher. Das wollen wir vielleicht noch mitmachen. Gilt das! Wir sind els Ja, das geht. Ja, ja, nachdem. Ja. So, danke. So. So, jetzt bin ich einmal auf der Seite schon mal komplett durch. Hervorragend. Ja. Das ist mit Josh und die erste Tour los. Ich hab grad gesehen, wie sie abgelegt haben. Gut, dann geh ich jetzt noch in die andere Richtung, die wärme Tramilieren und dann komm ich zurück. Wunderbar. Was macht das? Das ist leicht. Die sind jetzt 33 los. Ja, wir sind die Bootsfahrtmenschen. Eine Frage. Wie viele Leute kann man denn mitnehmen? Also ihr mitnehmen? Aktuell ist angedacht pro Boot zwei Passagiere. Sie fragen wahrscheinlich, weil sie mehr sind. Korrekt. Ja, also ein Boot ist gerade unterwegs. Wir können aber auch gerne beide Boote parallel fahren lassen. Wenn sie, ich sag mal, auf 10 Minuten, eine Viertelstunde Geduld haben, dann können wir mit zwei Booten gleichzeitig fahren. Ja. Hat rein Grund, warum zwei nur? Ja. Wir fahren auch zwischendurch einmal über die Hohe See. Wir fahren nicht nur durch die Kanäle, sondern den einen Teil des Weges machen wir auch über den Weg beim Pier. Und da wäre es uns dann sicherer, wenn alle entsprechend sich festhalten könnten. Ah, okay. Gut, dann weiß ich es noch nicht. Und da einmal zwei von uns an Bord sind, nämlich einmal zum Fahren und einmal zum Erzählen, vielleicht etwas in den Plätzen limitiert. Ah, alles klar. Okay, danke trotzdem. Sehr gerne. So, habt ihr gehört? Ja, das ist ein bisschen, ja. Ist da hinten auch noch irgendwas? Ja, schwierig, wenn du so eine große Vierergruppe hast. Ja, aber was willst du machen? Ja. Aufteilen ist halt auch doof. Hallo. Es gibt doch kein Brot mit mehr als vier, außer die Marquis, oder? Na, ausgelegt ist die auch auf vier. Ja, gut. Du kannst natürlich mehr als vier drauf quetschen. Das kannst du mit der Soundtrap ja auch. Hey! Hallo! Hallo! Ja, wie geht's euch? Ja, ist ganz gut. Und selbst? Ja, auch. Hallo! Hallo! So, ich habe gehört, hier gibt es eine wunderschöne Bootsfahrt wie in Venedig. Nicht ganz wie in Venedig, aber ja, eine wunderschöne Bootsfahrt auf jeden Fall. Wunderprächtig. Wie viele Leute passen aufs Boot? Zwei. Und drei, wenn eine auf meinem Schoß sind? Schwierig geworden, aber wir fahren auch ein Stückchen über die hohe See. Deswegen wäre es uns lieber, wenn sich alle festhalten können. Ja, gut. Ja, das verstehe. Haben Sie nur kleine Boote? Wir haben nur die kleinen Boote, ja. Ja. Dann rufe ich jetzt Rodrigo ein. Gut. Ja, also wir beide, die Eloisa, da rechts und ich, wir würden auch eine kleine Tour machen. Ja, klingt doch gut. Dann? Dann, Ellie? Bekomme ich tatsächlich einen kleinen Obolus von euch. Obolus. Bekomme 25. Was machen wir? Momentchen. Ich warte einfach auf euch. Ich danke dir. Moment, Moment, Moment. Weiter, Moment. Ja, Moment. Hä,емон! Ich liebe die Gehegge. Ja, was? Verzeih bitte die Störung, du wirst gebraucht. Ja, ich bin jetzt auch neu, ich fahre jetzt überall. Also einen los. Du bleibst halt an Land. Ja, ich spring dann nachher ein, wenn Sarah los muss, die haut ja um 21 Uhr ab. Ah, okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Ach, alles gut. Ich krieg ja die Hälfte nicht mit. Zwei von ihnen mit? Genau, weil einer muss fahren und der andere erzählt die Geschichte. Ach so. Deswegen. Okay. Dadurch ein Teil, dass er über hohe See geht. Das ist schon heftig, ne? Ja. Kann ich verstehen, aber safety first. Das Problem ist halt, die Geschichte ist echt lang. Hast du dir die mal angeguckt? Nein. Die ist im RDP-Wall, auf der ersten Seite mit dem Link tatsächlich. Okay, weil ich bin da gar nicht... Und du kannst das nicht lesen und durch die Kanäle fahren. Das wird nichts. Okay, lass mich kurz gucken. Wenn ich ins richtige RDP reingehen würde, würde ich uns vielleicht helfen. Okay, das ist was. Das ist unter dem Drachenboot. Drachenboot. Unter dem Tenor. Text für die Bootstour. Okay. Guck mal, wie viele Boote hier fahren. Hast du schon mal Boot gefahren? Die sind 33 Kilometer gefahren, sind jetzt da. Wow. Sechs Minuten. Also nur zehn Minuten, kann man es eigentlich sagen. Moment mal, tun wir mal zu schnell, wenn ich jetzt... So, jetzt. Bei der Kuppel. Yes. Anhang, Rakenboot Fest, okay. Wo bist'n du? Ist ja schon ein größerer Text. Ja, wo... Wie lange hast du gesagt, äh, geht die Fahrt? Ähm, die sind drei... Also 32 sind sie losgefahren, 39 denken sie gerade an. Also 10 Minuten kann man ruhig berechnen. Okay, aber das kommt, Thema. Wenn du nicht trödelt und inzwischen Fragen beantwortest, dann wird es wirklich nur darum zuzuhören. Könntest du fahren und das lesen? Gleichzeitig, nein. Gleichzeitig nicht, nein. Deswegen, ich glaube, ist eine ganz gute Idee mit Fahrer und Leser. Ja, also gleichzeitig. Wunderschönen guten Abend, Drachenbootfest. Wie schon angekündigt, sind wir heute vom Beinut Varité aus hier vor Ort und haben eine kleine Performance vorbereitet. Die werden wir heute insgesamt dreimal aufführen, um den geschichtlichen Aspekt des Drachenbootfests zu beleuchten und das mit künstlerischer Art und Weise einfach nochmal ganz neu zu transportieren. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir die Anfragewörter heute bekommen haben, dass wir in Kooperation mit SensAsian, dass sie auf die Bühne bringen können, weil wir es sehr, sehr wichtig halten, schon alleine für den kulturellen Austausch. Also wünsche ich Ihnen sehr, sehr viel Spaß mit unserem unglaublichen Ensemble. Oh, man merkt das sogar im Bauch drin. Oh, man merkt das sogar im Bauch drin. Oh, man merkt das sogar im Bauch drin. Untertitelung. BR 2018 Die Legende des Drachenboot-Fests und die Legende von Xiu-Hun. Xiu-Hun war Minister am Hofe König Huais von Xiu und lebte zur Zeit der kämpfenden Reiche. Eine Periode, welche der endlichen Alleinherrschaft Xins über ganz China vorherging. Er war von dem Volke geliebt und schien dem Könige, dessen Familienname Xiu auch der seinige war, unentbehrlich. Er war ein aufrichtiger Mann, stets besorgt um das Wohl von Land und Leuten und engagierte sich für die Reform und Stärkung seines Heimatstaats. Doch eines Tages sollte Xiu-Hun Opfer eine Intrige werden. Da aber der damalige König untüchtig und nicht in der Lage war, staatstreue Volksleute von böswilligen Schurken zu unterscheiden, schenkte er den Gerüchten Glauben und vertrüb Xiu-Hun aus der Hauptstadt und verbannte ihn in ein Exil. Auf seinem Weg in die Verbannung brachte Xiu-Hun viele bekannte Gedichte zu Papier, darunter Lissau, das Klage liebt. Den Wagen schirrt ich mit der Drachen vier, bestieg den Phönix und so in Staub und Sturm fuhr ich zur Höhe. Des Sonnenwagens Lenker hieß ich ein, der Weg war lang und weit entfernt mein Ziel. Die Rosse tränkte ich in den Teich, da rein die Sonne tau. Ich band die Zügel an den Baum der Sonne im Osten. Und mit dem Zweig des Zauberbaumes wehrte ich ihr. So fuhr ich zierlos in der Luft umher. Von mir des Mondes Lenker, hinter mir der Sturmgott. Den Donnergott zur Seite als Berater, den Regenbogen schwanger als Banner ich. Und Perlenglocken weckt ich, klingelndes Getön. Später trifft die Armee des Staates Chin den Staat Xiu an. Als Xiu schließlich unterging, grüht Xiu an, als größter Patriot, der kein staatenloses Dasein fristen wollte, in große Trauer. Am fünften Tag des fünften Mondmonats verfasste er sein letztes Gedicht. Dann erschloss er einen schweren Stein fest in seine Arme. Und er tränkte sich damit in Milufas. Als die Menschen im gefallenen Staat Xiu von Xions Tod erfuhren, sollen sie in tiefe Trauer verfallen sein. Sie strömten in Scharen zum Ufer des Milufas, um den Tod ihres Landmanns zu betrauern. Auf dieses Vorgehen geht der Brauch des heutigen Drachenbootrenns zurück. Ein Fischer soll damals zu dem Reißbäch, Eier und anderen Lebensmitteln in den Fluss geworfen haben. Wenn sich die Fische und Krebs an diesen Speisen labeten, so seien Ansinnen, würden sie den Leichnam und Xions verschonen. Die anderen Leute begannen dieses Vorhaben nachzuhaben. Ein alter Arzt soll sogar einen ganzen Krug Realkarbein in den Fluss gegossen haben, und damit die Flutdrachen und andere Tiere und Fabelwesen zu betäuben. Auch sie sollten Xions Leichnam verschonen. Da man befürchtete, die Flutdrachen könnten die Reißbällchen auffressen, wickelte man den Reiß in robuste Blätter ein und verschnürte ihn mit bunten Fäden. Aus diesem Brauch soll sich die Zubereitung der sogenannten Xiong Xiu entwickelt haben. Xiong lebte von 340 bis 278 vor Christus, und man feiert nun schon über 2000 Jahre das Drachenbootfest, für das wir uns heute hier versammelt haben. Das Weinwort Varite wünscht ein frohes Duan-Uwe-Kir- oder auch Drachenbootfest. Die Zubereitung Die Zubereitung Die Zubereitung Soll ich das aus? Ja! Rot! 5! 6! 5! 5! 7! Oh nein. Bravo! Das war unsere erste von drei Performances heute Abend. Sie können sich gerne natürlich alle von den dreien angucken. Das ist immer dieselbe, einfach um die Geschichte heute so vielen Leuten wie möglich vermitteln zu können. Wir danken nochmal für die Möglichkeit und wünschen einen wunderschönen Abend und ein wunderschönes Beisammensein. Dankeschön. Wunderbar, ganz wunderbar, sehr schön. Wir haben überhaupt nichts mitbekommen. Ich würde mal klatschen. Ich klatsche jetzt aber nicht. Ach, herrlich. Ich glaube, ich möchte jetzt was essen. Was essen? Das ist eine gute Sache. Ich habe nur so einen kleinen Schneck, aber was richtig hoch steht. Was ist denn ein kleiner Schneck? So eine Schnecke. So eine Schnecke. So eine Schnecke. So eine Schnecke. Mich kennst du aber nicht. Oh, Lisa. Vielleicht mal dran klappern. Das kennst du schon eher. Was ist denn, äh, weiss ich nicht, links, rechts? Dann gucken wir doch mal. Künstler meines Vereins. Was, deines Vereins? Das ist mein Fein. Das ist dein Fein? Das ist mein Fein, ja. Nee. Das wurde doch offiziell vom Kase an dem Abend noch gebrannt. Aber ich wusste doch nicht, wie du heißt, verdammte Scheiße. Ja, gut, das, äh, war aber, ich hab's in meinem Namen schon gesagt, oder? Du weißt schon, wie ich heiße jetzt, oder? Ja, du hast es mir letztens gesagt. Weil ich seh da hinten einer mit, äh, mit rosa Hemd. Was die G's gemeint haben jetzt. Das macht natürlich Sinn. Ja. Genau, geradeaus unter dem Herren hier mit dem Basecab. Ich schwindel nicht. Genau, da dahinter steht der. Ola, da ist er, Rodriguez. Wie? Okay. Wie? Ich pack mal nach. Gut, wir waren gerade wunderschön. Ja, Gott sei Dank, ey, ich bin Mexicano, ja? Kein, kein Seefahrer, weil ich weiß. Ich bin auch Mexicano. Hey, und du hast keine Angst auf dem Wasser? Nein, ich habe mich festgehalten, hat niemand gemerkt, dass ich ein bisschen Angst gehabt habe. Nein, ich weiß, meine Tacos lieber in mir. Haha. Ich hab schon ein bisschen gehofft. Das macht schon Spaß. Ja, ist super. Okay. Wenn du kosten musst, bitte in die Maschine. Ja, ist es gerade. Und bitte nicht auf meine Schuhe. Und bei einem nicht in die Haare. Und bei einem nicht in die Haare. Ich kann dir auch die Brille und die Hut halten, wenn du kosten musst. Dann fällt das nicht rein. Nein, ich muss nicht. Alles gut. Das bleibt mir schon da drin. Ja, das war ja auch alles so gut. Vielleicht schätze ich... Sie möchten kein Boot mehr fahren, Rodriguez? Äh... 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 Heißen Sie Rodrigo? Ich heiße Rodrigo, ja. Ach, Rodriguez? Ja... Entschuldigung, Mr. Rodrigo. Ich weiß nicht. Oh, ich höre schon. Einer zu. Äh, kann damit umgehen. Oh, ist gut. Womit? Mit die Boote da hin? Das ist ja einer zu. Okay. Manche haben mich auch schon Ricardo genannt. Ricardo? Das passt überhaupt nicht zu dir. Du siehst aus wie ein Rodrigo. Gracias, gracias. Ist das das Gute? Das ist das Gute? Das ist das Gute? Soll ich mich mal wieder rauflaufen? Komm, ich behalte die Mann, ich habe runter. Okay. Ja, wolltest du noch fahren jetzt mit der Lady? Ja. Hier kommst du nicht rein. Du meinst, ich komm da nicht runter? Warte mal, da hinten war noch ein Abgang, ne? Entschickier mal da hinten lang. Alles gut. Da kommst du nicht mal hoch. Bitte? Da kommst du hier eben nicht mal hoch. Man siehst Venedig. Ja, da kommst du da wieder drauf. Warte schon, da ist. Okay, Argument. Ich hab da gewonnen. No. Oder du sagst einfach ganz lieb bitte und dann lassen wir dich. Also das ist richtig, Gruppe. Bitte, bitte. Aber er wollte wissen, ob wir Leucht-, also Munition für Leuchtpistolen verkaufen. Bitte, bitte. Okay, okay, Jukata. 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 Wir wollen. Ich nehme Lisa jetzt nämlich mit. Ja, aber nee. Komm mit. Nein, jetzt geht zu Elli. Ja. Alle zu Elli. So, jetzt sind wir, stehen wir perfekt. Wir haben ja jeden Zeit. Moment. Moment. So, jetzt. Danke. Okay. Soll ich dir erzählen, dass ich letztens beim Friseur war mit meinen Mädels und ihm mal eine Perücke anlegen lassen hab mit meinen Naturhaaren? Und? Die sind fast hinten übergekippt. Oh, okay. Elli, nicht dein Ernst. Doch. Vielleicht bin das blond wie du. Wer wähltest du letztens? Hm. Warum ruft jetzt jemand bei Sibris an? Weil er Boot fahren will. Sibris Freizeit, was kann ich für sie tun? Stimmt wegen Munizierung. Oder das? Was möchtest du denn am Sonntag mieten? Hm. Kriegen wir hin. Wann denn? Das klingt perfekt. Ähm, magst du mit? Ähm, nochmal? Was würdest du fragen? Ja, ab einer Stunde. Und man braucht Botschein, ne? Magst du mir deinen Namen nochmal sagen? Tieter Kopf, morgen vorbei. Aber, äh. Wie gesagt, er meldet sich vorher. Die Nummer nehme ich sonst aus der Leitstelle. Das ist nicht das Problem. Ähm, 16 Uhr war das, ne? Die Dropback war das, ne? So, aber die Gruppe mit dem Boot habe ich jetzt dann in dem Fall auch nicht gefunden, weil das gar nicht die richtige. Genau. Alles klar. Den habe ich nicht so eingetragen. Haben die den schon bezahlt? Okay. Das kann ich gerne nochmal gucken für dich. Weil die Freize habe ich natürlich nicht alle so im Kopf. Mhm. Ah, verstehe. Eine Stunde bist soweit 200 Dollar, ähm, aber auch natürlich eine Kaution hinterlegen, noch mit 1000. Alles klar. Hallo. Hallo. Ne, musst du nicht mitbringen tatsächlich. Wir gehen dann gemeinsam zu dem Automaten direkt bei der Fahrschule. Ja, komm gleich. Hallo. Sorry, ich konnte nicht früher. Oh, ist gut. Ich will einfach Manta frei und es funktioniert nicht. Oh. Selbst auf dem Drachenbootfest bin ich am Arbeiten. Oh. Oh. Oh, danke. Was kann ich denn für dich tun? Alles gut, die Frage hat sich schon entledigt. Oh. Es ging nämlich darum, wie das ist, wenn man, wenn man eine Absage vom Mofag bekommen sollte, ob man dann, äh, angerufen wird oder ob man eine E-Mail bekommt. Aus dem Weg. Ähm, also ich habe immer eine E-Mail bekommen. Ja. Bisher. Warum? Wie gesagt, die Frage hat sich jetzt schon erledigt. Ach so. Entschuldigung. Alles gut. Weil, ähm, Sie sprechen nun gerade mit der neuen CEO von Kronewählen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hast du doch den Zuschlag bekommen. Hab ich. Na schön. Ja. Da kommt jetzt super viel Arbeit auf dich zum Beispiel. Das ist voll okay für mich. Aber gut, dann finnest du deinen freien Tag noch. Ich weiß gar nicht, was freier Tag ist. Ich hab ja hier auch gerade keine Fragen. Deinen halben freien Tag? Ich weiß nicht, was frei ist. Ich bin hier auch schon wieder heil gespannt. Einen halben, nicht in der Baby-Lodge freien Tag. Bin dann auch immer Siebries. Ah gut. Aber das ist nicht die Baby-Lodge. Und jetzt wo du 90% der Zeit warst jetzt. Okay, das ist ein Argument. Mein Schönen. Aber herzlichen Glückwunsch. Ich freu mich für dich. Dankeschön. Jetzt seh ich dich ja noch weniger. Du! Siehst du mich im Heule-Lie-Land die ganze Zeit? Und was soll ich denn da hinkommen, wenn ich selber keine Zeit habe? Wir kriegen das schon was denn für Frost oder so. Weiß gar nicht, weil man Schmuck, ich trag ja noch nicht mal Schmuck. ich freue mich wann geht es los so richtig bei dir dann zwei drei tagen ich dann das erdp dann geht es richtig ab herzlichen glückwunsch da kommt jetzt noch eine gesaftige zu damit komme ich klar aber ich freue mich herzlichen glückwunsch du schaffst das wenn du was brauchst ist auch bescheid auf alle fälle und nicht wieder aus den augen okay super dann bis später und noch mal viel glückwunsch und viel erfolg wünsche ich möchte auch den abend direkt mit einem starten und lade euch gerne dazu ein mit zu tanzen oder einfach mitzulauschen und wünsche ich auf jeden fall ein schönes fest bis zum nächsten Mal Ich habe es noch nicht singen gehört. Ich habe es noch nicht singen gehört. Ich habe es noch nicht singen gehört. Na du? Oh, war doch gut. Ich habe es noch nicht singen gehört. Hm? Wir sind auch schon wieder in den Boten. Ne. Alles okay? Ja. Ja. Wir können gerne Boot fahren. Äh, wir können uns immer nur zwei mit einem Boten mitnehmen. Vielleicht kann man fast zwei mal recht. Okay. Wie machen wir das jetzt? Zwei Boten. Da müssen die beide gleichzeitig losfahren. Dann ähm, funktioniert es. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Ich... Ich... Ja, ja. Ich habe nur gerade eine andere SMS gelesen, deswegen habe ich gerade abgelenkt. Ähm. Ich versuche nicht gerade durch. Ja. Ich habe nur gefunden, ähm, die Preise für Kaffeebohnen und für Kakaopulver. Ja. Also, und Kaffeebohnen und Kaffee und Kakaobohne. Aber nicht fürs Pulver. Ähm, ja, da gab es ein Problem. Ja? Ja. Erinnerst du dich, ähm... Ja. An, ähm, Alarmonia in der Vorbereitungsnacht? Weil wir die nicht rösten und so weiter konnten. Ja. Ich glaube, danach war es so, dass wir hingegangen sind. Und seitdem haben wir keine neuen mehr nachgekauft. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Kaffeepulver gerade aktuell kostet. Das müssten wir noch in Erfahrung bringen. Und dann zur Not müssten wir in irgendeinen Supermarkt mal eben fahren oder gucken. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie die Einkaufspreise da sind. Aber wie gesagt, zur Not gucke ich da, wie viel da einmal Pulver kostet. Ein Päckchen. Ja, weil das Problem ist, ich weiß die Kaffeebohnen und die Kakaobohnen. Ja. Aber das Pulver nicht. Okay. Also ich kann ja absolut auch nicht weitermachen mit der Kalkulation, weil ich absolut keinen Anhaltspunkt habe. Ja, das verstehe ich. Ähm... Ich kurz überlegen. Ich schwinge mich mal gleich aufs Fahrrad und fahre zum Westpucci-Market, ähm, oder zum... Ne, Lunamarket ist da oben. Äh, Yin-Yang-Tang-Stelle ist auch in der Nähe. Da kann ich gucken, wie viel das Pulver da kostet. Mhm. Dann kann ich den Preis nennen. Ja, Kaffee und Kakaopulver bräuchte. Kaffee und Kakaopulver, ja. Guck ich nach, kriegen wir hin. Wenn nicht, ich kann auch hochfahren kurz zum Pitstop. Meinst du, die haben das? Ich hatte jetzt auch schon... Ich denke schon. Wenn nicht, kannst du auch gerne rauffahren, wie du magst. Also ich kann gleich mich aufs Fahrrad schwingen. Gib mir noch 5 Minuten, ich muss ja noch was fertig machen und dann... Ähm... Perfekt. Oder ich fahre kurz hoch und sag dir dann zu uns Bescheid, wenn wir nichts schaffen oder nicht schaffen. Oder ob sie es... Wenn sie es nicht da haben, dann schwenke ich mich aufs Rad und fahr mal kurz da die beiden an. Dann fahre ich kurz hoch. Supi, ich danke dir. Bis später. Dann bis später, ciao. Ciao. Jetzt gerade ist es ja nicht mehr. Also 4 kriegen wir nur mit, ne? Personen 5. Wird's nicht. Ich kannst jetzt selber Boot fahren, dann bin ich die Fahrerin. Aber ich kenn den Weg nicht. Und dann kriegst du die Geschichte nicht mit. Hallo. Wir dürfen auch fahren. Dankeschön. Wir freuen uns schon. Wie viele hast du mir jetzt bezahlt, Schaffi? Für vier. Okay. Gut. Ich mach mal platt. Das ist mein erstes Brot. Geht direkt weiter für euch. Und? Dann kriegst du ja auch die Besten. Josh kann es jetzt zum bleiben. Geht direkt weiter. Ja, ja, ja. Hab ich mitgekriegt. Genau. Und Prost. Oh. Ich hab noch Fett gehalten. Ich hab noch Fett gehalten. Und hier ist es. Oh, das war knapp. So, dann gebe ich dir mal die Besten wieder. Dankeschön. Schönen. Dankeschön. Super, dankeschön. Danke. Und vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ihnen auch. Tschüssi. Übernimmst du dann? Ja, kann ich machen. Warte, ich geb dir meine Besten. Ja. Ich mach das. So, bitteschön. Danke dir. So, ich pack noch die Besten rein. Also kannst du mir sonst auch geben, weil die vier waren jetzt auch gleich starten. Dann geb ich dir die Besten. Bitteschön. Bitteschön. Josh, viel Glück. Danke. Viel Erfolg. Dankeschön. Wie Feiern. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich muss... Es ist, es ist spät. Was ist das? 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 Komm her. Ich dachte, es geht eher lehn als 20 Uhr. Alles gut. Mit drei Mitte 20 Uhr. Danke dir. Was ist das? Ich hab das Telefon die ganze Zeit ja sowieso. Ich krieg ja dann Anrufe. Ich krieg ja nicht frei. Aber ich hoffe, du gönnst dir auch mal freie Zeit. Ich wollte gerade fragen, wann machst du das? Wenn du mir sagst, wo? Vielleicht morgen Abend ein bisschen. Weil bei mir das immer in so einer gefährlichen Nachtschicht endet. Schwierig. Schwierig. Ich sehe Janne kommen momentan, weil ich wieder so viel in der Lodge zu tun habe. Aber ist es schön, dass sie läuft? Ja, sogar sehr. Es ist nur sehr viel gerade. Ich finde es auch schön, weil die Lodge so gut besucht ist, aber es ist super viel Arbeit. Das glaube ich. Und ich habe noch nicht alle in die Ausbildung gesteckt, sodass ich sagen kann, ich kann mal einen Tag wirklich frei haben. Das braucht halt seine Zeit. Oh Mann. Ja. Das wird schon. Positiv denken. Genau, das wird. Jan sagt zweimal. Ja. Also ich sage ja immer, ich habe noch Hoffnung und dann kommt Jan wieder den Stubb dabei. Finde ich fes. Wow. Das ist so fes. Das ist echt fies. Wow. Ich schimpf später mit ihm wieder. Na gut, komm gut heim, Liebes. Ja. Schönen Abend. Gleich bald. Schönen Abend. Tschüssi. So. Ja. Hältst du die Stellung hier erstmal ganz kurz, bis wir wieder da sind? Ja. Kann man machen. Kein Problem. Gut. Ich bin hier. Ich bin in Offizie, Jan. Hm? Wieso? Warte halt mal drauf, Jan. Schau, komm. Da kommt er. Ja. Da kommt das Boot. Subi, ich leite ihn direkt weiter, dass er sitzen bleiben kann. Also wenn die beiden... Bitte? Ich wollte jetzt grad den Damen erzählen. Wenn die beiden gleich ausgestiegen sind, dann dürft ihr reinhüpfen. Ah, okay. Okay. Cool. Geht weiter. Die nächste Tür steht auch schon bereit. Wunderbar. Ich bräuchte nur tatsächlich eine Schwimmweste von euch. Weil ich hab keine. Oder so. Ich brauch eine. Die die Hände hoch hat. Hände hoch? Oh. Ne, das war was anderes. Ich bin der Beste zurück. Okay. So. Wiederschön. Danke, Jan. Ja. Genau. Wir fahren nämlich zusammen. Vorsichtig schon mal ins Boot rein. Okay. Juhu. Ich kletter mal vorne rein. Vorsichtig reinsteigen. Und den anderen meinen schönen Abend noch. Damit wir zusammen losfahren können. Okay. Und wann habt ihr angefangen mit der Geschichte? Als sie in die Kanäle rein sind oder von hier vorne? Bitte? Ich hab nichts zu sagen. Ich weise hier nur die Leute ein. Alles gut. Äh, Sarah hat jetzt Feierabend gemacht und deswegen übernehmen wir. Äh, wir stehen. Okay. Hat Elisa übernommen. Mhm. Und deswegen kannst du jetzt weitergehen. Okay. Okay. Nun warten bis hier. So. 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 Dann viel Spaß. Danke. Ich schalte die Stellung hier oben. Danke. Bis dann. Bis später. Bis später. So. Das machtest du mir einzig und klar, durch dich lerne ich das Leben neu. Sore wa aigratai, kirei na hensei, soba ni iru yo. Sore wa aigratai, kirei na hensei, soba ni iru yo. 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 Soba ni iru yo yo. Soba ni iru yo yo. Soba ni iru yo. Danke sehr! Das ist live. Der nächste Song, da machen wir jetzt eine kleine Pause in Richtung japanisch und zwar lautet der Song 10.35 und wie gesagt, ich schaffe mich auch hier wieder fest, dass du einen Mix tanzen und ja, ich bin nicht witzig. Das Bandaner runtergerutscht. Ja, das ist sexy. Stopp. Und every time it's like a rocket through my jet, the TV make you think the whole world's about to end. I don't know where this night is going. I know that you and me got something. So many things that I'm afraid of. But right now I am scared of nothing. All I know is 10.35 And I can feel arms around me. Let them drown me. All I know is 10.35 And I'm thinking, thinking God he found me. He found me. Don't you worry about tomorrow. Don't you worry, just pass the bottle. All I know is 10.35 All I know is 10.35 And I can feel arms around me. Let them drown me. Every night lock up places in my dreams. So many never ending alleyways. I don't know what it means. But this is it, you know the sun will wake me up. Tell me I've begun to not get what I want. I don't know where this night is going. I know that you and me got something. So many things that I'm afraid of. But right now I am scared of nothing. No. I don't know where this night is going. All I know is 10.35 And I can feel arms around me. Let them drown me. All I know is 10.35 And I'm thinking, God he found me. And I'm thinking, God he found me. That you found me. So don't you worry about tomorrow. Don't you worry. Just pass the bottle. All I can touch the 10.35 And I can feel arms around me. Let them drown me. Like let's get you. Wait, we're watching a video, dude. Would you like to watch a video? So we'll have to watch a video. That's what I wanted to watch through. And we'll be watching a video. And then we'll be watching a video. And we'll be watching a video. So I'll see you now. Just a video. Die Mail-Katz? Ja. Das wir nur so vier, fünf Tage zu machen müssen. Unter bis Donnerstag oder später. Okay, cool. Das ist so gut. Ich dachte jetzt, wenn es jetzt... Ja, sehr gut. Okay. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich bin nicht mal gespannt. Ich bin nicht mal gespannt. Die Teil five kommt. Dann geht es hier und wir gewinnen感 zynBkatz. Das kann ich jetzt hier klar sein? Was ich gamble? Ich weiß es nicht. Ich habe meine McCann. Das war also für wenig minute. Ich stelle hier in Ordnung. Ich habeuchinci. Ich habe oss schon gedacht. Ich kenne gar nicht. Okay. Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass du da oder auch da warst. So, Achtung. Ich helfe Ihnen. Super. So, danke. Gerne. Wer kriegt denn die beste Zoll? Komm, ich will doch die Dame hinter Ihnen. Moment, so. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Danke dir. Da sind die anderen auch wieder. Passt ja perfekt. So, komm her. So, jetzt. Bitte sehr. Einmal hier lang. Super. Dankeschön. Und noch einmal. So, wer möchte denn die beste Zoll haben? Die beste nehme ich wieder. Alles klar. So, dann. Dankeschön für die tolle Fahrt. Sehr, sehr klar. Sehr gerne, ne? Ich würde dir gerne Trinkgeld geben, aber ich habe nur noch fünf Dollar. Ach, alles gut. Bitteschön. Dankeschön. Oder einen Bier mit Buttercup, kann ich dir auch abgeben. Gerne. Alles gut. Danke, Schösser. Bitteschön. Genau. Ah, okay, super. Dann wünsche ich Ihnen in dem Fall noch einen schönen Abend und viel Vergnügen beim Fest. Dankeschön. Dankeschön. Euch auch. Tschüss. 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 Kara, ich habe noch eine Weste für dich. Ja. Bitteschön. Danke. Ich habe nicht wieder alle Westen. Sehr gut. Ich glaube, ich zeige dir sogar eine mehr. Wenn ich eine zu Elisa weitergebe. Oder? So. Fällt mir noch eine Weste? Ja. Du hast halt später angefangen, aber das macht nichts. Das hat gepasst. Das war ja halt... Dann gebe ich dir noch eine Weste rüber. Bitte. Ich habe mich so verfolgt gefühlt. Ich habe jetzt zwei Damen Westen noch. Das ist aber gut abgelegt. Also ich habe zwei Herren und zwei Damen. Und die, die ich anhab. Genau. Ich habe die, die ich anhab und zwei Damen Westen. Genau. Die Herren Westen hat ja. Ja, dann. Wieder aufhänden Kampf. Neue Leute ranholen, oder? Ja. Ja. Bisher waren keine Anfragen. Wir sind jetzt bei... Dann müssen wir vielleicht auch mal Segros Jacke überziehen. Wir sind jetzt bei... Nein, wir sind schon warm genug. Ich bin hier nur... Ja. Schon? Wow. Wovon 45 der Latschen geht es. Okay. Das macht mir nicht ganz so viel Minus. Das tun wir definitiv nicht. Achso, in der Hinsicht vielleicht, ja. Ja, wobei, wir sind immer noch zu viert. So, ich bin wieder da nicht. Ich mag Kiki, ja, ne? Soll ich eigentlich sagen? Habt ihr das Lied gehört von Maxim Denver? Wollt sie jetzt nicht? Wenn ich wüsste, wer Maxim Denver ist, dann... Ja, das ist der Song, den sie rausgenommen hat, dann... Das ist mega gut. Anzug und Bike. Vielleicht sollte ich öfters auf das Ding gucken, äh... Wenn, Schatzschu? Ja, die. Ich muss bestehend, dass ich da... ...bisher noch nicht so oft drauf war. Ah. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute dann die Tour entrufen, wenn die ganzen Live-Ags weg sind. Ah, hier. Anzug und Bike. Das soll noch mehr kommen. Das Lied ist wirklich, wirklich gut. Und ich kenne die persönlich, die habe ich in meiner Wohnung gewohnen lassen, als sie hier angekommen ist. Also, von deines, die keine Wohnung gekriegt hat. Ah. Das ist irgendwie schon cool, ey. Tja, mal kurz rein. Fängt auf jeden Fall richtig cool an. Sehr nice. Der Text ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Danke sehr. Was auf jeden Fall es dem Abend fehlen darf, ist mein Song. Ich komme gleich wieder. Können wir nächstes wieder hochgehen, oder? Ich möchte jetzt auch ganz gerne mit euch teilen. Und schenkt weiterhin fleißig die Hüften. Steht ihr da was? Okay, Leute. Kiki des am Start. Geht. Du denkst, ich wäre sowas wie dein Besitz. Doch ich bin die Number One nach den neuen Chartes. Ich bin auch Lassina. Halb Lassina. Sie. Ja. Aphrodonis? Nee. Hallo, Tom. Hi. Ich hatte einen Punkt wegen dem Probator-Untertrag. Moment, ich muss mal einer Stelle geben, mich nicht zu. Wenn du kurz Zeit hast. So, jetzt. Jetzt verstehe ich dich. Ich hatte einen Punkt bezüglich des Konfirmationsvertrags, und zwar mit den Betanken. Betanken, ja. Eigentlich habe ich ja ausgemacht, dass die Kunden quasi selber tanken. Ja, steht das nicht drin, oder haben wir da was unten? Nee, ist hier drin, ähm, ich muss kurz gucken, ob der Punkt, dass es genau war. Ähm, ob ich das jetzt gesehen habe, ich habe es gerade eben nur gesehen. Und sofort war es weg. Okay, lass mich kurz gucken, vielleicht finde ich es auch, ob die schneller... Ja, ich habe es gefunden, im Zweiten. Okay, Wartung und Betankung, der Fahrzeug erfolgt ebenfalls, wie ich fahre das Auto. Ja. Wäre in Theoretik auch möglich, dann müssen wir nur wieder die Preise mit dem Hörer machen, beziehungsweise die Rechnung, was ihr ja nicht den Kunden abnehmt, so gesehen. Ja. Weil dann müssen wir doch die 40, 50 Dollar mit aufschlagen, und die da drauf kommen, dann müsstet ihr ja quasi die wieder mehr nehmen, so gesehen. Okay. Deswegen hatten wir eigentlich gedacht, dass Kunden am besten auf dem Rückweg selber tanken und dann abstellen. Ähm, okay. Das ist das Einfachste gewesen. Ich schreibe es mir auf und... Ja, dann schreibe ich mir das nochmal auf und gebe es nochmal weiter, dass das geändert wird. Moment. Also, sonst müsst ihr nochmal quasi die extra Aufschlag für... Mhm. Das tanken, der wäre ja alles ein bisschen komplizierter noch dann, mit der ganzen Rechnung. Ja. Ich gebe das nochmal weiter und dann lasse ich das nochmal ändern. Das hatte ich leider auch nicht mehr im Kopf, tut mir leid. Ja, alles gut. Deswegen... Auch ein bisschen viel. Wollte ich nur Bescheid geben. Supi, ich danke dir. Dann gebe ich das weiter und sobald ich den neuen habe, sage ich dir Bescheid. Und schicke es dir zu. Ja, so machen wir es. Supi, ich danke dir, Tom. Bis dann. Ja, gerne. Bis dann. Ciao. 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 Ja, ich habe dich. Na, hallo. Na, du? Na, hallo. Alles gut? Ach, muss. Ich habe mich frei. Du hast ja einen hier. Den ich nicht die ganze Zeit sehe, da er immer am Kopffall ist. Aber ich habe mir schon... Moment. Ich habe mir schon einen Platz auf der Marquis-Tour gesichert. Für später. Oh. Oh. Feuerwerk vom Boot aus. Oh. Oh wei, oh wei. Romantisch. Na ja, das kriegt derjenige, der den höchsten Betrag heute spendet. Oh. Und ich bin dann einfach mit dabei. Also... Ja, warum nicht? Ja, gerne hin, ne? Ja. Finde ich gut. Ansonsten bin ich ja eh nur die ganze Zeit am Telefonieren, hier ein Tun machen und Ungewachen. Ach, halb so tragisch. Ich wollte gar nicht, was frei bedeutet. Ey. Gern ich. Gern ich. Für Saber bin ich ja oben bei der Lodge auch ein Sprechpartner die ganze Zeit. Aber ich habe ihr auch ein paar Aufgaben gegeben, von daher. Reicht hast du. Ich war böse. Was? Ich habe ihr den Auftrag gegeben, sie soll den selbstgemachten Kaffee berechnen. Hahaha. Weil ich das immer noch nicht geschafft habe. Kaffee jetzt selber? Hallo? Oh. Oh. Ja. Mistwerger. Stichwort. Wo wir gerade vom Kaffee reden. Ja. Ich glaube, ich habe Maxi gesehen. Wo denn? Eben beim Auftritt. Wenn sie so eine hübsche Bommelperucke auf hat und eben auch eine runde Boots gefahren ist mit orangenen Haaren, dann würde sie das sein. Aber das ist nur meine erste Vermutung. Ja. Ich vermute mal. Ne, da ist Maxi unterwegs. Entschuldigung. Aria? Ne. Doch Aria. Entschuldigung. Das ist so schwer auseinander zu halten. Entschuldigung. Na, alles gut. Da ist Aria unterwegs. Heute Aria. Krillchen. Krillchen. Übrigens. Yvain. Ja. Ich brauche was von dir. Oh oh. Ähm. Ich habe jetzt ganz dringend einen Termin. Nein, alles gut. Nein, nein. Ich brauche tatsächlich nochmal so eine Captain-Mütze, aber für Männer. Für Herren? Ja. Kann ich dir holen gehen. Brauchst die gleich? Wenn du tatsächlich eine hättest, wäre ich dir mehr als dankbar. Ich weiß, wo sie drüben liegen, ich kann dir eine holen. Das wäre richtig gut, weil ich muss tatsächlich eine meinem Vorgesetzten geben, weil der trägt tatsächlich in seiner normalen Klamotte komplett weiß. Okay. Und ich habe zu ihm gesagt, beim besten Willen, dazu passt so eine Captain-Mütze. Okay. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er kriegt eine Captain-Mütze. Dafür wird einmal die komplette Lodge von seiner Kollegin gebucht. Okay. Haben wir schon einen Termin? Die Frau Bunnet. Ah! Du hattest du erwähnt, ja. Ja. Okay. Soll ich dir eben eine holen gehen? Wenn du Zeit und Lust hast? Ich habe doch eh eine. Ich bring dann... Dann komme ich mal fünf Minuten von den Trubel weg. Okay. Ich sag nur eben Bescheid, ne? 150, oder? 150, genau. Ich sag nur kurz dem Team Bescheid, bin gleich wieder da, oder? Ich hole mal kurz ne Kapitänsmütze, bin gleich wieder da. Ja. Ich verkauf grad. Sehr gut. Sehr gut. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Gleich. Komm gleich mal mit. Ganz hinten, wenn du da weiter gehst. Na gut, dann schweig. Ja. Ah, Entschuldigung. Es kann Bonny übern Haufen gelaufen. Es tut mir leid. Aber nicht absincle. So, dann kriegst du nämlich gleich das Ding in die Hand gedrückt. Ah, ist gut. Ich muss ja jetzt eh erstmal zu Sirius laufen und wieder zurück. Also macht dir da keine Gedanken. Und dann hole ich dir eben die. Für den Herren, ne? Für den Herren, ja. Okay. Dann lauf ich eben. Bis gleich. Okay. Bis gleich. Schweig dass ich nicht aus der Hand legen kann. Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Ah nein nein. Alles gut. Okay. Lass dich nicht hier alleine laufen. Alles gut. Ich bin letztens über die Kachel gelaufen. Ich hab mich an Jan festgekrallt. Okay, zählt vielleicht nicht ganz. Alles gut. Warte, ich kann sehen. Okay, beeil mich. Weiblich, männlich für den Hang. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Gar nicht, ich habe ja gesagt, dass man eine vierte Person braucht. Und dann hat sie gesagt, sie kommt mit. Pass auf. Nee, gar nicht. Ich bin nur Notlösung. Nein, ganz gut. Aber eine liebe Notlösung. Na? Ihr sollen Yoga-Motten sein? Äh, ja, da vorne. Okay. Da, wo die große Palme ist, rund um die Palme sind ein paar Yoga-Motten. Dankeschön. Willst du dir die Sonne? Ja, blauer Fleck. Da. Oh Gott. Das ist mir. Ja. Ja. Dann habe ich ganz schnell noch einen, noch einen Energy getrunken. Oh, die getrunken ist jetzt von Shamrock. Oh. Das machen sie auf einmal so. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Holy fuck, bin ich geil. Alles gut. Wusstest du, dass es einen Shamwalk-Song gibt? Ich wusste das gar nicht. Ich auch nicht. Sie hat einen Song komplett über Shamwalk geschrieben und gesungen gerade eben. Okay. Ich stand da oben und sag so, äh, what? Also, sie hat ja schon eine krasse Stimme. Ja, das stimmt. Komm sofort wieder, einen Moment kurz, ja? Nee. Entschuldigung. Willst du davor bitte reden? Äh, die Boote sind zurück, falls ihr fahren wollt. Ja, wir kommen gleich. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so unangenehm. Mit Sybilis kannst du... Achtung. Ja, das ist so unangenehm. Ja, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Ja, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Ja, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Ich bin ruhig. Alles klar. noch mal kleiner zwischen für alle diejenigen die sich für mode interessieren tricks empire ist an dem stand ganz links außen jetzt auch vertreten und verkauft da noch mal ein paar sachen dass sie da bescheid wissen und jetzt beginnen wir dann mit der performance ich hab den klas und Die legende des Drachenbootfestes, die legende von Shihun, war Minister am Hofe König Huais von Shihun und lebte zur Zeit der kämpfenden Reiche, einer Periode, welche der endlichen Alleinherrschaft Shins über ganz China vorherging. Er war von dem Volke geliebt und schien dem König, dessen Familienname Shihun auch der seinige war, unentbehrlich. Er war ein aufrichtiger Mann, stets besorgt um das Wohl von Land und Leuten und engagierte sich für die Reform und Stärkung seines Heimatstaats. Doch eines Tages sollte Shihun Opfer eine Intrige werden. Das war's. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen, vielen Dank. Ja, Mann. Das war unsere zweite Performance heute. Wir machen das Ganze auch noch mal um 23.05. Nach einer wunderschönen kleinen Überraschung hier. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Wir sind von Wein und Varité und freuen uns, um das hier auch noch mal erwähnt zu haben. Wirklich sehr über diese Kooperation, über den kulturellen Austausch, über die Möglichkeit, bei so einem wichtigen Fest dabei sein zu dürfen. Als nächstes geht es in Musikalische weiter mit Stay Red. Da wünsche ich ganz, ganz viel Spaß. Und dann sehen wir uns im 23.05. noch einmal. Dankeschön. Gucken wir mal, wo Arthur sich verschleibt hat. Ich wollte gerade sagen, wir müssen Arthur massieren. Aus dem Bildeparadies. Ging, ging ich schon mal super. Das, Ellie, es steht da. Hallo zusammen. Hallöchen. Hallöchen. Ja, hi. Wir sind Day Red. Und wir haben nun die Ehre, euch ungefähr eine Stunde lang hier noch musikalisch zu begleiten. Und ich möchte ganz kurz an der Stelle sagen, dass vor allem, das ist jetzt nicht so ganz politisch korrekt, weil ich nicht das gesamte Programm heute Abend mitbekommen habe. Aber was ich gesehen habe, das waren jetzt Kiki und das Weinbot Varité. Und ich finde einfach fantastisch, wie wunderbar das zum Thema passt, weil wir beide werden es jetzt nicht tun. Eine kleine Entschuldigung dafür, aber wir werden heute Abend Day Red Songs spielen und auch ein paar Cover beimischen. Also wir haben für uns heute Abend ein buntes Programm. Aber der größte Applaus heute Abend gilt denjenigen, die das Drachenboot Festival zum Drachenboot Festival gemacht haben. Also Respekt. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Und wir starten jetzt mit unserem ersten Song, My Ghost, der ist von uns. Viel Spaß damit. Sarah? Ja. Die Rote sind gerade zurück, falls ihr eine Runde drehen wollt. Vom MD her. Okay, ich glaube erst mal nicht. Okay, weiß ich nicht. Stimmt, stimmt. Aber deswegen habe ich ja gesagt. Gerne. Was länger her. So you're the reason why sometimes I need to cry. Rhythm. Ich habe leider keine Gäste für euch. Nee, alles gut. Elli wollte, glaube ich, die gerade noch irgendwie nach... Nee, ich brauche Kaffee oder sowas, was jetzt mal Intuos hat. Haben wir was bei Sybius? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann was organisieren. Ich habe... Tee haben wir da. Tee haben wir, glaube ich, da. Ich organisiere euch was. Kein Problem. Ach, danke schön. Danke schön. Danke schön. If you need a son of me don't talk to me, then I'll stroke your hand and tell you to live without feel country. Tee haben wir, glaube ich, da. Ich würde das nicht mal care. Tschüss. Tee haben wir. Tee haben wir. Ja. Genau. Ja. Einen Moment. Aber dann können wir sehen. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön. Sehr gerne. Danke. Josh? Ja? Willst du auch Tee? Gerne, gerne. Hallo zusammen. Hallo. Musst du nur annehmen. Achso, ich bin... Ja, warte mal. Vielen, vielen Dank. Das muss man ganz kurz... Ja, wie schon gesagt, da werden wir immer mal wieder Cover reinmischen. Danke dir. Können wir helfen. So auf dieses... Möchtest du eine Runde mit dem Boot fahren? Viel Spaß. Zu dritt am besten, wenn das geht. Zu dritt. Ja, drei auf einem Boot ist etwas schwierig. Wir fahren auch eine kleine Runde übers Meer. Deswegen wäre es uns lieber, wenn jeder was zum Festhalten hat. Ja, ich kann aber gerne, wenn das Licht ausmachen kann, beide Bole besetzen. Dann schauen wir noch, da gibt es noch eine Kollegin, die Frau auch immer nehme ich noch auf dazu. Und dann kann es auch gleich losgehen. Ich habe es dir entdeckt. Ich würde es ja mal kurz holen, dann kannst du schon mal den Rest. Okay. Du bist schon weg. Du bist schon weg. Ja. 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 Ein Tee. Okay. Okay. So, vier Stück. Drei Stück. Drei. Drei. Dann könnt ihr schon mal mit nach unten kommen. Da knuggeln wir uns hier nicht so an, eigentlich. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Dann würde ich tatsächlich umbewusstechnisch von euch pro Cod 25 Dollar bekommen. Ich brauche noch hier mit einer Weste. Ja, ich wahrscheinlich. Ja. Herren Westen gibt es bei mir. Genau. Dann einfach zum Pflegen. Ja. ist das geld weggeschmissen ist jetzt in ausschnitt geflogen ihr könnt schon sein ich war allein darf ich das wohl selber fahren warum nicht hier passt doch auch ok ist es bei dir vorsichtig wenn ein steigt Ja. Danke schön. Danke. Ja, das nächste Lied, das haben wir gespielt. Das erste Mal überhaupt auf einer Hochzeit. Danke schön. Ich komme mir falsch vor, wenn ich was spende und theoretisch dann selber gezogen werden könnte. Alles gar kein Problem. Für mich tatsächlich sehr, dass ich gespielt habe und es war wundervoll. Falls ihr uns unterwegs seid, weil ich jetzt trefft, die Series macht nicht nur, falls ihr da jemanden trefft. Das wunderbare Lied. Gut. Ja? Okay, super. Gerne. Ciao. Ja, das käme mir falsch vor, wenn ich hingehe mit der Lodge zum großen Hauptgewinn in Anführungszeichen. Spende und dann sagen wir es kaufen und vielleicht den Balance hier oder so. Das ist zwar unrealistisch, aber nee, das kommt mir falsch vor. Und dann war es krass. Das ist zwar ein Schmerz. Ich denke. Die Lodge. Die Lodge. Das war ja ganz früh. Und dann bin ich sauber. Die Lodge ist ja nicht einfach. Das ist glaubst du lieber als Punkt. Und dann bin ich in der Lodge. Die Lodge ist so klein. Ich glaube, wenn wir wieder zusammen sind. Und dann bin ich nichtsinnig. Und der wird locker ist, dass wir die Tiere sind. hallo ich merke das schon, hi wie geht's dir? sehr gut und dir? ja ich weiß ich dachte ich hab euch erst spät dann muss ich doch wenigstens mal kurz hallo sagen ja da hast du mich noch knapp erwischt ja ich hab ja schon länger aber ich bin nicht weg gekommen irgendjemand Telefon klingelt da ist man einen tag nicht bei der Notch und schon wird man dauernd angerufen ja das kenn ich nee aber ich wollte euch wenigstens einmal kurz hallo sagen ja ich bestell mal grüße an nancy denn die war heute kratis von der 3-4 schon hergefahren ja das mit der hitze kommt hier nicht so gut drückst du lieber an mir ja mach ich kann ich dir was mit das tun ne ich wollte nur hallo sagen gerade ach so ja aber schön dich zu sehen ja schön deswegen nee ich wollte nur die musik und mal später soll auch Feuerwerk sein habe ich gehört ja ich schaue mir das von euch aus an ach jetzt wollen wir die leute wieder durchlassen oh gott na gut die war ist ja voll schwierig also die war ist ja sehr eng das ist echt schwierig ihr knobelt auch ganz schön sehe ich da ja ich helfe euch auch nur aus wenn gerade zu viele Leute da stehen den 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 das verstehe absolut ja gut dann lass ich dich mal weitermachen also dann ich wünsche dir noch einen schönen abend ja gleich weiß ich liebe grüße an nancy ja auf alle fern bis dann tschau bis zum nächsten mal fern bis zum nächsten mal fern bis zum nächsten mal Dankeschön. Danke, danke. So, mal wieder was von uns. Ein bisschen was aus dem Schmusigen raus. Wir spielen Walking By. Viel Spaß! Oh, well, who am I lying to be honest? I go every day to find some peace in the sea. I can't help myself but figure it out. With a cold iced coffee in one hand. In the sense, I could have it all year round. Sadly I can't have it all year round. Fellas, if you see me walking. Fellas, if you see me walking. And I might be seen many times. And I might be seen many times. Please, please start stressing. Because I'm just walking by. Because I'm just walking by. Oh, bye. And no, I won't learn from mistakes. Don't try to teach me. I am done with lessons. Simple things might catch me. And simple things have caught me. I can't help myself but figure it out. No bills, no calls can count on me. Won't text you back. I am just right where I belong. Sadly, a fish haven't learned to breathe on land. Sadly, I'm not just right where I belong. Fellas, if you see me walking. Fellas, if you see me walking. I might be seen many times. And I might be seen many times. Oh, please, please stop stressing. Because I'm just walking by. Because I'm just walking by. Oh, bye. Sadly, a fish haven't learned to breathe on land. Sadly, I'm not just right where I belong. Fellas, if you see me walking. Fellas, if you see me walking. And I might be seen many times. And I might be seen many times. Oh, please, please stop stressing. Because I'm just walking by. Because I'm just walking by. Oh, bye. Goodbye. Bye. 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 Yeah, that was it. Thank you. Vielen Dank. Ja, als nächstes ist es wieder ein Cover. Nicht so das Everyday-Cover, denke ich. Das hatten wir uns mal einstudiert am St. Patrick's Day. Ein bisschen irreführend, der Song heißt Galway Girl, ist aber nicht von diesem absolut weltberühmten Gitarristen Ed Sheeran, sondern es ist ein wohl typisches Pop-Lied, deswegen man uns das empfohlen hat, dass es unbedingt am St. Patrick's Day gespielt werden muss. Und uns hat es richtig gut gefallen. Deswegen nehmen wir es immer mal wieder gern mit. Also, zeigen wir euch jetzt gern. Galway Girl, eigentlich Erfolg, denke ich, ist es. Viel Spaß damit. Ja, als nächstes ist, und wir stoppen, zu sprechen, auf die Fines der D.I.A. Und ich frage dich, Freund, was das Felle zu tun? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Frage, wenn wir die Tropic dann wegfahren, dann können wir natürlich auch hier direkt anlegen. Also hier rechts vielleicht die Box. Also wir können in die Box bringen. Oder wenn hier Krieg fährt. Die Krieg wäre jetzt mein Gedanke gewesen. Es sei denn, wenn du mit dem Krieg mal raus willst und mit diesem Kanal, weil sie so ein Stückchen mehr hier in die Richtung setzt. So, dass sie nicht im Weg ist. Ja, irgendwie muss man die Gäste draufkriegen. Willst du den Stand wissen, Jan? 785. Das ist nett. Ich muss noch Trinkgeld abrechnen, aber wir sprechen wieder schon. Das ist schon nett. 23 Leute. 23. 23? Wir hatten doch nur eine Einzel-Tour, oder? Alle anderen waren doch voll. Jetzt gerade jemand hat noch eine Dreier-Tour. Hatten wir mehrfach eine Dreier-Tour? Ja. Hatte Leute, können wir auch einfach mal angeschleppen. Bei der einen Tour kam noch ein Vierter hinzu. Bei der anderen war es ein Dreier. Sind es denn 24 Tour? Bei der einen Tour kam noch ein Vierter hinzu. Bei der anderen war es ein Dreier. Sind es denn 24 Tour? Du hast mein Name auf der Wand. Ah, ah, ah. Und unsere Bilder auf der Wand. Schön. So schön. Kann man es auch gerade mal ganz kurz für keine Mädchen? Ja. So singen. Ja. Ich brauche auch gleich eine Pause. Ja, also wenn jetzt keiner mehr kommt, dann machen wir ein Viertel vor wie dich. Dann holen wir noch die New Horizon rüber. Ja. Wo willst du denn dich hinstellen mit ihr eigentlich? Wegen Feuerwerk? Hier. Ja. 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 Einen Halbi. Schön. Gut. Der nächste Song. Ääh. Und war viel zu tanken? Bei der Tropic ist es noch nicht viel? Ich glaube, ich habe zwei oder drei Stunden. Ja. Was anderen... Matthias an der Nächsten zusammen. Aber ich habe äh... Man weiß nicht wo in die Toiletten sind. Der Nächste heißt, immer wenn wir uns sehen, dann muss man sich einfach mit der Person, die man gerade am liebsten bei sich hat, muss man sich eigentlich einfach in Arme nehmen. Hallo, ich sehe vier Leute. Und ansonsten, tja, weiß ich nicht, ein Song für die Drehzahl. Wir sind jetzt zwei immer da weggenaufen. Viel Spaß. Ja, wie läuft es denn so für Sie auf der Veranstaltung? Ja, doch, könnte ich klagen. Ja? Wie war denn so die Organisation von Ihrem Empfinden? Wir haben das relativ spontan gemacht. Also die erste Anfrage kam schon vor einigen Monaten. Wir haben ein bisschen telefoniert und guckt, was überhaupt so eine Sache ist. Und dann haben wir jetzt nochmal kurzfristig, haben uns in den letzten Tagen mal so ein bisschen verpasst. Deswegen war das heute sehr spontan. Ja, das haben wir tatsächlich heute häufiger gehört. Also war es auch bei Ihnen sehr spontan. Ja, aber alles klar. Das ist nicht unbedingt nur die Schuld des Veranstaltungs. Wir haben uns das nicht unbedingt mal verpasst. Das haben wir es versucht. Wir haben dies versucht. Wir haben es wieder versucht. Das ist immer, wenn wir uns sehen. Lass mein Herz widerstehen. Und mein Kopf leer. Wo soll ich an der Gehmer, wenn wir uns sehen? Alles andere können wir selber machen. Wird auch gut angenommen. Da kann man richtig schmecken. Sie machen quasi eine Runde. Oh, wir sind dann nur 20 Jahre alt. Bitte? Genau. Genau, kann ich mir jetzt vorschlagen? Ja, das ist gut. Unter Blumen auf der grauen Straße Du kannst nicht, du kommst schon in deiner kaum die Glase Welche lieben Zeit Du magst wert auf dem Boot Mal lass uns sehen Wenn das Info kommt, hältst du den Daumen raus Und du siehst auch, wenn du dir unglaublich aus Elisatee Oh, bitte bin ich an dich denn Brauchst du mir den Atem Ich würde mich nicht wieder verschlucken Auf jeden Fall für eine Tour haben wir auf jeden Fall noch Zeit Willst du sehen, es gibt viele, doch ich spüre, du bist anders Immer wenn wir uns sehen Wird mein Herz wieder stehen, mein Kopf mehr Wo soll ich denn, wenn wir uns sehen Doch sich sofort gehen, weil ich so werde, wenn du nicht anders Immer wenn wir uns sehen Sehr gerne Dann noch eine schöne Veranstaltung Und eben so Schönen Feierabend dabei Schönen Abend, ne? Schönen Abend, tschau Tschau Schönen Abend, tschau Dafür hatten wir keine Zeit, aber für den ganzen anderen Kram Danke, offenbar Bitteschön Wer war das überhaupt? Also, ja, Kasa, klar, aber ich hab den jackert Meine Knie werden neu Mit den 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 Knie werden neu Die waren echt sehr schlummig, oder? Ja Mhm Ja 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 Das ist das auch Ja Das ist auch Amen. Dankeschön. Ja, wie gesagt, den Song, der jetzt kommt, also die zwei, die muss man eigentlich in einem Atemzug erwähnen, denn danach kommt Sag Einfach Ja und auch den Song haben wir mal, ich glaube Verlobung und Hochzeit ist es dann letztendlich gewesen, durften wir mal für liebe Bekannte, liebe Freunde für uns spielen, also viel Spaß mit Sag Einfach Ja. Es gibt halt auch keine Veranstaltung, wo nichts passiert, ne? Ne, leider nicht. Keine Ahnung, was passiert. Gut, man könnte den Feuer beeinflussen. Wo kommst du denn plötzlich her? Nein. Eine wie du gesagt, ich liebe dich, gibt's doch eigentlich nicht mehr. Ja. Ich hätte nie von dir zu träumen gewagt. Und jetzt bist du plötzlich wach. Dieser Tag verlangt nur das eine von dir. Sag Einfach Ja für diese Reise mit mir. Ich traf der Blitz, als ich dich lächelnd sah. Beim nächsten Herzschlag war uns beiden alles klar. Ja. Du machst den ersten Schritt, ich trage dich an. Ich trage dich an. Wo du auch hin willst, wenn du Blut ertragen kannst. Ja, das gibt es schon irgendwie cool. Dann wird's nur ruhig alleine. Ich trage dich an. Ja. Ja, das ist schon nett. Aber ich trage dich an. So, ich trage euch dir aus. Und dass du negrausten kannst. Ich trage dich an. Es geht aber einer von dir. Das ist ein guter Typ. Ich trage dich an. Das ist eigentlich die Musik. Sag einfach ja, für diese Reise mit mir. Sag einfach ja, für ich geb' nicht ohne dich, ja für ein Leben mit mir. Sag einfach ja, dann leg' ich mich neben dich und halt dich fest in meinen Arm. Ja, dieser Tag verlangt nur das eine von dir. Sag einfach ja, für diese Reise mit mir. Dieser Tag verlangt nur das eine von dir. Sag einfach ja, für diese Reise mit mir. Ah, da ist unsere Antwort. Ja, unser Späher. Ja, Kara läuft davon ab. Hab's den Blick. Okay. Dankeschön. Danke. Danke euch. Ich sehe das übrigens als, auf eine gewisse Weise sehe ich das als Kompliment, wenn Leute sich erlauben, hier Buchrufe oder uns negativ zu kommentieren im Vorbeigehen, weil sie ja dann automatisch davon ausgehen müssen, dass wir zwei hier stehen und stark genug dafür sind, denn jeder andere würde vermutlich in Tränen ausbrechen. Also, vor allem selbstgemachte Songs zu schreiben und sie zu schreiben, sie aufzuführen, das sieht anscheinend bei uns beiden so einfach aus, dass man uns mit Füßen treten darf. Also, danke. War kein Truss. Das ist jetzt mehr als super. Das ist richtig Erkorn. Ach ja. Viel Spaß mit einem Song von uns. Der heißt Last Meal. war kein Trünen, war Liefer. Das ist richtig Hellermine. Quote Frage, braucht ihr mich jetzt noch? Nö, ich glaube, wir können die Partie überhaupt auflösen und machen dann nur noch die große, das große Finale. Bist ihr eigentlich um das Feuerwerk steuert? Ja, das ist natürlich. Ich bin hier in Richtung Lasvala. Also, beim Lasvala habe ich meine Arzt. Ah, okay, also ich bin hier aus dem Ort, wo das dann kommt. Okay, gut. In dem Fall, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dann gehe ich mit dem Ziel aufstippen. Danke, dass du gleich dabei warst. Gut, euch noch einen schönen Abend. Genießt euch das Feuerwerk. Ja, werde ich. Ich beeile mich jetzt mal umziehen, damit ich es auch ja sehe. Ja, dann. Jo, würde ich sagen... Ich gehe auch schon mal die Bote rüberbringen. Ja, die Dropping muss noch getankt werden. Ja, ich würde noch gerne... Achso, Schwimmwesten. Schwimmwesten, Bombe. Achso, ja. Hatten wir dann gebt ihr mir die? Mach schon. Aus. Aus den Worten, Leute. Ja. Wir haben doch euch mitgegeben. Wir haben die Bote. Wir haben auch welche drin. Was he breakfast in bed? Memories and sirens of the nightmare we share. Wenn ihr... Ja, ihr wisst ja nicht, wie viele ihr braucht, ne? Also, hier sind... An der anderen sind keine drin, ne? Ich gebe dir meine auch mit, weil das kurze Stück Schott veröffnet. Ja. Ich habe sonst meine auch noch, die packe ich auch noch dazu. Dann nehme ich die Tropic mit und tank die ja noch immer schneller. Ich habe noch eine in die Kiste reingelegt. Ja. Ja. Sechs. Müsste passen, ne? Ja, genau. Dann fehlen mir noch drei Damenessen. Hast du die? Ich habe... Ist keine mehr. Wen? Vielleicht hat Kara noch welche? Oder habt ihr die... Ich vermute Kara hat die vielleicht, ne? Ja. Ich darf schon mal oben bleiben. Bis gleich. Bis gleich. Memories and sirens of the nightmare we share And my last year would be a kiss from you But the glass and guns between us won't matter I'll give you a kiss from you One cost 90$ and the ATM is there How many do I have to buy? I can't even buy all of them I just wanted to say I'll make the mark here I'll give you a kiss from you Thank you, you too Daniel, take your hand down your hand I'll just let you hear it Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, sehr gut. Ich wollte nur fragen, bringst du das Schiff mit rüber oder soll ich noch rüberkommen? Äh, Schiff mit rüber? Ich kann die Beweisen rüberbringen, kein Problem. Ja, okay. Dann, äh, ich geh mir nur eben oben noch die Jakke holen, dass ich... Ja. Die hab ich jetzt noch nicht. Dass du offiziell bist. Ja, dass ich offiziell bin. Bin schon nicht eingestempelt, aber offiziell. Bis gleich. Bitte? Hm, alles wie? Ich geh mal eine Jakke holen, damit ich offiziell bin, auch wenn ich nicht eingestempelt bin. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Machst du jetzt Feierabend? Ja, ja. Okay. Ja, ist ja auch ne, ist ja nicht unnötig da jetzt noch so. Alles gut. Ja. Aber war cool. Ja, ist mal was anderes, gell? Ja, das stimmt. So, geh ich noch mal die Jakke holen. Mhm. Dann muss gleich drüben. Ja. Hallo, Luke. Schön, dass du da bist. Urinier 7, 30 Minuten soll das Unwetterstechnisch nicht abgehen hier. Bisher trüben. Ist Ellie jetzt schon rübergegangen, oder? Äh, sie sagte was von, äh, so wie sie noch drüben ist oder so. Äh, irgendwo. Keine Ahnung. Aber ich bin mir nicht sicher. Tut mir leid. War gut. Aber viel Spaß. Ja, ich geh auch nochmal rüber. Okay. Ist jetzt komisch, wenn man dann den selben Weg hat. Achso, du gehst ja eh nur zur Marquis. Ich geh zur Marquis, ja. Ja. Okay, aber... Das ist das, worauf ich mich heute Abend freue. Ja, das glaube ich. Von meinem, in Anführungszeichen, freien Tag. Na gut, dann... Ist ja entspannt, so eine Runde, ne? Ja. Ja. Manchmal braucht man das einfach. Alles klar. Dann vielleicht bis später, ne? Okay, bis später. Ciao. 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 Bisher drücken und steht die Luft gerade leicht bewölkt, aber nur... Aber aus Franken kommt gleich eine Front rüber. Wo war es noch, Senni? Wo war es noch, Senni? Die ist nicht ungefährlich. Die ist nicht ungefährlich. Die ist nicht ungefährlich. Die ist nicht ungefährlich. Ja, wir müssen... Ja, wir müssen... ...ägen. Ja, wir müssen... ...ägen. Ja, wir müssen... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was hältst du denn davon, wenn wir gleich auch nochmal die Geschichte erzählen? Während des Feuerwerks, meinst du? Vielleicht, während wir rausfahren? Das wäre auch nicht so. Würdest du dich bereit erklären? Ich dachte, ich darf fahren. Du bist doch den ganzen Abend schon gefallen. Dann dachte ich, dir nehme ich dir das die Runde ab. Na gut, dann gucke ich mal, ob ich mal diesen Text... Oh, komm, das können die Gäste ja auch fragen. Das können die Gäste ja auch fragen. Das stimmt. Wir haben schon ein paar Blicke, die gucken. Das glaube ich. Ich habe auch schon mit den Gästen telefoniert. Okay. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir die sogar, ob wir die im Kundenstamm haben. Das wäre natürlich richtig premium. Okay. Okay. Wir haben wir denn da... Ne, 94, 271. Keine Ahnung. Das sagt mir nichts. 9,9,4. Mhm. Das sagt mir nichts. Mhm. Mein Herr dran. Guck mal, ob ich da habe ich nicht. Was macht denn Verlobte drin? Nein, glaub ich auch noch. Mal was uns mal gucken. Auch nicht. auch nicht aha sagt mir gar nichts wenn stevens wie viele sind sie mitkommen weil sie mich auf ein paar hat er nämlich irgendwie was gesagt von hey schatz wir haben gewonnen wurden alle schon ausgelöst ich glaube nicht soll es nach dem feuerwerk passieren aber wäre vielleicht auch noch ein hinweis aber hochkirchen reicht das wenn ich sie Wenn du hier vorne festgemacht hast? Ja, ja. Das ist ein ruhiges Wasser hier. Das stimmt. Hallöchen. Ja. Jetzt rennt er auch noch vorbei. Das ist wirklich sehr geil. Hi. Ich hab gerne den mal kaputt in Pause. Oh, sogar Pfirsich. Das ist, dass die hier rumrennt wie so ein... Diese Marquis, ne? Die ist so wunderschön. Ja, ne? Freier Wildbahn viel schöner als beim Anleger. Ich glaube, Jan, wenns wirklich geht, dann heirate ich auch auf der Marquis. Oh. Ich dachte, du bist schon verheiratet. Ja, aber es gilt ja nicht hier. Wird nicht anerkannt. Wird nicht anerkannt? Wird leider nicht anerkannt. Manchmal kann man ja irgendwelche Abschlüsse... Hätte ich jetzt gedacht, die lassen auch die ein oder andere Heiratsurkunde anerkennen. Finde ich leider nicht. Ganz frech. Dann holt ihr das nochmal mit wunderschöner Zeremonie auf der Makine. Guck mal. Was hast du mir gegeben? Äh... Autogramm. Oh. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und? Schon gesagt worden, wer auf dem Marquis darf? Ja. Muss er nur noch kommen, oder was? Ähm, ich hab ihm schon Bescheid gegeben. Mhm. Und, ähm... Weil wir haben nur drei Minuten, ne? Ja. Aber, äh... Ich rufe da jetzt nochmal an. Habe ich mich schon vorgestellt? Weiß ich nicht. Kennt ihr Circle? Ja, ich schon. Nicht persönlich, aber jetzt schon. Ja, ist der Cousin von Walu. Ganz einfach. Du warst mit und hast mal die Jet Skits zur Lodge gebracht. Genau. Daher kenn ich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und du bist... Danke für die Unterstützung. Yvain. Yvain. Die Besitzerin von der Lodge. Ah. Okay. Ah, heute Abend wird's mir besonders schwer fallen, den letzten Song anzusagen, weil es so wunderschön hier ist. Also, wir haben vielleicht, so um wirklich sehr, sehr fair und sehr ehrlich zu sein, den besseren Ausblick als hier gerade, weil... Wir haben praktisch schon das Schiff da. Die... Das bisschen Wellinggang im Becken. Wenn ihr gerne zu uns an die Bühne kommt, dann können wir auch den hochgehen. Das Segelbüllchen. Also, ich bin... Ihr seid auch ein super Ausblick. Na, schlappen. Dann bis gleich. Das war kein Fishing for Compliments. Ach, der Speil, was? Wieder mal wunderschön aus. Ja. Riesenkompliment nochmal an die Veranstalter, an jeden einzelnen, der dafür verantwortlich ist, dass das hier heute Abend so ist, wie es ist. Das ist fantastisch. Also... Wir danken Ihrer Klasse. Hallo. Wirklich wunderschön hier. Hallo. Ich freue mich auf ein nächstes Jahr Drachenwurbfest. Ihr habt gewonnen. Ja, wir haben gewonnen, ja. Und was auch immer diese Konstellation sonst noch so vorbringt. Ja, dann komm ich gerne an. Ja, einmal bräuchten wir noch den Ausweis vorher. Wunderschön. Ähm, ja, unser letzter Song, der ist auch für uns heute Abend eine Premiere. Ähm, ich weiß überhaupt nicht... Also, am liebsten hätte ich ja irgendwie einen Veranstalter, der gerade kurz was zu sagt, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Okay, einfach überraschen lassen. Unser letzter Song heute Abend, den wir nun spielen werden, das ist... vermutlich einfach irgendein persönlicher, selbstgeschriebener Lieblingssong. Ähm... Dann gerne einmal hier entlang. Naja, das ist fast schon die ganze Erklärung dazu. Also, als letzten Song haben wir uns nun Layla aufgespart. Ähm... So. Wir hoffen, ich bin jetzt hier genauso mit wie hier. Den letzten hast du? Ja. Oder brauchst du noch eine? Nö, ich hab jede Menge hier. Okay. Dann mach ich sie schon mal fett. So. Dann... Dann... Jeweils einmal bitte eine... Ohne. Okay, und dann? Mit. sanFiren, ersten vai resonated. Und dann... opioid... Wir machen sollen mal in spatel-Augen, wert wieder Kevin auf? Das haben wir jetzt mit, was hast avait verdone... Ohne? Na mobile bin? Wir beim Filmen. Das wäre warm. Ohne, genau. Gar nichts mehr zu schließen, hier fehlt eine Götter. Ne, ist leer. Wow. Danke. So. Wo möchtest du sie hinhaben, Jan? Dass die beiden vielleicht ganz gut gucken können, da müssten wir dann einmal mit dem Heck zum Waspada, denke ich. Okay. Sonst ist die Kabine im Weg. Versorgung. Gleichzeitig macht es das auch einfach, einfacher dann rauszufahren. Okay. Hey babe. Wie unangenehm, wie die da rumkommen. Au, aber dennoch lustig. Bevor ich dich kannte, war ich nicht so böse. Oh, da geht es schon los. Okay. Und drehe ich jetzt einmal. Ich stelle sie hier an die Seite, dann können die vom... Ja. Einmal noch ein bisschen nach Backbord legen. Und dann kann man, glaube ich, ganz gut gucken. Da war ein Funke in meiner Richtung. Oh, ist super. Ja. Ist ja auch schön. Hoffe ich. Ja, war ja noch die Frage, ne, wo das Feuerwerk stattfindet, also wo das Feuerwerk abgeschossen wird, aber die ist gut gelungen, ja. 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 Das war doch echt gelungen oder nicht. Ja. Also, ich bin jetzt zumindest nicht enttäuscht. Ach, same will, sei doch einfach mal zufrieden. Ja. Du kommst jetzt nicht nur zufrieden. Es geht immer besser. Ja, geht auch immer besser. Aber es hätte auch viel schlimmer werden können. Das ist richtig. Und das wäre passiert, wenn wir es nicht geplant hätten. Sondern einer der anderen oder so. Ja. Ich meine, auch heute hätte viel schief gehen können. Sehr schön. Ja. 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 Ja, so gelohnt, dass der die Jungen für uns geboten hat, ja? Konntest du dir jetzt echt nicht nehmen lassen, dass du da noch bietest, ne? Ich sag, sei ehrlich, du wärst enttäuscht gewesen, wenn nicht. Sag einfach ja. Sag einfach ja. Klasse. Habe ich ja alles richtig gemacht. Raus die Maul ist. Ein Wei ruft mich an, soll ich da rangehen? Wei, wir sind auf dem Boot. Ist wichtig. Okay, danke. Ja, ich glaub, das war's. Was ist los? Sie meinte, die meldet sich bei dir. Ich wollte dir das dreimal sagen, dass wir nicht erreichbar sind. Aber sie hat mir immer ins Wort gefahren. Ja, das war schon mal das Feuerwerk. Wir machen jetzt, glaub ich, noch eine kleine Tour, falls ihr Lust habt. Na klar, gerne. Dafür seid ihr hier, ne? Eigentlich hatte ich gedacht, ich erzähle den Gästen noch mal so ein bisschen über den Hintergrund des Drachenbootfestes. Aber wenn ich das richtig mitbekommen hab, seid ihr ja mit in der Organisation, ne? Tatsächlich, ja, wir haben das tatsächlich organisiert. Ja, okay. Und klar, der kulturelle Hintergrund oder geschichtliche Hintergrund, der ist mir geläufig tatsächlich. Ja, okay. Na gut, dann würde ich da vielleicht einfach drauf verzichten und ihr genießt einfach die Ruhe auf dem Wasser. Ja, gerne. Kann ich Sie mal was fragen? Fragen, klar. Machen Sie solche Touren, also auch generell, so außerhalb von Events? Mit der Marquis, ja. Kann man ganz regulär mieten auch. Und wir stellen immer einen Skipper. Ja. Das heißt, auch wenn die Gäste keinen Bootschein haben und sich mit Segelbooten nicht auskennen, ist das kein Problem. Ja. Alles im Preis inklusive. Und da kann man dann auch mit deutlich mehr als den vier Leuten, für die das Boot eigentlich ausgelegt ist, kann man dann hier, was weiß ich, Party machen oder einfach nur die Ruhe genießen. Das geht. Schön. Also schön, dass das so geklappt hat. Ich denke, das war auf jeden Fall für den heutigen Abend nochmal so ein Highlight. Ja, ich glaube, das hat den Leuten auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben durchweg positive Resonanz bekommen auch. Boah, das ist wirklich gut zu hören. Das freut mich. Ja, schön. Ich weiß gar nicht, was eine Idee das war, sie dazu involvieren. Schatz, war das deiner? Ja, auch. Nee, klasse. Hat uns auch viel Spaß gemacht. Es ist auch mal schön, den Leuten mal so ein bisschen was von den Kanälen zu zeigen, was mehr zurückzufahren. Und ich meine, der Werbeaspekt, da sage ich natürlich auch nicht nein. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich bin ja auch nicht erst seit gestern hier so. Also zum ersten Mal fällt mir, ihr Unternehmen hat so richtig auf so einen richtigen Fokus gesprungen. Ja, das stimmt. Da kommen bestimmt ein paar Buchungen rein. Ich hoffe. Also, ich bin ja auch nicht dran. Jetzt denkst du, einmal schon mal zurück, ist dich dafür fit? Ja, das wollte ich dich auch fragen. Dann sind wir eine Stunde gut unterwegs. Das passt dann. Die Woche nicht dreht nach St. Louis durchfunden. Das hätten sie vorher anmelden müssen. Da haben wir jetzt nicht genügend Proviant bei. Hade. Ah, echt schön, stell ich mir auf den Sonnenuntergang bestimmt schön vor. Definitiv. Schlaf gut. Dafür ist es halt zu spät jetzt. Immer die Realistin. Kann mir sein. Ein Teil von mir wird immer Realist sein. Oder andere Romantiker. Was ist denn eigentlich die nächstgelegene Großstadt außerhalb von San Andreas, die man anstellen könnte? Ich sehe auch. Die nächstgelegene. Da müsste man irgendwo mal an der kalifornischen Küste gucken. Muss ich vermuten. Ist das schon Los Angeles? Entweder das oder halt eine der anderen großen Städte da. Ja. 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 三 Theory. Ja. Ja. Vielen Dank. 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 Brauchen Sie etwas? Ja, eine Flasche Wasser oder sowas wird toll. Ich hätte nur noch einen Cranberry-Saft, wenn das auch okay wäre. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Mal mal tauschen. Was willst du denn? Ja, okay. Ja, der Text, der Text, der Text, der Text, der Text, der Text kommt nicht von uns beiden. Aber, okay. 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 Dankeschön. Okay. 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 Ja, okay. 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 Ja, okay. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob die Gäste sich vorstellen könnten, woher denn auch der Name des Doppelten Fünften herkommt. Wird ja dann später im Text nochmal erwähnt. Aha. Und zwar, das hat die meisten dann schon ziemlich umgehauen. Ich bin ja richtig begeistert von der Cranberry-Lady. Moment, ich muss ein ganz gutes Telefon. Sehr gerne. Hallo? Ja, ja, der bin ich hier, ja? Ja. Die können gerne rüberkommen, abholen. Ne, in Mexiko sind wir glaube ich noch nicht, ne. Ja, also, ja. Irgendwann kommen wir schon wieder. Wir bringen Sangria mit. So, jetzt klar, bis dann. Sangria? Moment. Huch. Ich glaube, da will jemand seinen Roller abholen. Und die Zeit. Ja. Ohne Schlüssel ist ja schlecht, ne. Ah, Sie sind ja Schlüsselmeister, verstehe. Ja, genau. Ich nehme mir meine Schlüssel mit, ja. Aber ich mache das ungern, so einen Fahrzeugschlüssel da, ne. Einen Schrank packen, wo mehrere Leute Zugriff haben. Ähm. Ja, das verständlich. Ähm. Immer ein bisschen schwierig. Ja, schön. Und was sind Ihre nächsten Events? Haben Sie da schon was in Planung? Ja, tatsächlich haben wir da. Ähm. Wir haben, haben wir noch für vorher eine Einladung? Wenn nicht, haben wir, ne. Ne, ich glaube nicht. Als nächstes kommt unser eigenes Event wohl. Und zwar haben wir am 8.7. geplant, eine kleine Bootsausstellung zu veranstalten. Ähm. Das gab es letztes Jahr schon mal, in der Art auch. Und zwar stellen wir dann auch nochmal die großen Yachten der Sea-Ray-Reihe vor. Aha. Also, sind die neu oder wie? Hm. Ja, was heißt neu? Wie gesagt, die gab es auch letztes Jahr schon. Ja. Aber, ähm. Die sind halt in einem Preisbereich, der die meisten Leute direkt wieder Reißaus nehmen lässt. Völlig verständlich, muss ich sagen. Darf ich fragen? Ähm. Die, in Anführungsstichen, kleinere Version 406.000, die große 560. Super. Okay. Und da wollten wir zumindest mal so ein bisschen die Gelegenheit bieten, sich die Dinger anzugucken. Ja. Und, ähm, ja, was es denn tatsächlich so auf dem Markt gibt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie darüber sprechen dürfen, aber haben Sie schon einst diese Modelle verkauft? Haben wir nicht, nein. Ah. Ja, gut, ich meine, das ist aber auch eine Menge Geld, ne? Das ist eine sehr, sehr große Menge Geld. Ja. Kriegt man schon eine oder andere Immobilie für. Ähm. Und auch wenn die echt nicht klein sind, und man theoretisch auch darauf wohnen könnte, kleiner als eine Wohnung sind sie halt doch immer noch. Ja, stimmt schon. Ich glaube, um da ehrlich zu Ihnen zu sein, dass da der Reiz zu einem anderen, also zu einem Automobil halt einfach dann höher ist, ne? Ja, das ist einfach so. Man muss, ey, es bringt aber auch nichts, wenn jemand sagt, okay, ich hab ein Boot nur um das Boot haben willen. wenn man sich schon hier selber darum kümmert, muss man jemanden dafür bezahlen, weil ein Boot braucht einfach Pflege. Ja, ja klar. Gerade hier in warmem Salzwasser. und, ähm, na ja, es schadet halt auch nicht, wenn man damit nur rausfährt. Das heißt, es muss auch benutzt werden. Und ich meine, ich spreche da aus Erfahrung, wenn man sich ein teures Fahrzeug leisten kann, dann hat man meist nicht die Zeit auch noch zu fahren. Ja, stimmt. Ja, ich meine, boah, da muss man ja schon irgendwie ein Hobby haben. Ich weiß nicht, darf man hier auf dem Meer angeln? Ja, natürlich. Ja, ich traue euch, dass ich das nicht mehr weiß. Ich hab, war eigentlich Kopf. Das lernt man noch mal, wenn man einen Angelstein macht. Weil sich da vielleicht auch die Regelungen schon wieder inzwischen geändert haben müssen. Den habe ich leider nicht, aber da sind ja sowieso hier wie die, wie heißen sie? Parkranger? Genau, das macht der San Andreas State Park. Genau, ja. Ja, wenn man so ein Hobby hat, so, dann benutzt man noch so ein Boot. Ja, ich meine, zum Angeln braucht man auch keine Mega-Yacht. Ja, ja. Ich meine, ich habe bei manchen Leuten immer das Gefühl, die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Also, ich wüsste da. Ja. Dann sind wir wieder beim vorherigen Problem. Das glaube ich. Man muss es auch nutzen. Das glaube ich. Ja, gut. Können wir den Hafen anfahren? Dann würde ich dem Kollegen noch den Schlüssel geben. Das können wir. Dann wende ich einmal. Super, danke. Das ist doch, danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, das war eine relativ spontane Idee. Ja. Ja. Ich glaube, so ist auch ganz gut. Ja, die Idee war ganz gut. Es kam auch, das kann ich Ihnen sagen, wir haben das ja am Ende, haben wir das gesehen, relativ viele Reihen. Der MySpeed hat jetzt, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch da war, Schatz, sowieso kein Interesse gehabt und es hat uns das angeboten. Aber nee, das hat einen guten Zuspruch gefunden. War schon von vielen im Interesse. Ja, ist ja auch schön. Machen Sie eigentlich auch so Angeltouren? Mit der Marquee oder generell? Mit der Marquee oder generell? Generell, genau. Also prinzipiell könnte man natürlich ein Boot auch mit einem Skipper dazu mieten. Wir haben jetzt keine besonderen Konditionen, aber wenn man mit uns redet, schauen wir, dass wir das möglich machen. Aber explizite Angeltouren bieten wir nicht an. Wenn man sagt, ich habe keinen Bootschein, ich würde aber gerne mal draußen angeln, da lässt sich sicher was machen. Cool, das ist mal gut zu wissen. Ehrlich gesagt höre ich das zum ersten Mal. Sind Sie der CEO oder wie? Nicht, aktuell nicht. Aktuell, ja. Es steht noch ein Wechsel an und ich bin da als Nachfolger im Gespräch. Ah, aber das ist schon Sieg ist sicher, wie ich höre, ja? Ja, ja, doch, relativ Sieg ist sicher. Ja, schön. Ja, ich habe den Chef schon die ganze Zeit immer relativ stark vertreten und deswegen. Denke ich, dass sich da gar nicht so viel ändern wird. Ja, das ist natürlich schön, ne? Ich meine, da muss ich ja den Kopf dafür hinhalten, ne? Vorher war es so, ah, Chef ist schuld, aber jetzt nicht mehr, wie es dann aussieht. Ja, klar, am Ende, ne? Gut erreichbare Unternehmen braucht das Land, so. Ja. Und Sie sehen an den Unternehmensschließungen, dass es nicht selbstverständlich ist, ja? Ja. Nein, aber wir haben jetzt ein großartiges Team auch, und das wieder auseinanderzureißen, indem das Unternehmen schließt oder Ähnliches, das wäre zu schade. Ja, auf jeden Fall. Im Winter hatten wir eine ziemliche Flaute, weil natürlich erst mal kalt ist, man kann nicht rausfahren vernünftig, und Tauchkurse kann man schon mal gar nicht veranstalten. Und das hat schon sehr auch an den Reserven gezehrt, und so langsam arbeiten wir uns wieder hoch. Ja, schön. Freut mich. Ja, ich meine, Alter, Wahnsinn, ne, wie viele Unternehmen geschlossen haben. In den letzten Wochen, ja. Also vieles ist ja gar nicht, also Pegasus, ne? Also das Autohaus, kennen Sie ja. Das ist ja schon was länger. Ja, die Unternehmensakte ist ja schon ewig gelöscht, ne? Schon seit Wochen. Gibt's gar nicht mehr, das Unternehmen. Okay. Haben sie eingestampft. Verschiedene Bekleidungsläden. Gastronomie. Gastronomie. Ja. Hat mich aber gewundert, dass Tricks Empire zumacht. Wie schön, dass sie heute noch mal ein letztes Mal vorbeigekommen sind bei einem eigenen Stand. Ja, das ist normalerweise der Stand von Varieté gewesen. Aber die Damen und Herren haben den dann bereitwillig zur Verfügung gestellt. Oh, okay. Ich hoffe, dass da jetzt noch ein paar Dollar rumgekommen sind, ne? Vor allem, Tricks Empire war ja auch eine der Hauptsponsoren. Also war wirklich sehr großzügig. Und das Mindeste, was man dann als gemeinnütziger Verein zurückgeben kann, ne? Aber jetzt mal von Ihrer Seite aus, ehrliche Meinung, wie fanden Sie das Event, Kritik, Positives? Wir hatten vor einigen Monaten schon mal darüber gesprochen. Da wurde überhaupt erst mal angefragt, wie wäre denn das Interesse? Prinzipiell war es da. Da hatten wir aber noch nicht so wirklich einen Plan, was wir überhaupt machen. Und dann hatten wir das jetzt in den letzten paar Tagen, ich sag mal sieben Tagen, ungefähr eine Woche. Vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger. Wieder im Gespräch. Wir sind natürlich immer mal ein Telefonat. Dann waren wir nicht erreichbar. Dann war der Verein nicht erreichbar. Deswegen haben wir heute relativ spontan alles geplant. Wir wussten zwar, okay, es werden zwei Boote für Huren in den Kanälen oder ähnliches angefragt. Aber wie genau das vonstatten geht, haben wir tatsächlich erst heute richtig ausgearbeitet. Ja, alles sehr knapp. Ja, genau. Ja, das lief ja über Sie, lief das ja auch mit dem Herrn Bau. Genau. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da mit der Cranberry Lady gesprochen habe. Auf jeden Fall mit einer weiblichen Mitarbeiterin. Ich wusste überhaupt nicht, dass es überhaupt schon in trockenen Tüchern ist und dass der Herr Bau sich überhaupt umgekümmert hat. Da hatte ich ja mal angerufen. Du hast wahrscheinlich mit Lisa geredet. Also nicht mit meiner Kollegin, nicht mit mir. Ach so, okay. Bei mir haben Sie vielleicht zu tun gehabt, wenn Sie über die Baby-Lodge angefragt haben. Sie sind aber nicht die Besitzerin, oder? Doch. Ehrlich? Ja. Nein. Das ist ja klein hier alles. Überraschung. Das sagen Sie erst jetzt. Sie fahren nicht zur Sprache. Das ist ja spannend. Ich meine, mit dem siegelsicheren Kollegen ist der richtige Unternehmerboot hier. Ja. Wahnsinn. Haben Sie die Haarfarbe geändert? Nein. Na ja, gut. Nein, Ben, die war davor auch blond. Ja, ich achte da nicht so drauf. Ich habe nur Augen für dich, Babe. Oh, wie süß. Nee, du bist einfach nur verpeilet. Ja, das kann auch sein. Ja, spannend. Ja, und ich habe hier keine Antwort jetzt auf meine Frage bekommen. Das ist gut. Das war jetzt, das buche ich mal unter Kritik. Alles klar. Und was, wie fanden Sie das Event jetzt als stattfinden? Doch, war schön. Also wir haben ja die Zuspruch auch gehabt. Das heißt, wir haben eigentlich, ja, wir waren fast die ganze Zeit unterwegs. Zwischendurch haben wir mal wieder ein paar Minuten Pause machen können. Ein bisschen an der Bühne stehen und zuhören. Und dann kam schon wieder der nächste Schwung an Interessenten und sind wieder losgefahren. Also, ne, aus Sicht der Firma wirklich gut. Könnten Sie auch das Stück sehen von Varieté? Wenig. Zwischendurch immer mal so ein bisschen von mitgekriegt, das mit Musik und künstlerischer Darbietung, aber habe ich wenig von mitgekriegt, muss ich sagen. Ich habe es gesehen, es war sehr, sehr schön. Ja, war es so. Vielleicht hätten Sie sich mal nehmen sollen, ehrlich. Ja, schön, ne, freut mich, ja. Gut, da an der Kommunikation müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Das habe ich so im Kopf notiert. Ich sage mal, es ist auch nicht ganz einfach, glaube ich. Ich bin ja selber dabei, halt noch das, die Ausstellung für den 8.7. zu planen. Ja. Ich habe es so im Gefühl, ich müsste mehr den Leuten erzählen. Ich weiß nur gerade nicht was, weil ich mir selber noch nicht ganz klar ist, wie das Ganze eigentlich vonstatten gehen wird. Verstehe ich, ja. Ja gut, da braucht man natürlich erstmal so einen Grundplan und an dem orientiert man sich dann. Ja, aber es war schon sehr, sehr anstrengend. Man musste schon sehr, sehr vielen Leuten hinterherlaufen. Da hat sich wenig von selber bewegt. Das war schon sehr, sehr anstrengend. Alleine, also ich glaube, das Mühseligste waren so diese Gutscheine für diese Tombola. Das war, boah, also da sind wir zu ganz, ganz vielen Unternehmen gefahren. Dann gab es so zwei Unternehmen, die stachen da so hervor. Zum einen Justified, zum anderen ihre Kollegin. Was ja auch beide die Hauptpreise praktisch gestellt haben. Genau, richtig. So, ich meine, ich denke, das kam rüber, ne, das, genau das haben wir noch gebraucht, weil das hat noch gefehlt, so ein Hauptpreis, ja. Und da kam das von der Behavioralodge natürlich auch, wie gerufen. Ja, also das ist unser, in Anführungszeichen, Hauptpreis, den wir da immer gerne beinsteuern, einfach, um auch zu zeigen, hey, wir haben auch diese Möglichkeiten zur Verfügung. Also, ja, auch mal etwas Besonderes, einen besonderen Abend, einen besonderen Tag, halt, den Leuten zu geben. Ich bin auch der Meinung, dass die meisten die Lose wegen dem gekauft haben, nicht wegen dem Roller, aber irgendwie fehlt. Der Meinung bin ich, glaube ich, auch, ja. Roller ist an der Trostpreis. Der Roller ist schon cool, so. Bitte? Auf jeden Fall. Also, der Roller ist schon cool, so. Aber, ne, der macht, das ist halt optisch jetzt nicht der Knaller. Deshalb, ich glaube wirklich, dass die meisten wirklich wegen diesem, ähm, Value Lodge, Gutschein, die Lose gekauft haben. Übernachtung mit Massage und, äh, Wellness, das ist schon, ja, bitte da nicht. Für zwei Personen. Ja, für zwei Personen, richtig. Ich, schade, dass wir keine Lose kaufen konnten, ne, wenn ich so drüber nachdenke. Nee, das wäre eben für ein. Ja, ja. Ja, ich habe hier schon ein schlechtes Gewissen, ne. Die ganzen Paare, alle Lose gekauft. Sie können dann ja bei unserem Event Lose kaufen. Auf jeden Fall. Ja, wird es auch. Das eine oder andere zu gewinnen geben. Ja, auch von der Lodge, oder ne? Ja, natürlich. Da kann ich Ihnen nur den Tipp geben, fangen Sie so früh wie möglich an. Das ist wirklich, das ist, äh, furchtbar. Ja. Ja, auch von der Bavel Lodge. Da ging es tatsächlich reibungslos. Aber bei vielen, also, also, keine Ahnung. Also, das war wirklich Hinterherlauferei. Ich glaube, das hat aber auch viel mit, ähm, was wir in der Lodge halt auch, ähm, wirklich, äh, hervorheben, Service. Und für uns kommt da lange Wartezeiten oder jemanden warten lassen, einfach nicht in Frage. Wenn wir die Frage bekommen, möchten wir auch sofort ne Antwort was geben, wenn es uns möglich ist. Und das haben wir so schnell wie möglich dann halt auch gemacht. Auf jeden Fall ein guter Geschäftssinn, den haben nur leider nicht so viele. Okay. Also, das, äh, also, ähm, ein paar Gutscheine mussten wir drei Wochen hinterher erinnern. Oh, Mann. Also, das, äh, 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 also, äh, also, das, äh, also, das, äh, ich kann das nur jedem als Tipp geben, der so etwas veranstaltet, immer so früh wie möglich anfangen. Das ist wirklich wild. Einige gewissen Unternehmen sind wir ja fünf Wochen hinterhergelaufen. Wir haben immer noch keine Gutscheine und Antwort erhalten, beziehungsweise... Einen Tag hat er uns zugesagt und wir haben die gar nicht mehr bekommen. Richtig, das wollte ich sagen, ja. Weil danach nicht mehr ans Telefon gegangen wurde, also das ist ganz wichtig. Ja, es wurde schon ans Telefon gegangen und bei uns immer vertröstet. Ja, oder das. Genau. Ja, leider, das ist schade, ja. Das ist schade. Aber wann ist das Event nochmal, was haben wir gesagt, siebter, siebten? Achter, siebter. Achter, siebter. Das ist ein Samstag. Babe. Wir werden dann am späten Nachmittag anfangen und wenn die Sonne noch ein bisschen draußen ist, muss ich die Schiffe auch im Hellen angucken kann. Ja, macht Sinn, ja. Sucht ihr dann auch so Sponsoren oder? Ja. Für eine Tombola? Nee, auch. Ich kann Bennys empfehlen. Okay. Dann muss ja auch irgendwie reingefählen, dass ich siebter fern. Haben sie gesagt. Und PDM war auch sehr spendabel, tatsächlich. Ja, da hatte ich, glaube ich, sogar angefragt, aber. Tatsächlich auch Tricks Empire, aber die machen ja zu, deshalb. Ja. Ja, PDM, die waren sehr großzügig, tatsächlich, aber man musste denen auch schon ordentlich hinterherlaufen. Ja, also das. Ja, die suchen persönlichen Kontakt, ja. Ja, also da hat es erst wirklich funktioniert, als wir dann wieder vor Ort waren und nochmal alles gefragt haben. Obwohl das eigentlich alles schon abgeklärt war, weil wir schon mal da waren und noch E-Mail-Kontakt und Telefon, also ja. Ja. Oh je. Oh je, Mini. Ja. Aber wenn es dann funktioniert, also... Dann gut. Ja. Gute Spenzonen. Kurze Frage, hat einer von Ihnen einen kleinen Snack zufällig noch mit? Klar. Leider nicht. Ja klar, mein letztes. Danke. Ein gutes Kö... Ja. Babe, kannst du es weitergeben? Ich hole mal gerade von vorne ab. Lieben Danke. Nein. Danke. Ja, Moment. Dankeschön. So. Herzlichen Dank. Und... Das schmeckt echt gut. Ja, aber wir... Danke schon mal, ne? Oder beziehungsweise... Wir danken Babe, ne? Sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Ja, man... Ja. Man konnte ein bisschen runterfahren, ne? Nach der vielen Palaberei und Organiserei... Organisier... Also komm, ich lasse es heute. Ehrlich. Organisation. Ja. Ja. Organisation oder Organisiererei. Ja, genau das wollte ich sagen. Organisiererei. Ja. Dankeschön. Ich habe kein Problem. Hab den Rücken. Ja, klasse. Danke. Ich würde dann einmal wieder vorne bei dem Steg anlegen und dann können sie ganz entspannt... Ja, super. ... wieder an den Steg hoch. Gehen wir ja noch den DJ ein bisschen mit. Ja. So, jetzt aber schnell. Vielen Dank für ein tollwürdige Brat. Schön, dass ihr alle da seid. Und natürlich die Grüße vom BCSO nimmt Yvain immer gerne an. Und für alle Fragen ohne die Tüten, aber hier kommt die Info. Ziemlich gut geklappt hat. Oh Gott, ey. Ich bin auch froh, dass es jetzt vorbei ist. Ey, die coole Rebecca ist, glaube ich, da. Ja? Ja. Meine Lieblings-Rebecca. Ja, die tolle Rebecca ist da. Ich mag Rebecca. Wir mögen alle Rebecca. Rebecca ist toll. Wir lieben Rebecca. Ja. Ich suche immer Streams, wo ich Rebecca sehe, weißt du? Weil die streamt ja nicht selber. So. Da sind wir angekommen. Ja, super. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ja, war super. Danke auf jeden Fall. Sehr gerne. War schon mal, ja. 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 Hat es sich ja gelohnt. Zum Glück hatte ich die beste. Ja. 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 Wäre fast schief gegangen, ne? Ja. Die würde ich aber wieder an mich nehmen wollen. Ja. 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 Das würde ich auch gerne geben. Alles gut. Ja. Dankeschön. Klasse. Vielen Dank Ihnen beiden, ja? Sehr gerne. Sehr gerne. Dann auch nochmal für Ihre Mühe und vor allen Dingen auch wegen dem Sponsoring bezüglich Übernachtung und so. Ja. Ja, gerne. Und dann Ihnen beiden noch einen schönen Abend. Das wünschen wir auch. Ebenso. Dankeschön. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Du müsstest jetzt fünf Damenwesten und eine Herrenweste haben. Korrekt. Darf ich dir einmal die Damenweste geben? Ja. Dann kann ich die Herrenwesten auch nehmen, wenn du willst. Bitteschön. Dankeschön. Dann kann ich jetzt auch wieder die Damenwesten nehmen. Dankeschön. Bitteschön. Sehr gut. Bringst du das Boot rüber? Ich laufe dann. Mach ich. Okay. Dann treffen wir uns gleich am Kühlschrank wieder. Bis gleich. Finde ich gut. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt haben wir kurz Zeit, dass Iwane da am alleine Boot fahren. Ja. Für alle, die Karten nicht kennen. Für sie ist es wirklich Medizin. Sie hatte in jungen Jahren Krebs. Und als Folge hat sie jetzt sehr, sehr schweres Rheuma. Das ist jetzt gerade bei diesen Wetterverhältnissen noch viel schlimmer. Und beim Streamen vergisst sie einfach die Schmerzen. Sie hat wirklich nur den ganzen Tag Schmerzen. Aber sobald sie den Stream anmacht, sind die Schmerzen viel, viel weniger. Manchmal nur ganz weg. Und jeder, der im Chat schreibt und so weiter, trägt halt so mit dazu bei, dass das noch weniger ist. Und das entlastet mich dann auch wieder. Und das ist jetzt einfach schön. Ich bin so richtig stolz auf unsere kleine Community. Ich bin so richtig. Vielen Dank. Ich finde ja, da wir jetzt wissen, wer Rebekah ist, kriegt die jetzt erst mal den Mann oder was gehört du. Ich kann gerade nicht, Nils. Oh, das ist ein Brotform. Ja, ich bin da schon gegengekommen. Ich nichts für euch, hab die Steuerung zu haben. Ja, du... Du längst mich aber gerade richtig heftig ab. Ja, von euch. Ich muss ja sagen, die Boote parken ja nicht ordnungslos. Die mehnt also wieder kurz, dass die da rumgeht. Aber Schwimmflucht ist ein liebes Wort. Ich gehe da gleich gucken. Und dann würde ich ja nicht ordnungslos. Und dann würde ich... Ja, da gibt es ja nicht ordnungslos. Ja, da gibt es ja nicht ordnungslos. Und dann würde ich das auch noch ernst. Vielen Dank. Jetzt darfst du wieder reden. Sauber eingepackt. Ich habe die Karte da gehalten. Der Fairness muss man sagen, dass ich die großen Boote deutlich anders steuere als irgendwelche Autos oder kleinen Bündchen. Guten Abend. Juch, guten Abend. Fahren Sie noch eine Runde? Nein, ich komme gerade wieder. Ich brauche jetzt erstmal einen Snack und was zu trinken. Aber ich kann mit meinem Kollegen reden, ob Sie noch eine Runde wollen. Worunter? Also ich dachte, Sie wollten noch eine Runde fahren, oder? Ja, aber worin fahren Sie denn? Ich fahre nirgendwo heute mehr hin. Ich muss nämlich langsam. Deswegen würde ich aber meinen Kollegen... Ich meine, wenn Sie die Runde drehen. Hast du eine feste Runde? Nee, wir haben keine feste Runde. Ihr habt die Fahrt? Nee. Okay. Da sind keine festen Runden. Aber ich müsste selber erst fragen, wie gesagt. Da würde ich eben die Neugewiesen anbieten und dann frage ich mir eben der Kollegen einen Moment, ja? Okay. Oh, nicht nur noch. Oh, shit. Entschuldigung? Ja, das ist gut. Ich komme gleich wieder. Ich frage mal kurz den Kollegen, ja? Ja. Also wenn die jetzt... Ich finde, die Katzer werden schwer zu vertreiben. Das muss ich sowieso sagen. Dass dieses Boot auf ist. Ja. Ja. Erstens, ich bin eben gegen das eine Boot, das da blöd im Hafenbecken gestanden ist, drangekommen. Ich glaube, da müssen wir mit Katzer ausbessen. Und dann steht hier eine Gruppe, die möchten mit der Marquis noch eine Runde drehen. Und dann steht hier eine Runde, die haben gefragt, ob wir noch eine Runde drehen. Und ich so... Okay, ja, ich spreche mal mit denen. Mal gucken, ob die wirklich noch zwei Stunden und dann 2500 Dollar... Ich glaube, ich glaube, der eine ist Finlay Glenn, wenn ich es richtig verstanden habe, so vom Namen, so vom Stimmlager her. Ich muss mir erst was zu essen und trinken holen. Ja. Ja? Ähm, wie gesagt, ich bin blöd hängen geblieben bei der... bei diesem blöden Tropic. Ja, wenn es... wenn es nichts Großes ist, dann ist er wahrscheinlich langsam unterwegs. Vorher muss man vorne... vorne ist der. Wenn... Ich guck gleich mal. Ja? Tut mir leid. Also ich hab... ich kam einfach nur da rum. War das... war das denn, äh... über der Wasserlinie? Ja. Ja. Über der Wasserlinie. Dann ist ja nicht schlimm. Da war dieser hohe Reling in der... von der schwarzen. Ja. Okay, ich geh mal schnell was zu essen und trinken holen, ja? Mhm. Komm, komm. Wir kommen gleich wieder. Danke, Casual, Damien, für deinen Rage. Schön, dass ihr da auch da seid. Na, jetzt kommen wir alle rein. Das ist ja schön zu sehen. Hallo, dass wir... Hallöchen! Hallo, Tobi. Hallöchen, hallöchen. Tolles Fest habt ihr organisiert. Er bedankt sich für eure Arbeit. Oh, gerne. Sehr gerne. Habt ihr das wirklich verstanden? Diese... 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 diese asiatische Mafia hat das organisiert? Nein. Das war der Kulturverein. Ach so. Nee, damit ja wohl... Ich dachte mir auch so liebe diese... Oh, dass ich... Die... die Sachen da alle geparkt hab. Nee, da hat ja... Yvain auch den Gutschein für... von der Lodzchen. Ja, das weiß ich ja, du warst ja da groß, also du glaubst schon, ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie das so groß auf dem... hatten. Nicht, dass Iven jetzt hier gleich auf der Nase liegt, wegen Hunger, Durst und so weiter. Schlaf gut probiert, kannst verstehen, das ist ja auch schon nach zwölf, ich denke mal, Kati geht auch gleich ins Bett, weil wir müssen morgen unser neues Auto abholen. Ja, ein Auto! Und morgen abends für ein langer Stream in der Lounge. Mhm. Aber schön, dass du da gewesen bist und alle anderen. Vielen lieben Dank. Ich habe jetzt übrigens Rebekah dreisterweise ein Diamant gegeben, ne? Rebekah! Rebekah! Wo du auch... Oh, Entschuldigung, falsches Film. Äh, Musical. Entschuldigung. Am besten mal vor allem am Sprechen, weil das sind natürlich dann... Da muss man Proviant auch noch mitnehmen und vielleicht gucken, welche Spots man anfährt. Ja, klingt gut. Die fühlt sich vielleicht nicht mehr aus, ich muss doch noch mal fünf Jahre leben. Es ist jetzt halt schon ein bisschen spät. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann... Ja... 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 Entschuldigung. Ich denke mal, man kommt... Äh... Nee... Aber auf jeden Fall, schön, dass ihr euch davon interessiert. Das... Hören wir immer sehr gerne. Na? Also... Ja... Kriegen wir aussensichtlich einen Termin aus bei Dorot. Gut. Also ändern wir einen anderen Mal. Ja. Das ist Kaviar, was du meinst. Äh... Kapern kann man auch essen. Ja. Das ist ein schönen Abend. Ja, gleichfalls. Danke. Tschüss. Danke, tschau. Tschüss. Ja, anscheinend ist Säcke-Erbsen. Entschuldigung. Was ist das mit Erbsen? Ähm... Guck mal. Das war hier. Ich bin ja vorne lang. Ja. Hier am ersten Defender ist er dran. Ja... Das sind aber nur... Nee, das ist kein tiefer Kratzer. Das ist einfach nur ein... Abrieb. Ja, ich war mir nicht sicher. Das ist so ein Finger auch wieder... So, die Finger ins Wasser tauchen. Das kannst du so abrubbeln. Oh, okay. Ich war mir nicht sicher, deswegen ähm... Äh... Warum stehen die denn da mitten im Weg? Ja... Und da springen ja einen im Weg. Ich hab keine Ahnung. Neuer Alterpunkt für die To-Do-Liste. Schlepper. Schlepper. Dann schubsen wir die alle in eine Ecke. Dann sollen sie gucken, wie sie die da rauskriegen. Gute Idee. Dann hat sie auch nicht mehr bei uns hier im Weg. Eben. Entschuldigung. Du... Es wird langsam. Ich werde auch nach Hause. Gute Idee. Gute Idee. Diesmal bin ich mal am Fahrrad... Gute Idee. Oh je. Gute Idee. Warte, aber umgekehrte... Okay. Ja, ich muss noch die Schwimmwesten, ne, warte mal, die hab ich dir gegeben. Nee, Schwimmwesten hab ich grad auch gepackt. Ja, siehst du, ich bin an meine Jacke, aber bring ich jetzt noch zurück. Wer komm ich zu euch, soll ich deine mit... ach nee, bringt mir eine jetzt. Doch, du kannst ja den Spind durch die Gegend schützen. Okay, dann komm ich gleich wieder. Mhm. Ich find das so lustig, wenn Kathi müde wird, das merkt man im RP sofort, weil dann trifft sie nicht mehr so die Wörter und so, das ist so lustig, so süß. Oh, Entschuldigung. Das mach ich nicht absichtlich. Danke schön. Ja, Fenty, also Rebecca ist einfach ein toller Charakter. Die ist einfach so dieser... Oh, ich lieb Rebecca. Rebecca ist toll. Und die ist ja auch so ein ganz gesetzestreuer Charakter. Und sie fühlt sich beschützt tatsächlich in der Lodge von BCS. Aber das ist entstanden in den letzten Monaten. Mhm. Gerade in den letzten Wochen. Obwohl ich sagen muss, in der letzten anderthalb Wochen. Ich hab so ein bisschen Angst, das ist die Ruhe vorm Sturm. Äh, nein, das war Schließfächer, ne? Ja. Naja, gut. Äh. Die werden die nicht mehr überfallen, desto weniger Chancen haben sie, weil es ziehen ja immer mehr Polizisten in der Lodge ein. Da gibt's ja diesen Tom Kowalski, der dauerhaft da wohnt. Äh, Tramlay. Dann gibt's Tramlay, der mittlerweile auch abgezogen ist. Eine Woche wohnt er, ja. Und ich habe verlaut gehört, dass Herr Coop auch überlegt, weil er muss ja aus seiner Wohnung raus, der wird ja rausgeschmissen. Er überlegt ja auch, um die Neusch zu ziehen. So, so. So, so. Aber das weiß ich wenig, ne? Das ist jetzt nur ihr, ne? Toll. Welches von den vier Schließfächern ist denn jetzt ihm? Hat will er mit so vielen Schließfächern? Nee. Andersrum. Warte mal. Dein? Das ist schon nicht. Oh. Den ganzen Schrank von deinem Pistolenmagazin. Wo bist denn du da? Falsches Gebäude? Ähm. Moment mal. Wie bin ich im falschen Film? Okay. Das will ich schon mal nicht haben. So. Was ist mit dem hier? Das ist irgendwie das Falsche. Äh. Nein. Das ist auch das Falsche. Jetzt nehme ich die 1. Ja, ich glaube das sieht eher danach aus, ja. So. Was hast du denn noch mitbekommen? Dann wiederhole ich es nochmal. Wer die Werbung jetzt dazwischen geschossen hat, da tut mir das jetzt sehr leid. Hülsewerbung. Ja, ich meine das sind ich glaube 2 Minuten pro Stunde oder so, die die Werbung ausgebläht wird bei uns. und im prinzip finanzieren wir uns damit das medikament hier ist die kartenkasse gehen und eine tank für einen monat so kann man das in etwa sagen ja und der rest geht in den stream zurück ja also zwei sieben eingezogen tom kowalski wohnt hier auf dauer da er zieht alle 15 tage einen tag ausgeht in seinen camper einen tag und dann zieht er wieder ein hallo senji dann ist tramway jetzt eingezogen der erste woche da und gerne den wir passiert verdient und ich habe verlaufen hören dass natschiko kuben auch überlegt einzuziehen er muss ja aus seiner wohnung raus aber das weiß ich will noch nicht mal gucken was mit hilfe passiert weil der hat sich auch ein bisschen die lodge verliert verliebt am montag die kriegen nicht jeden tag so ein programm das video die kann ich übrigens auch sehr empfehlen ist schon auf youtube online heißt ein fast perfekter abend ich stehe von der absoluten kernschmelze privaten warum ist das hier was für gottverdammte schwanzlutscher sind das dann kasa inkompetenter scheißhaufen weg die hätten wir hätten alle unter stalin arbeiten können die hätten alle einen ordnung bekommen ok jetzt geht's runter ich hoffe jetzt fällt einfach der schwanz ab puja bled verdammtes sukins sind ja vier mei bled was haben sie veranstaltet ja fettern wirtschaft wird aber vom allerfeinsten seit wann steht in cyprus warehouse bei einer konzeptvorstellung da kannst du mir das erklären ja da war jemand den ich kenne der hat kronio willen wollte der kabel nur lange rede kurzer sinn da standen auf einmal jemand vom fack vom kasa und von was habe ich gerade gesagt cyprus warehouse was hat cyprus zu suchen im konzeptvorstellung oder was ja da war die auch noch reingeschissen haben das musste dem mal überlegen kann die das telefon gesagt eine ärztlich bekommen es hat jetzt jemand anderes bekommen und das ist wohl auch nur noch mal ausgeschrieben worden somit mündlich und alles weil cyprus warehouse nicht mit denen zusammenarbeiten wollten die schriftliche konzept eingereicht haben ok jetzt will mir noch einer was von freier wirtschaft erzählen oder was bleibt wenn ich das mofag gewesen da hätte ich gesagt dann fickt euch ins knie ich bin immer noch nicht weg und dann kommt neues hier oder rein fertig aber doch nicht so was da habe ich schon gar keinen bock meinen businessplan einzureichen denn ich geschrieben habe oder noch erzählt hat noch ein anderer der an den einen habe ich schon wieder verworfen zurückgezogen wird nach fünf monate warten irgendwann hast du auch die schnauze voll ich könnte leider gerade anzünden also ich bin gerade auf temperatur ich kenne da gar nicht probleme mit dem was lustiges wissen schlimmer kann es eigentlich nicht werden also ja ich bin offen ich bekomme den laden für den ich ein konzept geschrieben habe der werde ein boots verkauf ach diese scheiße brise da mit den idioten das schon als fahrlässig ich habe gehört die wollten auf dem boot heiraten ich glaube das ziehen wir noch mal zurück ich wollte nicht auf dem boot heiraten ich habe gesagt ich könnte mir vorstellen eventuell auf der markt zu heiraten weil ich die markie so wunderschön finde wäre es schlimm wenn der bräutigam aber dann unterm kiel ist ja bist du sicher ist sowas von ok ich habe richtig bock heute ich brauchst du mal eine abkühlung im wasser kommst du mit hinterher allein er war es dann fliegt gleich im wasser schon oder ich war das öfter und ich habe auch josh ins wasser geschubst genauso wie sergey das ist nicht schlimm weil der denn immer im wasser ja mit dem dicken seabreeze pudi war das sehr angenehm wenn er nass war nee das war so heute jetzt in meinen arbeit zusammengefasst ich würde am liebsten mit dem tanker jetzt hier einfach über das meer kommen und in das krasa rein rasen ich glaube dass ich nicht nicht so zu weit weg der typ hätte es einfach verdient gehabt er hätte es einfach verdient bei wem hast du denn vorgestellt oder nein ich kann sie nicht sagen weil wir waren eben auch zwei clowns vom kasa wir haben gefragt die waren echt komisch ich habe danach mit der chefin geschrieben habe gesagt hier deine jungs meinten ihr habt keine zeit zum boot fahren was ist da los auch die haben gar nichts davon gesagt sind angekommen total so so richtig stocksteif ja wie fand ihr denn die event planung ganz komisch und dann ja wir haben keine zeit ich habe so bei den fragen ja so ein bisschen von der befragung her dachte ich so als wollten die total gegen die schießen ja die sagten ja auch haben wir schon öfter gehört dass irgendwie ein bisschen spontan war und so her ist halt so das sind nicht alles ich nutze verpasst so machen naja ich so derzeit könnte ich niemals als verkäufer arbeiten in der bank ist zum glück noch sicher als die glas dazwischen apropos bank nie warte warte versicherung ich fragte auf den neuen termin was brauchst du den neuen termin von na da musst du die beiden damen fragen bei mir ist es eigentlich relativ wir warten also auf die damen für den neuen termin ach das ding ach ja man ja ich bin diese woche ist später das konnte ich das noch nicht ansprechen alles gut und variiert ist jetzt glaube ich freitag nicht da kommt event mittwoch wieder oder erst eine woche ende der woche ich rufe dich oder elli ruft dich dann in der nächsten woche noch mal an alles gut ja die pflicht in die heimat ja im nächsten woche auch ein date gut in der heimat also erstmal geld hoch und hände raus wo sie meine gutscheidung bleibt ja habe ich dabei aber noch nicht beschriftet das sind 30 stück ich habe im übrigen eine post von von venture bekommen zu viel geben ein falschen also zwei zwei werbungen in zwei wochen ist glaube ich vertretbar achso ja wenn ich da andere sehen da war der falsche hashtag darunter da sind wir wieder bei der sowjetischen plan wirtschaften der hätte schon vorgeschrieben welchen hashtags du benutzen hast die können wir langsam echt sowas von der ist heute gut drauf na ihr wisst schon was der ist heute gut drauf was hast du denn für Text genommen ist wieder so angefressen worden ist ja work ja das ist auch Werbung ja aber es ist trotzdem es ist alles plan wirtschaft du kannst ja nicht machen was du willst und vor allem was willst hat auch keiner geredet ja natürlich freie marktwirtschaft wirtschaft schon hier deutlich mehr geregelt als sonst in der stadt ja das ist so wie in der sowjetischen und das stalin das ist richtig ja der schreibt sowas kürzisch da im chat hört es danach an mhm oder ich nehme den laden da bald aus dem anderen es dauert nicht mehr lange ja ich habe noch nicht mal jas laufzeit erreicht sag mal kannst du eigentlich mal niklasberger bei uns ins lp mit reinschmeißen john willst du das wirklich äh ja und auch ähm mal bitte mal lina rausnehmen und franklin ja erinnere mich morgen nochmal dran heute abend wie auch immer ich habe es nur zumindest schon mal angesprochen es ist schon irgendwo dein gehirnwindung gelandet dass ich mit dir darüber geredet habe meine gehirnwindungen haben gerade du wirst wahrscheinlich heute nach wachwand ehrlich wollt irgendwas im rdp was wollt sie im rdp ja ja habanus ich muss noch 30 kundscheine bespielen oh kunden schreibs auf ich kümmere mich später drum alles gut ich schreib dir gerne jan gar kein problem ich rufe dich auch noch äh heute abend an das ist auch kein problem du weißt ich bin doch ich bin in Ordnung du weißt doch wie gerne ich dich anrufe und dir auf die nerven geh Moment ich dachte das macht Luke immer wie bitte genau ich hab heute gar nichts von Luke gehört der hat nur geschrieben was soll das holy shit kein kommentar wir haben uns nicht gestritten hören aber gut sei es könnte es nicht musste ich mich erst mal rechtfertigen wo die autos sind das war wild ich das mit dem einbarn wäre jetzt gerade unterwegs mariette und ich und der andere dann fährt barlow gerade mit betreuung und so ja hätte ich trotzdem schon gerne ich dachte alles klar jetzt geht es richtig rund oder was es ist ja immer noch nicht mit weißt du was ich plane ich plane jetzt erst mal ins bett zu gehen du klingst auch sowas gehörst du ja bringt dir noch ein Wodka vorher oder am besten drei und dann geht es dir morgen früh auch gut ich glaube wir schlafen schon während des Wegs zuhause ein ich bin fällig ich bin aber auch schon ganz schön wenn sie mal ein bisschen gearbeitet stellen sie sich an wie kleine Mädchen oder was was ich erzählt hat ne wolltest du nicht noch Boot fahren Sergej ich fahr immer gerne man könne ich bin jemand der 30 Futscheine hahaha ach so wartet du die einsetzen verstehe ja natürlich die kommen nicht bei uns in den Sachen mit bei auf gar keine Fall die verkauf ich für 300 nein quatsch natürlich nicht bevor irgendjemand was auf den Falschen Kalt bekommt Jan, du stehst immer noch hier Ich nehme ihn jetzt mit Oder hörst du meine Stimme so gerne? Das wird sein Auf nach Hause Komm, ich nehme dich mit Ich führe auch so schon genug Beziehungen Dazwischen uns ist speziell Das ist richtig Deswegen hab ich ja Luke Ich muss eh mit dem Fahrrad fahren Luke war ja schon lange vor dir Oh nein, das geht noch Komm gut nach Hause Mach ich Und war sehr cool heute Achso, soll ich das auf Zybries Freizeit überweisen, Jan? Oder auf das andere? Auf Aufs Freizeitkonto, ja Das klappt noch nicht Vermietung um so ein Kram Ja, aber ich hake das noch nicht ab In der Verstellung dann, ne? Ja, okay Aber ich weiß es schon Oh Tee Noch einen schönen Abend Bis dann Bis dann Bis dann Ciao 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 Auf direkten Weg gehen Sie nicht über los Hochhaltung morgen Oh Mann Bis gleich Ja, dann halte ich am Spoiler fest und dann ziehe ich dich Das will ich sehen, ne lieber nicht Ne, lieber nicht Ne, lieber nicht Wir sehen uns zu Hause Ne, besser nicht Ja Bis gleich Bis gleich Das ist lustig, wenn das ginge mit dem Spoiler-Taste-Tonel Das würde ich wenig machen So, also wir geben euch wahrscheinlich gleich an Nicole weiter, weil Kati hat auch immer wieder So lange in der Street, dass einfach die Alternativen ein bisschen wenige sind heute Aber vielen, vielen lieben Dank nochmal an die Raider, die, die wir heute hatten, ne? Das ist auch total lieb gewesen Ansonsten geht's heute, man muss ja schon sagen heute, schon weiter mit Abend und dann gibt's wieder ganz viel Lodge-RP-Däden, Hasimir hat seinen ersten richtigen Tag und die Ausbildung Ja, noch nicht ganz, der kommt erst um 22 Uhr Ja, weil der fängt ja trotzdem mit der Ausbildung an Ja, aber erst ab 22 Uhr und ich mach auch nicht, ja, je nachdem wie lang Auf jeden Fall morgen wieder Lodge Genau Es war aber auch mal schön, ich find's ein bisschen viel gewesen, vor allem für meinen Kopf Aber, ähm, es hatte auch mal wieder was, was völlig anderes zu machen als immer nur Lodge Oder dann bei Seaways oder so Das ist mal wieder was völlig anderes gewesen Und das war auch irgendwie oder hat irgendwie auch ein bisschen gut getan Vorher das Kochen und Backen und, ähm, das Ganze Also, mir hat's gut getan Das Problem ist, theoretisch brauch ich sowas zwischendurch einfach mal Weil mir auch aufgefallen ist, ja, ich bin unheimlich gern mit Evane unterwegs Aber dieses tägliche nur in die Lodge fahren Das, das zerrt an meinen Nerven So gern ich sie hab, aber es zerrt Und, äh, deswegen hat das richtig gut getan heute auch mal wieder Ein bisschen mit, ähm, mit der Marquis draußen Ein bisschen, ähm, mir jetzt mit Mit dem Drachenboot fest Vorher einkaufen Dann das Backen Und überlegen, was überhaupt backen und kochen Und, ja, ich denke mal, das war eine gute Mischung heute Von daher Ja, aber wie gesagt Morgen geht's dann weiter wieder mit der Lodge Heute Heute Verdammt, da war ja was Und ich wünsch euch ganz, ganz viel Spaß Jetzt mit Wie auch immer Ja, paar Minuten haben wir ja noch Achso, nee, du kannst das nicht Wir freuen uns über jeden neuen da Erreicht er uns auch privat Wir weiß nicht Also ich nicht Bei Kati Ich weiß nicht Was? Ich mit meinem Magen Ich weiß niemanden Also ehrlich Ich gebe euch mal den Link Und wenn ihr die Folge nochmal nachgucken wollt Wir können euch die Folge von Montag Nur ans Herz legen Da hatten Nachi Kokum und, äh, Ernest Hill Ich glaube den Abend ihres Lebens Der Bildschirm ist bei uns auf YouTube schon online Ansonsten sehen wir uns später Und ich weiß nicht Willst du jetzt noch privat grinschen mit, äh Jan, dass es keiner sieht Oder, äh, nimmst du dir den Chat dann nur mit hin Ich weiß nicht, wie viel Cringe da jetzt noch groß kommt Ob die Uhrzeit Außer wir gehen uns an Mal schauen Ich hoffe ja, dass der Dass der, dass der, dass der Dänemark da nicht hier anfängt Um zu grinschen Um in Übung zu bleiben oder so Was? Ja, lang ist es nicht mehr Noch zwei Monate geht es für uns Auf Community Reise nach Dänemark Ist leider Bis auf einen Platz voll Stimmt, aber noch gar keine Ruhe Leider Jetzt hätten wir sogar noch Wer noch spontan mit nach Dänemark will In, äh, im September Anfang des... Habe ich den Spieler von Loke gefragt? Einfach bis auf uns melden Einen Platz haben wir noch Äh... Ja, aber da kann man nichts beruf Äh, stimmt Ich denke mal Wir werden mehr als eine Kamera mitnehmen Und nächstes Jahr werden wir bestimmt auch wieder sowas machen Weil es kam dieses Jahr schon sehr gut an Ich hätte mir nicht gedacht, dass die Reihe so voll wird Nö, das stimmt allerdings Aber es ist eine super tolle Gruppe Und, äh, es wird schön, genau Ja, die gute Lodge ist in der Zeit ein bisschen untergesetzt Naja, wenn Kasimir, Emilia und Sarah da sind, dann vielleicht Weil die können das durchaus hochhalten Aber, ähm, ja Vielleicht kommen wir bis dahin ja ein bisschen im Flow Und wenn, dann ist es eine Woche In dieser Woche fliegen halt Yvain und Jan nach, äh, Luxemburg Zu der Hochzeit von Yvains Zwillingsbruder Yvain ist ja ein Zwilling Und, ähm, der jüngere, ja Der jüngere Zwilling Ja, ich hab's schon Jetzt, wenn du jetzt schon Gedanken machst, wie du eine Woche Pause im September rechtfertigst Das ist schon gut Ja, ist alles schon geplant Ist alles schon geplant Danke 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 Willst du mal kurz gucken, was ich gemacht habe für dich? Du warst schon wieder fleißig, hattest du gesagt. Hattest du noch was anderes gemacht, als was du mitgebracht hast? Ja. Schau mal. Ui, 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 ui. Ein paar Kleinigkeiten. Mach mal hier schnell wieder zu, bevor ich hier wieder Hunger bekomme. Mhm. Na komm. Ich wollte es dir nur eben kurz zeigen, dass du noch was hast, worauf du dich freuen kannst. Hab ich immer. Hm. Dein Wachowafel. Jetzt feier. Entschuldigung. Ich glaube, ich bin müde. Mhm. Mhm. Wegen und ihr Rudel, ey. Mhm. Ich schmeiße mir noch kurz eine Ladung Wasser ins Gesicht. Warte. Warte. Ist gleich. Ist gleich. Muss ich ruhig schon mal hinlegen. Okay. Dann krabbel ich dazu. Okay. Dann krabbel ich dazu. Okay. So ihr Lieben. Dann eine gute Nacht. Ihr wen krabbelt jetzt ins Bett. Wir schicken euch weiter zur Liegen Nicole. Und für alle, die ganz im Osten von Deutschland wohnen, ihr habt es auch bald geschafft. Die Unmittel sind bald durch. Ihr könnt auch in Ruhe schlafen. Und wir sehen uns heute wieder. Henning kommt. Wir gehen. Es ist eine Klasse. Bis später, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao.